Sie hören Der Rubin im Rauch von Philipp Pullman Gelesen von Doris Wolters Die sieben Wohltaten An einem kalten, trüben Nachmittag Anfang Oktober 1872 fuhr eine zweirädrige Droschke vor dem Büro von Lockhart und Selby vor, einer Schiffsagentur in Schiebzeit. Die Straße war voller Fuhrwerke, Hufgeklapper, Räderrollen und Geschirrklären zeugten von Hast, Betriebsamkeit und abgewickelten Geschäften. Die Stadt war erfüllt von Windstößen und in der ganzen Straße waren die Augen des Mädchens, das aus der Droschke stieg, das einzig Regungslose. Sie war etwa 16 Jahre alt, ohne Begleitung und ungewöhnlich hübsch. Ihr Name war Sally Lockhart. Innerhalb der nächsten Viertelstunde sollte sie einen Mann umbringen. Sie stand einen Augenblick lang da und schaute zu dem Gebäude auf, dann stieg sie die drei Stufen hinauf und ging hinein. Ein düsterer Gang empfing sie, mit einer Portiersloge auf der rechten Seite, in der ein alter Mann vor einem Kaminfeuer saß. »Ich möchte zu Mr. Selby«, sagte sie, »aber ich bin nicht angemeldet.« »Ihr Name bitte, Miss?« »Ich heiße Lockhart. Mein Vater war Mr. Lockhart.« Er wurde sofort freundlicher. »Miss Sally, oder?« »Du liebe Zeit.« »Es hat mir sehr leid getan, als ich das von Ihrem Vater erfahren habe.« »Das war ja eine schreckliche Sache, wie das Schiff so einfach untergegangen ist.« »Er war ein richtiger Herr, Miss.« »Ja, danke. Ist Mr. Selby da? Kann ich Ihnen sprechen?« »Leider nicht, Miss. Er hat bei den West-India-Docs zu tun. Aber Mr. Hicks ist hier, der Sekretär der Firma. Er redet sicher gern mit Ihnen.« »Danke. Dann möchte ich Ihnen jetzt gerne sprechen.« Der Portier klingelte und ein schmächtiger Junge erschien. Seine Jacke war zerrissen. Der Kragen hatte sich vom Hemd gelöst und seine Haare sahen aus, als habe man gerade an ihm mit elektrischem Strom experimentiert. »Was willst du?« fragte diese Erscheinung, deren Name Jim war. »Reiß dich mal zusammen«, sagte der Portier. »Führ die junge Dame da zu Mr. Hicks, und zwar ein bisschen fix. Das ist Miss Lockhart.« »Los, komm schon«, sagte er zu Sally. »War dein alter Herr der Boss?«, fragte er, während sie hinaufging. »Ja«, antwortete sie, und wollte eigentlich mehr sagen, fand aber nicht die richtigen Worte. »War ein prima Kerl.« Sie fasste es als Sympathieerklärung auf und war dankbar dafür. »Gibt es einen Mr. Marchbanks, der hier arbeitet?« »Nein, nie gehört den Namen.« »Oder hast du je«, sie waren jetzt fast am Treppenende, »Hast du je von den sieben Wohltaten gehört?« »Was?« »Bitte, es ist wichtig.« »Nein, habe ich nicht«, antwortete er. »Was soll denn das sein?« »Nichts Wichtiges.« »Vergiss es bitte«, sagte sie, und stieg noch die letzten Stufen hinauf. »Wo ist denn Mr. Hicks?« »Hier drin«, antwortete Jim und trommelte an eine getäfelte Tür. Ohne auf Antwort zu warten, öffnete er sie und rief, »Die Dame wünscht Mr. Hicks zu sprechen. Sie heißt Miss Lockhart.« Sally trat ein. Dichter Zigarrenqualm empfing sie. Ein korpulenter Mann mit einem vor Anstrengung glänzenden Gesicht versuchte, auf der anderen Seite des Raumes eine große Wandkarte aufzurollen. Er blickte auf. Seine Züge nahmen einen scheinheiligen Ausdruck an. »Miss Lockhart.« »Ah, Tochter des verstorbenen Matthew Lockhart.« »Ja«, antwortete Sally. Er breitete die Arme aus. »Liebe Miss Lockhart«, sagte er, »ich kann Ihnen nur versichern, dass wir zutiefst erschüttert waren über den schweren Verlust, den Sie erlitten haben. Ein trauriger und tragischer Verlust.« »Sie sind sehr freundlich«, sagte sie. »Aber darf ich Sie etwas fragen? Ich wollte nur wissen, ob mein Vater je einen Mr. Marchbanks erwähnt hat. Kennen Sie jemanden, der so heißt?« Er schien es sich äußerst gewissenhaft zu überlegen. »Marchbanks, Marchbanks.« »Es gibt einen Schiffsausrüster, der so heißt, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass Ihr armer Vater je mit ihm zu tun hatte.« »Kennen Sie seine Adresse?« »Ich glaube, Tasmania, Kai«, sagte Mr. Hicks. »Danke. Und dann noch etwas. Es hört sich ein bisschen blöde an, und ich sollte Sie wirklich nicht damit belästigen, aber...« »Meine Liebe Miss Lockhart, Sie brauchen bloß zu sagen, wie ich helfen kann.« »Also gut. Haben Sie je den Ausdruck »Die sieben Wohltaten« gehört?« Hierauf geschah etwas Außerordentliches. Mr. Hicks war ein großer, wohlgenährter Mann, deshalb lag es vielleicht nicht so sehr an Sallies Frage, sondern am langjährigen Genuss von Portwein, kubanischen Zigarren und üppigen Mahlzeiten, die sein Herz aussitzen und ihn nach Luft schnappen ließen. Er machte einen Schritt nach vorne, dann wurde ihm schwarz vor Augen, und er plumpste krachend auf den Perser-Teppich. Sally rührte sich nicht. Ihre einzige Reaktion war, mit geschlossenen Augen mehrmals tief durchzuatmen. Ihr Vater hatte sie dies gelehrt, als Mittel gegen Panik. Es half. Als sie sich wieder beruhigt hatte, stand sie vorsichtig auf und entfernte sich einige Schritte von dem Körper. Ihr Gemüt war in Aufruhr, aber ihre Hände blieben vollkommen ruhig, stellte sie fest. Gut, dachte sie. Wenn ich Angst habe, kann ich mich auf meine Hände verlassen. Und dann hörte sie eine laute Stimme im Korridor. Schreiben Sie auf das Schild Samuel Selby, Schiffsmakler. Kapiert, sagte diese Stimme. Die Tür ging auf, und die Person, die gesprochen hatte, kam herein. Es war ein kleiner, dicker Mann mit einer tolle, strohblonden Haares und rötlichem, lang herunterhängendem Backenbart. Er blickte umher und übersah den Körper von Mr. Hicks, der durch den breiten Mahagoni-Schreibtisch verdeckt war. Stattdessen blieb sein stechender Blick auf Sally haften. Wer sind Sie, wollte er wissen. Wer hat Sie reingelassen? Der Portier, antwortete sie. Wie heißen Sie und was wollen Sie hier? Ich heiße Sally Lockhart. Er pfiff leise durch die Zähne. Wo ist Hicks? Er kann sich jen widmen. Hicks, kommen Sie raus! Mr. Selby? Er ist tot. Er wurde still und blickte auf die Stelle, auf die sie zeigte. Dann ging er um den Schreibtisch herum. Was geht hier vor? Wann ist das passiert? Gerade eben. Wir haben uns unterhalten und plötzlich ist er umgefallen. Vielleicht war es sein Herz? Blöder Esel! Warum hat er nicht so viel Anstand und stirbt bei sich zu Hause? Ich nehme an, er ist tatsächlich tot. Mr. Selby rollte den Körper auf die Seite und starrte dem toten Mann in die Augen. Sally schwieg. Mausetot, stellte Mr. Selby fest. Muss jetzt wohl die Polizei rufen lassen. Verdammt nochmal! Was haben Sie denn hier eigentlich wollen? Das ganze Zeug von Ihrem Vater ist zusammengepackt worden und dann hat man es an den Rechtsanwalt geschickt. Es gibt hier nichts mehr für Sie. Irgendetwas veranlasste Sally vorsichtig zu sein. Sie nahm ein Taschentuch heraus und tupfte sich die Augen. Ich, ich wollte nur das Büro meines Vaters sehen, sagte sie. Mr. Selby brummte argwöhnisch, öffnete die Tür und schrie nach unten nach dem Portier, der die Polizei rufen sollte. Sally stand auf. Kann ich jetzt gehen? Wohl kaum, sagte Mr. Selby. Sie sind ja schließlich Zeuge. Warum wollten Sie eigentlich das Büro sehen? Sally schniefte laut und tupfte sich noch übertriebener die Augen. Sie wünschte sich anderswohin, um nachdenken zu können und allmählich bekam sie Angst vor der Neugier dieses kleinen, heftigen Mannes. Wenn die Erwähnung der sieben Wohltaten tatsächlich Mr. Hicks getötet hatte, so verspürte sie kein Verlangen, Mr. Selbys Reaktion zu testen. Gehen Sie und setzen Sie sich in die Portiersloge, sagte er ungeduldig. Die Bullen werden mit Ihnen reden wollen, aber es bringt nichts, hier rumzuhängen und zu plärren. Gehen Sie nach unten. In der Portiersloge fand sie den Botenjungen. Ich verrate dich schon nicht. Ich habe gehört, wie du den alten Hicks hier um die Ecke gebracht hast. Aber ich sage nichts, sagte er. Habe ich doch gar nicht, wehrte sie sich. Klar haste. Habe es durch die Tür gehört. Du hast gehorcht. Vor Angst ist er gestorben, der alte Hicksie. Vor Schrecktod umgefallen. Was die sieben Wohltaten auch bedeuten mögen, er hat es gewusst. Sei lieber vorsichtig, wen du da fragst. Sally setzte sich auf den Stuhl des Portiers. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, sagte sie. Worum geht es denn? Sie schaute in seine klaren Augen und sein entschlossenes Gesicht und beschloss ihm zu trauen. Das da habe ich heute Morgen gekriegt, sagte sie, öffnete ihre Tasche und nahm einen zerknitterten Brief heraus. Er ist in Singapur aufgegeben worden. Das war die letzte Stadt, in der sich mein Vater aufhielt, bevor das Schiff unterging. Aber es ist nicht seine Handschrift. Ich weiß nicht, von wem er stammt. Jim machte den Brief auf. Er lautete folgendermaßen. Sally, nimm dich in Acht vor den sieben Wohltaten. Marjbanks wird helfen. Chatham, Vorsicht, Liebling. Verflucht noch mal, bei dem hapert's aber mit der Rechtschreibung, sagte Jim und zeigte auf das Wort Chatham. Was soll das heißen? Weißt du's? Chatham natürlich. Chatham in Kent. Da hast du wahrscheinlich recht. Und der Marjbanks lebt dort, Wetten? Deshalb hat er's erwähnt. Als Jim sah, dass Sally nach oben schaute, fuhr er fort. Weißt du, du brauchst ja wegen dem ollen Hixi keine grauen Haare wachsen zu lassen. Er hat irgendwas auf dem Kerbholz gehabt, da wette ich was. Und der alte Salby genauso. Dem hast du doch nichts gesagt, oder? Sally schüttelte den Kopf. Und du? Ich weiß nicht mal deinen Namen. Jim Taylor. Kannst dich auf mich verlassen. Bestimmt? Klar doch. Also, wenn du irgendwas hörst, schreib an Mr. Temple, Lincoln's Inn. Die Tür ging auf und der Portier kam herein. Alles in Ordnung, Miss? fragte er. Eine schreckliche Sache. Der Bulle will, dass ein Arzt geholt wird, der die Todesursache feststellt. Los, Jim, mach schon. Hol'n Doktor. Jim zwinkerte Sally zu und ging. Eine Tasse Tee gefällig, Miss. Nein, danke. Ich muss gehen. Meine Tante wird sich schon Sorgen machen. Wollte der Polizist eigentlich was von mir? Der kommt runter, wenn er was von Ihnen will. Wie waren das eigentlich mit Mr. Hicks? Wir haben von meinem Vater geredet und plötzlich... Ach, schwaches Herz, meinte der Portier. Mein Bruder ist letztes Weihnachten gerade so weggestorben. Kurz darauf kam der Polizist, notierte Namen und Adresse und ging wieder. Sally blieb noch eine Weile bei dem alten Portier, aber da sie sich an Jims Warnung erinnerte, erwähnte sie den Brief aus Ostindien nicht. Was ein Jammer war, denn der Portier hätte vielleicht etwas zu berichten gehabt. Trotz des Revolvers, den Sally in der Handtasche trug, hatte sie nicht die Absicht gehabt, zu töten. Die wirkliche Ursache von Mr. Hicks Tod, der Brief, war erst an diesem Morgen eingetroffen. Er war vom Rechtsanwalt an die Adresse in Peverell Square weitergeleitet worden. Das Haus gehörte einer entfernten Verwandten ihres Vaters, einer grimmigen Witwe namens Mrs. Rees. Sally lebte hier seit August. Sie war unglücklich darüber, hatte aber keine andere Wahl. Mrs. Rees war ihre einzige lebende Verwandte. Ihr Vater war vor drei Monaten gestorben, als der Schoner Lavinia im südchinesischen Meer sank. Er war dorthin gereist, um einige undurchsichtige Geschäftspraktiken zu prüfen. Er hatte sie vor seiner Abreise gewarnt, dass es vielleicht gefährlich werden könnte. Ich möchte mit unserem Mann in Singapur sprechen, hatte er gesagt. Es ist ein Holländer namens van Eden. Ich weiß, dass er vertrauenswürdig ist. Falls ich nicht zurückkehren sollte, so wird er dich aufklären können. Könntest du nicht einen anderen schicken? Nein, es ist meine Firma. Da muss ich selbst gehen. Aber Vater, du musst einfach zurückkommen. Natürlich komme ich zurück. Aber du musst auf alles gefasst sein. Ich weiß, dass du tapfer sein wirst. Halt dein Pulver trocken, mein Mädchen. Und denk an deine Mutter. Sallys Mutter war vor 15 Jahren während der indischen Meuterei umgekommen. Sally war ein paar Monate alt, das einzige Kind. Ihre Mutter war eine leidenschaftliche, romantische junge Frau gewesen, die wie ein Kosake ritt, wie ein Meisterschütze schoss und kleine schwarze Zigarren rauchte, zum Entsetzen des faszinierten Regiments. Die Kugel, die sie ins Herz traf, verfehlte das Baby, streifte aber den kleinen Arm und hinterließ eine Narbe. Sally konnte sich nicht an ihre Mutter erinnern, liebte sie aber. Seit dieser Zeit war sie von ihrem Vater aufgezogen worden. Hauptmann Matthew Lockhart verließ die Armee und wurde Schiffsagent. Mr. Lockhart gab seiner Tochter abends persönlich Unterricht und ließ sie tagsüber machen, was sie wollte. Mit dem Ergebnis, dass ihre Kenntnisse, was Literatur, Französisch, Geschichte, Kunst und Musik anbetraf, gleich Null waren. Dagegen eignete sie sich ein gründliches Wissen an, was militärische Taktiken und Buchhaltung anging, war eng vertraut mit den Vorgängen an der Börse und besaß Grundkenntnisse in Hindustani. Außerdem konnte sie gut reiten und an ihrem 14. Geburtstag hatte ihr Vater ihr eine kleine belgische Pistole gekauft und ihr das Schießen beigebracht. Sie war eine Einzelgängerin, aber wunschlos glücklich. Der einzige Schatten auf ihre Kindheit war der Albtraum. Ein- oder zweimal im Jahr passierte es. Sie glaubte, in unerträglicher Hitze zu ersticken und irgendwo in der Nähe gällte die Stimme eines Mannes in furchtbarer Todesangst. Dann pflegte aus der Dunkelheit ein flackerndes Licht aufzutauchen wie eine Kerze, die von einer Person gehalten wurde, die auf sie zukam. Eine andere Stimme schrie dann immer »Da, schau ihn an!« Aber sie wollte nicht schauen, nicht um alles in der Welt und an dieser Stelle wachte sie auf. In Schweiß gebadet und schluchzend vor Angst. Ihr Vater kam dann immer angerannt und beruhigte sie, aber es dauerte etwa einen Tag, bis sie sich nicht mehr belastet fühlte. Dann kam die Reise ihres Vaters und die Wochen der Trennung und schließlich das Telegramm, das seinen Tod mitteilte. Sofort nahm der Rechtsanwalt ihres Vaters Mr. Temple die Sache in die Hand. Das Haus in Norwood wurde abgeschlossen, die Dienstboten ausbezahlt, das Pony verkauft. Es hatte den Anschein, als gäbe es eine Unregelmäßigkeit im Testament ihres Vaters, sodass Sally viel ärmer sein würde, als man geglaubt hatte. Sie wurde der Obhut einer Cousine zweiten Grades ihres Vaters, Mrs. Rees, anvertraut, und dort hatte sie bis zu dem Morgen, an dem der Brief kam, gewohnt. Bevor sie ihn öffnete, glaubte sie, er müsse von dem holländischen Agenten Mr. Van Eden sein, aber das Papier war zerrissen und die Schrift kindlich und unbeholfen. Ein europäischer Geschäftsmann würde doch sicher nicht so schreiben. Außerdem war er ohne Unterschrift. Sie hatte das Büro ihres Vaters in der Hoffnung aufgesucht, dass dort jemand wisse, was damit gemeint sei. Und sie hatte herausgefunden, dass das der Fall war. Mit der Pferdebahn kehrte sie nach Peverell Square zurück und bereitete sich innerlich darauf vor, Mrs. Rees entgegenzutreten. Man hatte ihr keinen Haustürschlüssel gegeben. Das war eine von Mrs. Rees' Methoden, sie spüren zu lassen, dass sie nicht willkommen war. Die Hausangestellte, die sie einläs, sagte kurz angebunden, »Mrs. Rees ist im Wohnzimmer. Du sollst sofort zu ihr kommen.« Sally traf die Dame neben einem schwachen Kaminfeuer an, wo sie einen Band mit Predigten ihres verstorbenen Mannes las. Sally hasste sie. Mrs. Rees war eine Endvierzigerin, hatte aber früh in ihrem Leben die Feststellung gemacht, dass die Rolle eines alternden Tyrannen ihr zusagte. Nie im Leben hatte sie selbst einen Finger gerührt oder einen freundlichen Gedanken an andere verschwendet. Sally stand neben dem Feuer und wartete. Schließlich begann sie zu reden. »Es tut mir leid, dass ich spät dran bin, Mrs. Rees.« »Tante Caroline heißt das. Tante Caroline«, sagte die Dame irritiert. »Das Mädchen hat gesagt, dass du mit mir sprechen willst. Tante Caroline? Ich habe mich mit wenig Erfolg dem Thema deiner Zukunft gewidmet. Es ist klar, dass du keine Zukunftsaussichten hast, Veronica. Möchte wissen, ob dir das schon mal durch den Kopf gegangen ist. Welche Fertigkeiten hast du?« Sally hasste den Namen Veronica. Aber Mrs. Rees hatte gesagt, dass Sally ein Dienstbotenname sei und weigerte sich, sie so zu nennen. »Ich fürchte, ich habe keine Fertigkeiten, Tante Caroline«, sagte Sally leise. »Das dachte ich mir«, sagte Mrs. Rees. Leiser Triumph funkelte in ihren Augen. »So kommt selbst das bescheidene Ziel einer Erzieherin für dich nicht in Frage. Dann müssen wir uns eben mit etwas noch bescheidenerem begnügen. Möglicherweise könnte man eine Stelle als Gesellschafterin finden. Ellen, Sie können den Tee bringen.« Das Mädchen knickste und ging hinaus. Sally setzte sich niedergeschlagen hin. Ein weiterer Abend voller Sarkasmus und Bosheit lag vor ihr und draußen lauerte eine geheimnisvolle Gefahr. Ein Spinnennetz Mehrere Tage vergingen. Es fand eine gerichtliche Untersuchung der Todesursache statt, an der Sally teilnehmen musste. Sie beantwortete die Fragen des amtlichen Leichenbeschauers völlig wahrheitsgemäß. Sie habe mit Mr. Hicks über ihren Vater gesprochen, als ersterer plötzlich starb. Keiner schien von Mr. Hicks Tod überrascht zu sein. Es wurde eine natürliche Todesursache festgestellt, eine Herzschwäche und der Fall in weniger als einer halben Stunde abgewickelt. Sally kehrte nach Islington zurück. Das Leben verlief wieder in geordneten Bahnen. Aber einen Unterschied gab es doch. Ohne es zu wissen, hatte sie, wenn auch nur mäßig, ein Spinnennetz erschüttert. Doch die Spinne in der Mitte war davon erwacht. Während sie nichts davon ahnte, ereigneten sich drei Vorfälle. Erstens las ein Herr in einem kalten Haus die Zeitung. Zweitens lud eine alte Frau einen Anwalt zum Tee ein. Drittens ein Seemann, der sich in einer misslichen Lage befand, landete an den ostindischen Docks und war auf der Suche nach einer Unterkunft. Der besagte Herr, früher hatte man ihn Major genannt, lebte an der Küste. Das Haus war leer, bis auf das unbedingt zum Leben notwendige, denn der Reichtum des Majors war sozusagen nicht mehr vorhanden. An diesem Nachmittag saß der Major am Erkerfenster seines zugigen Wohnzimmers und las in einer Zeitung, ausgeliehen von seiner einzigen Hausangestellten, die durch Trunksucht heruntergekommen war. Seine Augen überflogen Interesse und hoffnungslos die Spalten, bis er auf einer Innenseite auf eine Geschichte stieß, die ihn sich plötzlich aufrechtsetzen ließ. Der Abschnitt, der ihn so sehr interessierte, lautete folgendermaßen. Die einzige Zeugin dieses traurigen Ereignisses war Miss Veronica Lockhart, Tochter des verstorbenen Mr. Matthew Lockhart, eines ehemaligen Partners in der Firma. Über Mr. Lockharts Tod im Wrack des Schoners Lavinia haben wir im letzten August berichtet. Er las es zweimal und rieb sich die Augen. Dann stand er auf und machte sich daran, einen Brief zu schreiben. Jenseits des Londoner Towers liegt das Stadtviertel, das als Wapping bekannt ist. Es ist eine Gegend, in der sich Docks und Lagerhallen befinden, baufällige Mietskasernen und von Ratten heimgesuchte Gassen. Hangmans Wharf war die allertrostloseste Stelle in Wapping. Die Zeit, in der hier eine Werft gewesen war, war längst vorbei. Häuser und Läden, die Kaninchenbauten ähnelten, gab es hier, einen Schiffsausrüster, eine Pfandleihe, einen Bäcker, eine Kneipe und eine Pension. In Hollands Pension war man nie allein. Sollten die Flöhe einen je verschmähen, die Wanzen waren nicht wählerisch, sie bissen jeden. In dieses Haus kam Mr. Jeremiah Blythe, ein dicker, zwielichtiger Anwalt aus Hoxton. Auf sein Klopfen hin öffnete ein Kind die Tür. Ein Kind, das fast nur aus riesigen, dunklen Augen zu bestehen schien. Es öffnete die Tür einen Spalt und flüsterte, Sie wünschen so? Ich bin Mr. Jeremiah Blythe, sagte der Besucher. Mrs. Holland erwartet mich. Kurz darauf schlurfte die Eigentümerin des Hauses heran. Sie roch nach gekochtem Kraut und Katzenhaaren. Es war eine verhutzelte alte Frau mit eingesunkenen Wangen, zusammengekniffenen Lippen und funkelnden Augen. Sie streckte ihrem Besucher eine krallenartige Hand entgegen und begann zu reden. Aber sie hätte genauso gut türkisch reden können, so wenig konnte sich Mr. Blythe einen Reim darauf machen. Verzeihung, ähm? Sie krächzte irgendwas und ging voraus in einen kleinen Salon. Dort öffnete sie eine kleine Blechdose, nahm ein Gebiss heraus, setzte es in ihren runzligen Mund und schmatzte mit den Lippen. Es war ihr zu groß und sah scheußlich aus. Schon besser, sagte sie. Daheim vergesse ich die Dinger immer, haben wir im armen Mann gehört, pures Elfenbein. Als er gestorben ist, der arme Kerl, da hätten sie mit ihm ins Grab sollen, aber ich hab sie ihm noch rechtzeitig aus den Mund genommen, bevor sie den Deckel drauf gemacht haben. Wie kann ich noch ewig tragen, hab ich gesagt. Mr. Blythe schluckte trocken. Da, setzen Sie sich, forderte sie ihn auf, fühlen Sie sich wie zu Hause. Adelaide? Das Kind tauchte auf. Sie konnte nicht älter als neun sein, dachte Mr. Blythe. Mrs. Holland gab Anweisungen für den Tee, wandte sich wieder ihrem Besucher zu, beugte sich nach vorne und sagte, na, Sie haben doch die Unterlagen, hä? Machen Sie Ihre Mappe auf und verraten Sie einer alten Dame Ihr Geheimnis. Ja, ja, gleich, antwortete der Anwalt, obwohl es streng genommen natürlich kein Geheimnis gibt. Unser Engagement ist ja völlig legal zustande gekommen. Mr. Blythes Stimme hatte die Angewohnheit, wenn er etwas gesagt hatte, irgendwie zu verklingen, anstatt sozusagen einen Punkt hinter das Gesagte zu machen. Mrs. Holland nickte heftig. Ganz schlecht, sagte sie. Offen und ehrlich, keine Mauschelein. Mr. Blythe öffnete seine Ledermappe und nahm einige Papiere heraus. Ich bin am letzten Mittwoch nach Swaleness runtergefahren und habe die Zustimmung des Herrn zu den Abmachungen eingeholt. Hier machte er eine Pause, da Adelaide gerade mit dem Tee-Tablett hereinkam. Während Mrs. Holland den Tee eingoss, fuhr Mr. Blythe fort. Die Abmachungen, ja. Der betreffende Gegenstand soll bei den Bankiers Hammond und Whitgrove Winchester Street deponiert werden. Der betreffende Gegenstand? Bloß keine falsche Schameste, Blythe. Heraus damit! Er machte einen ausgesprochen gequälten Eindruck, senkte die Stimme, beugte sich auf seinem Stuhl nach vorne und schaute sich um, bevor er sprach. Der Rubin wird in der Hammond und Whitgroves Bank deponiert und soll dort bis zum Tod des Herrn bleiben, worauf laut seinem Testament das ordnungsgemäß von mir und einer Mrs. Thorpe bezeugt wird. Wer ist denn das? Eine Nachbarin? Eine Hausangestellte, Memme. Sie trinkt, soviel ich weiß, aber ihre Unterschrift ist natürlich gültig. Der Rubin wird, wie gesagt, bei Hammond und Whitgrove bleiben, bis zum Tod des Herrn, worauf er in ihr Eigentum übergehen wird. Und das ist legal, oder? Vollkommen, Miss Holland. Gar nichts faul an der Sache? Keine Überraschung in letzter Minute? Ich habe hier eine Kopie des Dokuments, das von dem Herrn persönlich unterzeichnet ist. Es zieht, wie Sie sehen, alle Eventualitäten in Betracht. Sie nahm ihm das Blatt ab und prüfte es gründlich. Es scheint mir in Ordnung zu sein, meinte sie. Gut, Mr. Blyce. Ich bin eine anständige Frau. Sie haben ein Stück Arbeit geleistet. Ich zahle Ihnen das Honorar. Was kostet der Spaß? Mein Angestellter bereitet momentan eine Rechnung vor, Miss Holland. Ich werde dafür sorgen, dass Sie dieselbe rechtzeitig zugeschickt bekommen. Dann ging er. Nachdem Adelaide ihn so geräuschlos wie ein Schatten zur Tür begleitet hatte, saß Mrs. Holland noch eine Weile im Salon und las zum wiederholten Mal das Dokument, das der Anwalt ihr gebracht hatte. Dann zog sie ihren Mantel an und machte sich auf den Weg, um die Hammond- und Whitgroves-Bank in der Winchester Street in Augenschein zu nehmen. Der Dritte aus unserer neuen Bekanntschaft hieß Matthew Bedwell. Er war zweiter Mat auf einem Tramp-Dampfer im fernen Osten gewesen, aber das war schon mehr als ein Jahr her. Im Augenblick befand er sich in einem desolaten Zustand. Mit einem Seesack über der Schulter streifte er durch das Labyrinth dunkler Straßen hinter den westindischen Docks. Jeder Beobachter hätte ihn für betrunken gehalten, aber er hatte keine Fahne. Ein mitfühlender Zeitgenosse hätte geglaubt, er sei krank oder habe Schmerzen und das wäre der Wahrheit näher gekommen. Wenn aber irgendjemand ihm ins Herz gesehen und das Chaos gespürt hätte, das dort herrschte, so hätte es ihn gewundert, dass der Seemann sich überhaupt noch auf den Beinen halten konnte. Bedwell ging durch eine Gasse in Leimhaus, als sein Blick auf eine offene Tür fiel, vor der ein alter Mann regungslos auf der Stufe saß. Es war ein Chinese und als der Seemann vorbeiging, streckte er etwas den Kopf vor und sagte, »Willst du rauchen?« Bedwell spürte, wie jede Faser seines Körpers zur Tür drängte. Er schwankte, schloss die Augen und sagte dann, »Nein, nein, kein Bedarf.« »Echt klassige Wade«, sagte der Chinese. »Nein, nein«, wiederholte Bedwell und zwang sich, weiterzugehen und die Gasse hinter sich zu lassen. Wieder schaute er auf den Fetzen Papier und ging etwa hundert Meter weiter, bis sich das Ganze wiederholte. Die Dämmerung brach an und er war mit seinen Kräften ziemlich am Ende. In der Nähe befand sich eine Kneipe, der gelbliche Lichtschein erhellte das hässliche Pflaster und zog ihn an wie eine Motte. Er zahlte für ein Glas Gin und schlürfte daraus, als sei es Medizin, unerquicklich, aber notwendig. Er beschloss, heute Abend auf keinen Fall weiterzugehen. »Ich suche eine Pension«, sagte er zu dem Barmädchen. »Gibt's da irgendwas in der Nähe?« »Zwei Häuser weiter«, sagte das Barmädchen, »bei Mrs. Holland.« »Holland«, sagte Bedwell. »Mrs. Holland, das kann ich mehr merken.« Er schulterte wieder seinen Seesack und ging hinaus. Adelaide antwortete auf sein Klopfen und führte ihn schweigend in einen Raum auf der Rückseite des Hauses. Die Wände trieften vor Nässe, das Bett war schmutzig, aber er nahm es gar nicht wahr. Sobald die Tür wieder zu war, fiel er auf die Knie und riss den Seesack auf. Seine zitternden Hände arbeiteten eine Zeit lang emsig und dann lag er auf dem Bett, atmete tief und fühlte, wie sich alles auflöste und tiefe Nacht ihn umfing. Sehr bald war er in einen tiefen Schlaf gesunken. In Leimhaus hatte er fast aufgegeben, der Chinese die Pfeife, natürlich eine Opiumhöhle und Bedwell war Sklave dieser mächtigen Droge. Jetzt schlief er und etwas für Sally sehr Wichtiges schlief mit ihm. Der Herr aus Kent Drei Nächte später hatte Sally wieder ihren Albtraum. Die schreckliche Hitze, sie konnte sich nicht bewegen, es war dunkel, Schritte und dann der Schrei ganz plötzlich und ganz nah. Das Licht, es bewegte sich flackernd auf sie zu, dahinter ein Gesicht, zwei Gesichter, ausdruckslose, fahle Gesichter mit vor Schrecken aufgerissenem Mund. Das war alles. Stimmen aus der Dunkelheit, schaut doch, schaut ihn an, mein Gott! Und dann machte sie auf. Sie hörte sich schluchzen und sie erinnerte sich, da war kein Vater. Du bist allein und musst ohne ihn auskommen. Du musst stark sein. Sie stieß die Bettlaken zurück. Die kalte Nachtluft löste einen Schüttelfrost bei ihr aus. Sie deckte sich wieder zu, aber einschlafen konnte sie noch lange nicht. Am nächsten Morgen kam ein weiterer Brief. Sobald das Frühstück vorbei war, entwischte sie Mrs. Rees und öffnete den Brief in ihrem Schlafzimmer. Er war von ihrem Rechtsanwalt weitergeschickt worden, wie der letzte auch, aber die Briefmarke war diesmal britisch und der Handschrift sah man an, dass sie von einer gebildeten Person stammte. Sie nahm das einzelne billige Blatt heraus und setzte sich abrupt auf. Fallen House, 10. Oktober 1872, Swaleness, Kent. Liebe Miss Lockhart, wir sind uns nie begegnet, Sie haben meinen Namen noch nie gehört und nur die Tatsache, dass ich vor vielen Jahren ihren Vater gut kannte, erklärt, dass ich ihn schreibe. Ich las in der Zeitung von dem unglücklichen Vorfall in Cheapside und ich habe mich erinnert, dass Mr. Temple der Anwalt ihres Vaters war. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Brief Sie erreichen wird. Wie ich erfahren habe, weilt Ihr Vater nicht mehr unter uns. Ich darf Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Aber die Tatsache seines Todes und gewisse Umstände in meinen eigenen Angelegenheiten in letzter Zeit geben mir den Anlass, mich in einer dringenden Sache an Sie zu wenden. Im Augenblick kann ich Ihnen nur folgende drei Fakten mitteilen. Erstens, die Niederlage von Lucknow ist von Bedeutung, zweitens, ein Gegenstand von unschätzbarem Wert spielt eine Rolle und schließlich ist Ihre persönliche Sicherheit einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt. Ich möchte Sie herzlich bitten, Miss Lockhart, diese Warnung zu beherzigen. Um der Freundschaft zu Ihrem Vater willen, aus Rücksicht auf Ihr eigenes Leben, kommen Sie so schnell wie möglich und hören Sie sich an, was ich Ihnen mitzuteilen habe. Es gibt Gründe, warum ich nicht zu Ihnen kommen kann. Erlauben Sie mir, als der zu unterzeichnen, der ich mein ganzes Leben lang war, nämlich Ihr guter Freund George Marchbanks. Maßlos überrascht glas Sally den Brief zweimal. Wenn Ihr Vater und Mr. Marchbanks Freunde gewesen waren, warum hatte sie dann seinen Namen nie gehört, bis der Brief aus dem fernen Osten eintraf? Und worin bestand diese Gefahr? Die sieben Wohltaten, natürlich. Er wusste offenbar, was Ihr Vater entdeckt hatte. Ein wenig Geld hatte sie noch in ihrem Geldbeutel. Sie zog ihren Mantel an, ging ruhig nach unten und verließ das Haus. Sie saß im Zug und kam sich vor, als sei sie auf einem Feldzug. Mr. Marchbanks behauptete, ein Verbündeter zu sein. Zumindest hatte er ihr etwas mitzuteilen. Nichts war schlimmer, als die Bedrohung, nicht zu kennen, die über einem schwebte. Die Stadt Schwellness war nicht sehr groß. Sie beschloss, keine Droschke vom Bahnhof auszunehmen, sondern ihr Geld zu sparen und zu Fuß zu gehen, nachdem sie vom Gepäckträger erfahren hatte, das Fallandhaus nicht mehr als eine Meile entfernt war. Sie machte sich sofort auf den Weg. Die Stadt wirkte trostlos und kalt und nur ein einziges menschliches Wesen war zu sehen, ein Fotograf. Mitten auf dem engen Pfad neben dem Fluss hatte er seine Kamera aufgebaut, zusammen mit einer kleinen, tragbaren Dunkelkammer. Der junge Mann sah sympathisch aus und dass sie nirgends ein Haus entdecken konnte, beschloss sie, ihn nach dem Weg zu fragen. Sie sind schon die Zweite, sagte er. Das Haus ist dort drüben. Er zeigte auf ein Wäldchen mit verkümmerten Bäumen. Wer war die andere Person? fragte Sally. Eine alte Frau, die wie eine der Hexen aus Macbeth ausgesehen hat. Runzlig, wissen Sie, und hässlich. Meine Visitenkarte, sagte der junge Mann. Frederick Garland, Fotograf, stand darauf, mit einer Adresse in London. Sie sah ihn noch einmal an und mochte ihn. Sein Gesicht war humorvoll, sein stroblondes Haar zerzaust, sein Gesichtsausdruck wach und intelligent. Entschuldigen Sie, aber was fotografieren Sie eigentlich? Die Landschaft, antwortete er. Wissen Sie, ich wollte so was Trostloses. Ich experimentiere mit einer neuen Kombination von Chemikalien und glaube, dass die Beleuchtung dabei besser rauskommt. Kolodium, bemerkte sie. Sehr richtig. Sind Sie Fotografin? Nein, aber mein Vater hat sich dafür interessiert. Ich muss übrigens weiter. Danke, Mr. Garland. Der Pfad machte eine Kurve und ließ sie schließlich hinter dem Wäldchen herauskommen. Wie beschrieben, befand sich dort das Haus. Noch nie hatte sie ein so tristes Anwesen gesehen. Gerade betrat sie die kleine Veranda und wollte klingeln, als die Tür aufgemacht wurde und ein Mann herauskam. Er legte den Finger auf die Lippen. Bitte, flüsterte er, kein Wort, hierherum schnell. Sally folgte erstaunt. Er führte sie zu einer kleinen glasbedeckten Veranda und streckte dann die Hand aus. Miss Lockhart, sagte er, ich bin Major Marjbanks. Sie schüttelte ihm die Hand. Er musste etwa 60 Jahre alt sein. Seine Gesichtsfarbe war fahl, seine Kleider schlotterten an ihm. Er hatte dunkle, schöne Augen, die aber tief in den Höhlen lagen. Seltsamerweise klang seine Stimme ihr vertraut. Er hatte Angst, sehr viel mehr als sie selbst. Ihren Brief habe ich heute Morgen bekommen, sagte sie. Hat mein Vater ihn geschrieben und sie gebeten, mich zu treffen? Nein, seine Stimme klang erstaunt. Sagt ihn der Ausdruck, die sieben Wohltaten etwas. Die Wirkung war gleich null. Major Marjbanks schaute verständnislos rein. Es tut mir leid, sagte er. Sind sie hergekommen, um mich das zu fragen? Sie berichtete ihm rasch von der letzten Seereise ihres Vaters, von dem Brief aus dem Osten und dem Tod von Mr. Hicks. Er legte die Hand auf die Stirn und machte einen äußerst niedergeschlagenen und verwirrten Eindruck. Dann sagte er mit leiser Stimme. Ich habe einen Feind, Miss Lockhart, und dieser Feind ist jetzt auch der ihrige. Sie ist sehr böse und befindet sich im Augenblick in diesem Haus und deshalb müssen sie auch gleich wieder gehen. Aber warum denn? Was habe ich hier getan? Wer ist sie? Bitte, ich kann es jetzt nicht erklären. Ich weiß nichts über den Tod ihres Vaters, nichts über die sieben Wohltaten und nichts vom südchinesischen Meer, nichts vom Handel zur See. Er konnte von dem Bösen, das mich in seinen Fängen hat, nichts wissen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat wieder einmal sein Vertrauen auf den Falschen gesetzt. Wieder? Sie bemerkte einen verzweifelt unglücklichen Ausdruck auf seinem Gesicht. Es war der Ausdruck eines Mannes, der völlig ohne Hoffnung ist und es erfüllte sie mit Angst. Ihr einziger Gedanke war der Brief aus dem fernen Osten. Haben Sie mal in Chatham gelebt? fragte sie. Ja, vor langer Zeit, aber bitte. Wir haben keine Zeit. Nehmen Sie das. Er öffnete eine Schublade des Tisches und nahm ein Päckchen heraus, das in braunes Papier gewickelt war. Es war versiegelt. Das wird Ihnen alles erklären. Sie werden einen Schock bekommen. Ihr Leben ist wirklich in Gefahr, aber wenn Sie es gelesen haben, wissen Sie wenigstens warum. Sie nahm das Päckchen an sich. Ihre Hände zitterten heftig. Dann ging eine Tür auf. Er wurde bleich. Eine Frau in mittleren Jahren schaute zur Tür herein. Herr Major, sie treibt sich in der Nähe rum, sagte sie, im Garten. Die Frau roch stark nach Alkohol. Meyer Marchbank winkte Sally ihm zu folgen. Hier, durch die Tür. Danke, Mrs. Forb. Schnell jetzt. Der Major führte Sally rasch durchs Haus. Seine Angst wirkte ansteckend. Wer ist denn dieser Feind? fragte sie, als sie zur Haustür kam. Sagen Sie mir wenigstens ihren Namen. Sie heißt Mrs. Holland, flüsterte er. Bitte, ich bitte Sie ihn ständig, gehen Sie jetzt. Sie sind jung, stark und schnell beeilen Sie sich. Es tut mir so leid. Verzeihen Sie mir. Diese letzten Worte hatte er äußerst eindringlich gesagt. Ein Schluchzen hatte sich in seine Stimme gestohlen. Sally war draußen. Er schloss die Tür und sie dachte, ob der Feind mich wohl beobachtet? Sie ging die von Unkraut überwucherte Auffahrt hinunter, an dem dunklen Wäldchen vorbei und gelangte wieder auf den Weg. Leider war von dem Fotografen keine Spur zu sehen. Sie eilte weiter. Das Päckchen in ihrer Tasche machte sie unruhig. Auf halbem Wege blieb sie am Flussufer stehen, schaute zurück und sah jetzt eine kleine Gestalt von den Bäumen herkommen. Eine schwarz gekleidete alte Frau. Sie war noch zu weit weg, aber sie war hinter ihr her. Sally hastete weiter bis zur Hauptstraße, wo sie sich wieder umdrehte. Die Alte schien sogar aufzuholen. Wo konnte Sally sich verstecken? Da entdeckte sie den Fotografen. Er stand neben seinem kleinen Zelt und untersuchte irgendein Gerät. Sie schaute zurück. Die kleine schwarze Gestalt war durch eine Häuserreihe verdeckt. Sally rannte zu dem Fotografen, der erfreut grinste. Bitte können Sie mir helfen? Mit Vergnügen. Was kann ich für Sie tun? Ich werde verfolgt. Die alte Frau da, sie ist hinter mir hier. Sie ist gefährlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Seine Augen funkelten fröhlich. Rein ins Zelt, sagte er und hob die Zeltplane hoch. Rühren Sie sich nicht und stören Sie sich nicht an dem Geruch. Sie tat wie geheißen, er ließ die Plane fallen und schnürte sie zu. Kein Ton, sagte er ruhig. Da kommt sie tatsächlich. Sally stand regungslos. Entschuldigen Sie, Sir, sagte eine alte Stimme, die eigenartig keuchte und rasselte. Ja? Was kann ich für Sie tun, Ma'am? Haben Sie ein junges Mädchen? Hier vorbeikommen Sie? Ja, das habe ich. Außergewöhnlich hübsches Mädchen. Blond. Kann es die gewesen sein? Ja, das ist sie. Hust der Kuckuck. In welche Richtung ist sie gegangen? Sie hat mich nach dem Weg zum Schwanen gefragt. Hat gesagt, sie wolle die Ramsgate-Kutsche erreichen. Der Schwanzer? Wo könnte das sein? Er erklärte ihr den Weg und die alte Frau machte sich davon. Nicht bewegen, sagte er leise. Sie ist noch nicht um die Ecke. Was soll denn eigentlich das Ganze? Ich weiß es auch nicht. Ich bin da hinten was Schreckliches reingezogen worden. Sch. Schritte kamen langsam näher, gingen am Zelt vorbei und verhalten. Dicker Mann mit Hund ist wieder weg. Ist sie außer Sichtweite? Ja, nach Ramsgate, wenn wir Glück haben. Er schnürte die Plane auf und hielt sie hoch. Danke, sagte Sally. Was haben Sie jetzt vor? Ich fahre nach London zurück, antwortete sie. Soll ich sie begleiten? Ich bin hier sowieso fast fertig. Und wenn die alte Hexe gefährlich ist... Nein, danke. Ich muss jetzt gehen. Sie machte sich auf den Weg. Liebend gern wäre sie von ihm begleitet worden. Doch das hätte sie sich nie eingestanden. Die Meuterei Am Bahnhof war keine Spur von der alten Frau zu sehen. Sally fand ohne Schwierigkeit ein leeres Abteil. Sie wartete, bis der Zug aus dem Bahnhof dampfte, ehe sie das Päckchen öffnete. Die Knoten waren gründlich in Siegellack getaucht worden. Schließlich gelang es ihr, das Päckchen zu öffnen, und sie entdeckte ein Buch. Eine Art Tagebuch, ziemlich umfangreich und eng beschrieben. Es war schlecht in grauer Pappe gebunden und ein ganzer Teil fiel ihr entgegen. Sie legte ihn sorgfältig wieder zurück und fing an zu lesen. Auf der ersten Seite stand folgender Eintrag. Bericht über die Ereignisse in Lackno und Agrapur 1856-57 mit einer Aufzeichnung über das Verschwinden des Rubins von Agrapur und die Rolle, die das Kind namens Sally Lockhart dabei spielte. Sie hielt inne. Sie selbst war gemeint. Und ein Rubin? Hunderte von Fragen erhoben sich und verwirrten ihre Gedanken. Sie las weiter. Im Jahr 1856 diente ich, George Arthur Marchbanks beim 32. Infanterieregiment des Herzogs von Cornwall in Agrapur in Out. Einige Monate vor dem Ausbruch der Meuterei hatte ich Gelegenheit, in Gesellschaft von drei meiner Offizierskameraden, nämlich Oberst Brandon, Major Park und Hauptmann Lockhart, den Maharadscher von Agrapur zu besuchen. Der Besuch war angeblich rein privater Natur. In Wirklichkeit jedoch war unser Hauptanliegen, gewisse geheime politische Diskussionen mit dem Maharadscher zu führen. Am zweiten Abend unseres Besuchs in Agrapur gab der Maharadscher ein Bankett uns zu ehren. Wir hatten nie zuvor so eine verschwenderische Prachtentfaltung gesehen. Der Bankettraum war mit Marmorsäulen ausgestattet, die an ihren Kapitellen verschwenderisch mit Blattgold bedeckt waren. Der Fußboden war mit Lapislazuli und Onyx belegt, aus seinem Brunnen in der Ecke plätscherte nach rosenduftendes Wasser. Das Geschirr war aus purem Gold, aber das Prunkstück der Schaustellung war der Rubin von unvergleichlicher Größe und Glanz, der an der Brust des Maharadschers funkelte. Es war der berühmte Rubin von Agrapur, über den ich schon sehr viel gehört hatte. Ich bekenne, dass etwas in seiner Tiefe, in dem blutroten, flüssigen Feuer, das in ihm zu lodern schien, mich faszinierte, so dass ich intensiver hinstarrte, als eigentlich höflich zu nennen war. Der Maharadscha bemerkte meine Neugier und erzählte uns die Geschichte des Steines. Er war vor sechs Jahrhunderten in Burma entdeckt und an Balban, den König von Delhi, als Tribut gezahlt worden. Dieser hatte ihn an das Prinzengeschlecht in Agrapur vererbt. Durch die Jahrhunderte war er unzählige Male verloren, gestohlen, verkauft oder als Lösegeld verwendet worden, war aber immer wieder zu seinen königlichen Besitzern zurückgekehrt. Er war die Ursache von Todesfällen, die zu zahlreich sind, um sie alle aufzuzählen. Morde, Selbstmorde, Hinrichtungen. Und einmal löste er einen Krieg aus, in dem die Bevölkerung einer ganzen Provinz zu den Waffen griff. Der Blick des Maharajas traf den Meinigen. Würden Sie ihn gern näher betrachten, Herr Major? fragte er. Halten Sie ihn nahe ans Licht und schauen Sie hinein. Aber passen Sie auf, dass Sie nicht stürzen. Er übergab ihn mir. Als das Licht der Lampe auf den Stein fiel, trat ein seltsames Phänomen ein. Die rote Glut im Innern schien sich wie Rauch zu kräuseln und hochzusteigen. Eine fantastische Landschaft, deren Tiefe man unmöglich ergründen konnte. Die Wirkung dieses außerordentlichen Anblicks war genau so, wie der Maharajas es vorhergesagt hatte. Ich schwankte plötzlich. Ein starker Schwindelanfall überkam mich. Hauptmann Lockhart packte meinen Arm und der Maharajas nahm den Stein lachend wieder an sich. Unser Besuch ging kurz danach zu Ende. Ich sah den Maharajas etwa ein Jahr lang nicht mehr und dann erst im Laufe des schrecklichen Ereignisses, das den Höhepunkt dieser Erzählung bildet. Ein Ereignis, das mir mehr Schmach und Unglück bringen sollte, als ich es für möglich gehalten hätte. Möge Gott mir gnädig sein und mir vergessen gewähren und möge dies bald geschehen. Das folgende Jahr nach diesem Ereignis war eine Zeit der Vorboten der schrecklichen Katastrophe, die durch die Meuterei über uns hereinzubrechen drohte. Es ist nicht meine Absicht, mich über die Schrecken und Gräuel der Meuterei auszulassen. Es genügt zu erwähnen, dass ich unter den wenigen war, die überlebten und mit mir überlebten drei andere, in deren Schicksal der Rubin weiterhin eine große, bedeutende Rolle spielt. Ich schreibe nun... Sally schaute auf. Der Zug war in einen Bahnhof eingefahren. Sie sah ein Schild, auf dem Chatham stand. Sie machte das Buch zu. Ihr schwirrte der Kopf vor seltsamen Bildern. Drei weitere hatten überlebt, schrieb der Major. Ihr Vater und sie, kam ihr sofort der Gedanke. Und der dritte? Sie öffnete das Buch wieder, machte es aber hastig wieder zu, als die Waggon-Tür aufging und ein Mann hereinkam. Er war flott gekleidet, ein heller Tweetanzug und eine auffällige Nadel in der Krawatte. Er zog vor Sally den Bowler, bevor er sich hinsetzte. »Ein Tag, Miss?« »Guten Tag.« Sie schaute weg, zum gegenüberliegenden Fenster hinaus. Sie hatte keine Lust auf eine Unterhaltung und etwas in dem vertraulichen Lächeln dieses Mannes störte sie. Der Zug dampfte aus dem Bahnhof und der Mann beachtete sie nicht mehr. Sie saß still da und starrte auf die Moorlandschaft hinaus. Die Zeit verstrich. Schließlich fuhr der Zug unter das gläserne Vordach des Bahnhofs London Bridge. Rufe von Gepäckträgern ertönten, Waggons stießen ratternd aneinander. Sally setzte sich auf und rieb sich die Augen. Sie hatte geschlafen. Die Abteiltür stand offen. Der Mann war verschwunden und mit ihm das Buch. Er hatte es gestohlen und das Weite gesucht. Im Banne des Opiums Erschrocken sprang sie auf und stürzte zur Tür. Aber der Bahnsteig war überfüllt und das Einzige, woran sie sich erinnerte, waren der Tweetanzug und der Bowler des Mannes. Und davon gab es Dutzende. Sie kehrte ins Abteil zurück. Ihre Tasche lag in der Ecke, in der sie gesessen hatte. Sie bückte sich, um sie aufzuheben, und bemerkte dabei auf dem Boden unter der Ecke des Sitzes ein paar Blätter. Sie mussten herausgefallen sein und der Dieb hatte sie nicht bemerkt. Die meisten waren leer, aber auf einem Blatt standen ein paar Zeilen, die die Fortsetzung von einem anderen Blatt darstellten. Die Stille lautete einem dunklen Platz unter einem geknoteten Tau. Drei rote Lichter beleuchten die Stille gut, wenn der Mond das Wasser anzieht. Du brauchst es nur zu nehmen, es ist ein Geschenk von mir an dich, und auch vor dem englischen Gesetz ist es dein Eigentum. an tequam heg legis mortuus ero utinam ex animo hominum tam ke leriter memoria mea discedat. Sally, die kein Latein konnte, faltete das Papier, legte es in ihre Tasche und machte sich tief enttäuscht auf den Weg zu Mrs. Reese. Währenddessen fand in Wapping eine düstere kleine Zeremonie statt. Einmal am Tag brachte Adelaide auf Mrs. Hollands Geheiß dem Herrn im zweiten Stock einen Teller mit Suppe. Mrs. Holland hatte Matthew Bedwells Sucht sehr frühzeitig entdeckt, und die hatte ihre bösartige alte Neugier mächtig erregt. Denn ihr Gast hatte Bruchstücke einer äußerst interessanten Geschichte zu erzählen. Er fantasierte und faselte von Fantasiebildern, die von den schmutzigen Wänden auf ihn zuzukommen schienen. Mrs. Holland hörte geduldig zu und versorgte ihn ein bisschen mit der Droge. Stück für Stück fügte sich alles zu einem Ganzen zusammen, und sie entdeckte, dass sie auf einer Goldgrobe saß. Bedwells Geschichte betraf die geschäftlichen Angelegenheiten der Schifffahrtsagentur Lockhart und Selby. Mrs. Holland spitzte die Ohren, als sie den Namen Lockhart hörte. Sie hatte so ihr eigenes Interesse an dieser Familie, und sie war überrascht von diesem Zufall. Sie merkte, dass man die Geschichte nun unter einem völlig neuen Aspekt anzusehen hatte, der Verlust des Schoners Lavinia, der Tod des Eigentümers, die ungewöhnlich hohen Gewinne der Firma aus dem China-Geschäft und tausend andere Dinge. Was nun Bedwell betraf, so war dieser zu hilflos, etwas zu unternehmen, und Mrs. Holland war sich nicht ganz sicher, ob sie schon das ganze Wissen, das in seinem Hirn brodelte, aus ihm herausgepresst hatte. Adelaide stieg die Treppe zu Bedwells Schlafzimmer hinauf. Drinnen herrschte Stille. Sie schloss die Tür auf und hielt den Atem an. Sie verabscheute die stickige, dumpfe Luft und die feuchte Kälte, die ihr entgegenschlugen. Der Herr lag auf der Matratze und hatte eine grobe Decke bis auf die Brust hochgezogen. Seine Augen folgten ihr, als sie eine Schüssel Suppe auf einen Stuhl in der Nähe stellte. »Better late«, flüsterte er. »Ja, Sir.« »Was hast du denn da?« »Suppe, Sir.« »Mrs. Holland sagt, dass Sie sie aufessen sollen.« »Hast Sie eine Pfeife für mich?« »Nach der Suppe, Sir.« Er richtete sich unter Schmerzen und Mühen auf und sie stellte sich an die Wand. Bloß ein Schatten. Nach ein paar Löffeln schob er die Schüssel beiseite. »Schmeckt überhaupt nicht«, sagte er. »Wo ist die Pfeife?« »Sie müssen's aufessen, Sir. Sonst bringt mich Miss Holland um«, bat Adelaide. »Ist du's doch. Du kannst's brauchen«, antwortete er. »Nur mach schon. Die Pfeife, Mädchen!« Widerstrebend öffnete sie den Schrank und nahm eine lange, schwere Pfeife heraus. »Legen Sie sich hin«, befahl sie. »Da sind Sie schnell hinüber. Sie müssen sich hinlegen, sonst stürzen Sie.« Er gehorchte dem kleinen Mädchen. Das kalte, graue Licht der Dämmerung, das mühsam durch das schmutzige, winzige Fenster drang, gab der Szene einen düsteren Anstrich. Ein Insekt kroch träge über das schmierige Kissen, als Adelaide ein brennendes Streichholz an das Opium hielt. Bedwell saugte am Mundstück und der süße, berauschende Rauch wurde in die Pfeife gesogen. Sie hasste es. Sie hasste, was es ihm antat. »Mehr«, murmelte er. »Es gibt nichts mehr«, flüsterte sie. »Ach, Adelaide«, jammerte er mehr. »Aber nur noch einmal.« Wieder zündete sie ein Streichholz an, wieder blubberte und rauchte das Opium. Der dichte Qualm im Zimmer verursachte ihr Schwindelgefühle. »Weiste, dass ich nicht die Kraft habe, aufzustehen und zu gehen?« fragte er. »Wenn er im Opiumrausch war, geschah etwas Seltsames mit seiner Stimme. Sie klang kultiviert und sogar sanft. Obwohl ich Tag und Nacht dran denke, oh Adelaide. Die sieben Wohltaten. Nein, nein, ihr Teufel, Dämonen, lasst mich in Frieden!« Er fing an zu toben. Adelaide wagte nicht zu gehen. Aus Angst, Mrs. Holland, könne sie fragen, was der Herr gesagt habe. Andererseits hatte sie Angst zu bleiben, denn seine Worte erfüllten sie mit Schrecken. Die sieben Wohltaten. Dieser Ausdruck war in letzter Zeit zweimal erwähnt worden und jedes Mal voller Angst. Plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er wurde leuchtend und vertrauensvoll. »Lockert«, sagte er, »ich erinnere mich jetzt. Adelaide, bist du da?« »Ja, Sir«, flüsterte sie. »Versuch, etwas für mich zu behalten, ja?« »Ja, Sir«, »ein Mann namens Lockert hat mich gebeten, seine Tochter ausfindig zu machen. Ein Mädchen namens Sally. Ich habe eine Nachricht für sie. Sehr wichtig. Kannst du sie finden für mich?« »Ich könnte es versuchen, Sir«, »braves Mädchen. Oh, guter Gott, was tue ich bloß?« fuhr er hilflos fort. »Schau mich an, schwach wie ein Baby. Was würde bloß mein Bruder sagen?« »Sie haben einen Bruder, Sir?« »Ein feiner Mensch«, mummelte er, »mein Zwillingsbruder. Unsere Körper sind gleich, aber sein Geist ist hell und klar, während meiner böse und verkommen ist. Er ist geistlicher, heißt Nicholas, Pfarrer Nicholas Bedwell. Hast du Geschwister?« »Nein, Sir«. »Leben deine Eltern noch?« »Mutter habe ich keine, aber einen Vater. Er ist Werbeoffizier.« Das war eine Lüge. Adelaides Mutter war zwei Wochen nach der Geburt verschwunden, aber sie hatte sich einen Vater erfunden, einen so hervorragenden und stattlichen Mann, wie sie in ihrem kümmerlichen Dasein nie einen erlebt hatte. »Feine Männer«, murmelte Bedwell. Er schloss die Augen. »Schlafen Sie, Sir«, flüsterte sie. »Sag ihr nichts von dem, was ich gesagt habe. Sie ist eine böse Frau.« »Ja, Sir«. Und dann begann er wieder zu toben. Der Raum füllte sich mit Geistern und chinesischen Dämonen. Adelaide saß in der Dunkelheit, hielt seine Hand und dachte nach. Botschaften Seit Mr. Hicks Tod war das Leben im Büro langweilig geworden. Jim, der Botenjunge, hatte an diesem Nachmittag nichts Besseres zu tun, als Papierkügelchen auf das Porträt der Königin Victoria über dem Kamin in der Portiersloge zu schnipsen. Als Adelaide kam und an die Scheibe klopfte, nahm er zuerst keine Notiz davon. Der Portier öffnete das Fenster und fragte »Was willst du?« »Miss Lockhart«, flüsterte Adelaide. Jim hörte es und schaute auf. »Was willst du denn von ihr?« fragte Jim. »Misch dich nicht rein, du Esel«, wies ihn der alte Mann zurecht. Jim schnipste dem Portier eine Papierkugel an den Kopf. »Wenn du eine Nachricht für Miss Lockhart hast, sag's mir. Komm!« Er ging mit Adelaide an die Treppe außer Hörweite des Portiers. »Wie heißt du denn?« fragte er. »Adelaide.« »Und was willst du von Miss Lockhart?« »Weiß nicht.« »Wer hat dich denn geschickt?« »Ein Herr.« Er näherte sein Gesicht dem Ihren, um sie besser zu verstehen und nahm den muffigen Geruch von Hollands Pension wahr, die in ihren Kleidern hing. »Hast du je von den sogenannten sieben Wohltaten gehört?« Sie hatte davon gehört und sie hatte Angst. Sie schien in ihrem Mantel zusammenzuschrumpfen. »Du hast davon gehört, oder?« Sie nickte. »Also, was bedeutet das? Es ist wichtig.« »Weiß nicht.« »Wo hast du davon gehört?« Sie verzog den Mund und schaute weg. »Hör mal, du musst mir von den sieben Wohltaten berichten. Hier gibt's einen Mann, der deshalb gestorben ist.« Er erzählte ihr, was passiert war. »Ich muss Miss Lockhart suchen, das will er,« sagte sie, als er fertig war. »Bloß, Mrs. Holland darf ich nix sagen. Die bringt mich sonst um.« »Also, was hat er gesagt?« Stockend berichtete sie. »Also gut,« meinte Jim schließlich. »Ich hole Miss Lockhart und du kannst dann mit ihr sprechen. Einverstanden?« »Nein, das geht nicht. Ich kann nie nicht weg, bloß wenn Mrs. Holland mich wegschickt. Die bringt mich sonst um.« »Die bringt dich doch nicht um, verdammt noch mal. Du musst herkommen.« »Ich kann nicht. Sie hat schon das andere kleine Mädchen, das bei ihr war, umgebracht. Sie hat ihre ganzen Knochen rausgenommen, hat sie mir erzählt.« »Wie willst du denn dann Miss Lockhart finden?« »Weiß nicht.« »Verflick's noch mal.« »Hör zu. Ich komme jeden Abend auf dem Heimweg durch Wapping. Da können wir uns irgendwo treffen und du sagst mir, was passiert ist. Wo kannst du mich treffen?« Sie blickte zu Boden. »Bei den alten Stufen?« »Gut. Jeden Abend bei den alten Stufen. Um halb sieben.« »Ich muss jetzt gehen.« »Vergiss es ja nicht«, rief er. Aber Adelaide war schon verschwunden. »Frei Tag, 25. Oktober 1872.« Liebe Miss Lockhart, ich möchte Ihnen gern mitteilen, dass ich etwas über die sieben Wohltaten in Erfahrung gebracht habe. In Hollands Pension, Hangmansworth Wapping, hält sich zur Zeit ein Herr namens Mr. Bedwell auf. Er nimmt Opium und hat von ihnen gesprochen. Er hat auch die sieben Wohltaten erwähnt, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Die Vermieterin heißt Mrs. Holland. Man kann ihr nicht trauen. Wenn Sie zum Musikpavillon in Klagenwald Gardens kommen, kann ich Ihnen mehr sagen. Seien Sie versichert, dass ich Ihr treuer und ergebener Diener bin, Jim T. Esquire.« Soweit Jims Brief. Ein Muster an Geschäftskorrespondenz. Er gab den Brief auf, im Vertrauen darauf, dass er noch am selben Tag zugestellt würde. Sally stand in Klagenwald Gardens und wartete auf Jim. Der Regen hatte schon Hut und Mantel durchnässt. Aber sie musste nicht lange warten. Jim schleppte sie zu dem leeren Musikpavillon, der inmitten eines sumpfigen Rasenstücks stand. »Hier rein«, sagte er, und hob ein loses Brett an der Seite der kleinen Bühne hoch. Sie folgte ihm zwischen Klappstuhlreihen hindurch und kam dann zu einem höhlenähnlichen Gewölbe, in dem Jim einen Kerzenstummel anzündete. Jim wiederholte alles, was Adelaide ihm berichtet hatte. »Na, wie findest du das?« fragte er, als er fertig war. »Jim, das stimmt sicher. Mrs. Holland, das ist die Frau, die Major Marchbanks gemeint hat, gestern ihn kennt.« Sie berichtete ihm, was geschehen war. »Ein Rubin?«, sagte er ehrfurchtsvoll. »Aber ich weiß nicht recht, wie das alles zusammenpasst. Major Marchbanks hat zum Beispiel nie von den sieben Wohltaten gehört.« »Und der Kerl da von Adelaide hat nix von dem Rubin erzählt. Vielleicht besteht da gar kein Zusammenhang.« »Und ob da ein Zusammenhang besteht,« sagte Sally. »Das bin ich.« »Und Mrs. Holland?« Es gab eine Pause. »Ich muss ihn sprechen,« sagte Sally. »Das geht nicht. Nicht, solange Mrs. Holland ihn in den Fängen hat. Übrigens, er hat einen Bruder, der Pfarrer ist. Heißt Nicholas. Es sind Zwillinge.« »Pfarrer? Nicholas Bedwell? Ob wir ihn finden könnten? Vielleicht könnte er seinen Bruder rauskriegen. Er ist opiumsüchtig,« sagte Jim. »Und Adelaide sagt, dass er einen Horror vor Chinesen hat. Immer wenn er einen Chinesen in seinen Wahnvorstellungen sieht, fängt er an zu schreien.« Sie schwiegen eine Weile. »Hätte ich bloß das Buch nicht verloren,« sagte Sally schließlich. »Du hast es doch nicht verloren. Sie hat's klauen lassen.« »Glaubst du wirklich?« »Aber es war ein Mann. Er ist in Chatham zugestiegen.« »Warum sollte irgendjemand scharf auf so ein olles, schäbiges Buch sein, so ganz ohne Grund? Klar steckt die dahinter.« »Dann hat sie also das Buch.« »Oh, Jim, das macht mich noch verrückt.« »Warum?« »Du hast aber eine lange Leitung.« »Den Rubin will sie natürlich.« »Was steht denn da auf dem Fetzen, den er nicht erwischt hat?« Sie zeigte es ihm. »Da! Nimm ihn,« steht da. »Er hat ihn irgendwo versteckt und lässt dich das Versteck wissen.« »Wenn sie den Rubin will, dann ist sie hinter dem Fetzen daher. Da kannst du Gift draufnehmen.« Am Abend darauf saßen drei Leute in der Küche in Hollands Pension. Adelaide saß unbeachtet in der Ecke. Mrs. Holland saß am Tisch und blätterte in Major Marchbanks Buch. Die dritte Person war ein Besucher, der einen hellen, karierten Anzug trug. Einen braunen Bowler hatte er nach hinten geschoben. In seiner Krawatte glitzerte eine Nadel. Mrs. Holland sagte, »Gute Arbeit geleistet, Mr. Hopkins. Gut gemacht.« »Mar ganz einfach,« sagte der Besucher bescheiden. »Sie ist eingeschlafen. Hab's ihr bloß vom Schoß nehmen brauchen.« »Prima. Wie wär's mit einem anderen Job?« »Jederzeit. Immer zu ihren Diensten.« »In Hoxton gibt's einen Anwalt namens Blythe. Letzte Woche hat er was für mich erledigt, aber es ist schiefgegangen. Deswegen hab ich nach Kenten müssen, um das wieder in Ordnung zu bringen.« »Und dem Anwalt da wollen Sie gern Denkzettel verpassen, was?« »So ungefähr, Mr. Hopkins.« »Ich glaub, das könnte ich deichseln,« meinte er. »Komisch, das Buch da, hä?« »Nicht für mich,« antwortete Mrs. Holland. »Ich kenn die Geschichte auswendig.« »Ach so?« sagte Mr. Hopkins vorsichtig. »Aber für die junge Dame wär's interessant. Wenn Sie das in den Finger bekämen, wär's ne Katastrophe. Dann könnte ich meine ganzen Pläne aufgeben.« »Tatsächlich?« »Deswegen muss sie einen Unfall haben.« »Ich verstehe nicht ganz, Mrs. Holland.« Aber sie hörte nicht mehr zu. Ihre alten Augen hatten sich verengt. Sie las die letzte Seite des Buches, blätterte nochmals und schleuderte es schließlich fluchend auf den Boden. Mr. Hopkins wich nervös zurück. »Was ist denn?« fragte er. »Sie Arschloch! Sie Mistkerl! Sie haben die wichtigste Seite verloren!« »Sie haben doch gesagt, Sie wüssten alles auswendig, Ma'am!« Sie warf ihm das Buch zu. »Lesen Sie mal das, wenn Sie überhaupt können!« Ihr horniger alter Finger zeigte auf den letzten Abschnitt im Buch. »Ich habe deshalb den Rubin aus der Bank genommen. Es ist die einzige mir verbleibende Chance, mich zu erlösen und etwas aus meinem verfuschten Leben zu retten. Mein Testament ist annulliert worden. Ich werde ohne Testament sterben. Aber ich möchte, dass du den Stein bekommst. Ich habe ihn versteckt und, um ganz sicher zu gehen, werde ich in einem Geheimcode verschlüsseln, wo er sich befindet. Er ist an...« Hier brach die Schrift ab. Er schaute sie an. »No, Mr. Hopkins! Sehen Sie jetzt, was Sie angerichtet haben!« Er war nicht drin, Ma'am, das schwöre ich. »Ich habe was von einem Unfall gesagt, oder?« Er schluckte. »Ach, so einen kleinen Unfall werden Sie doch arrangieren können! Das werden Sie machen, Mr. Hopkins! Einblick in die Zeitung morgen und Sie werden genau das tun, was ich will!« »Was soll denn das heißen?« »Das werden Sie schon sehen,« antwortete sie. »Sie bringen mir den Fetzen dabei und dann bringen Sie das Mädchen um die Ecke.« »Das tue ich nicht,« sagte er unglücklich. »Oh, doch, Mr. Hopkins! Darauf können Sie Gift nehmen!« Geldgeschäfte Mr. Hopkins brauchte nicht lange, um den Artikel in der Zeitung zu finden. Geheimnisvoller Tod eines pensionierten Majors Hausangestellte berichtet von Mann in kariertem Anzug Die Polizei von Kent wurde heute Morgen nach Fallen House Wellness gerufen, wo Major George Marchbanks unter geheimnisvollen Umständen den Tod gefunden hatte. Sein Leichnam wurde von der Haushälterin Mrs. Thorpe in der Bibliothek entdeckt. Er war offensichtlich erschossen worden. Der Major lebte zurückgezogen. Seine Haushälterin war der einzige Dienstbote. Die Polizei versucht nun, einen Mann mit einem karierten Anzug, einem Bowler und einer Diamantnadel ausfindig zu machen. Dieser Mann besuchte Major Marchbanks am Morgen seines Todes. Man nimmt an, dass eine Auseinandersetzung stattgefunden habe. Major Marchbanks war Witwer. Es gibt keine überlebenden Familienangehörigen. Er diente viele Jahre in Indien. Du alte Hexe! Mr. Hopkins war außer sich vor Wut. Du Ars, du alte berechnete Kuh! Ich werd... Aber er saß in der Falle, und er wusste es. Wenn er nicht tat, was sie wollte, würde Mrs. Holland irgendeinen unumstößlichen Beweis erbringen, die ihn für einen Mord, den er nicht begangen hatte, an den Galgen brächte. Er seufzte tief, zog sofort seinen Anzug aus und einen neuen, dunkelblauen an. Was war das für ein Spiel, das Mrs. Holland da spielte, wenn Mord zum Einsatz gehörte? Mrs. Rees' Dienstmädchen Ellen hasste Sally. Mrs. Holland hatte Sallys Adresse in Erfahrung gebracht, und Mr. Hopkins' glatte Manieren taten den Rest. Er stellte sich Ellen als Detektiv vor und behauptete, Sally sei eine Diebin und habe einige Briefe gestohlen. Äußerst heikle Angelegenheit. Hoch angesehene Familie. All dies war natürlich aufgeplustert, aber für Ellen war es ein gefundenes Fressen. Die Unterhaltung fand auf der Treppe statt. Sehr schnell hatte sie sich überreden lassen, Mr. Hopkins heimlich ins Haus zu lassen, nachdem alle zu Bett gegangen waren. Also öffnete sie gegen Mitternacht die Küchentür, und Mr. Hopkins ging nach oben zu Sallys Zimmer. Er bewegte sich völlig geräuschlos, signalisierte Ellen, dass sie zu Bett gehen und ihm diese Aufgabe überlassen könne. Er drehte am Türgriff und öffnete die Tür. Durch die dünnen Vorhänge drang genügend Licht von einer Gaslampe auf dem Platz draußen, so dass er recht gut sehen konnte. Zwei Minuten lang stand er ganz still, um sich zu orientieren. Das einzige Geräusch im Raum war Sallys ruhiges Atmen. Dann setzte er sich in Bewegung. Er wusste, wo sie ihre Papiere aufbewahrte, Ellen hatte ihn ausführlich informiert. Hopkins leerte Sallys Tasche auf den Teppich, und dann fand er die Pistole. Er hob die Waffe auf, wog sie in der Hand und steckte sie in die Tasche, zusammen mit allen Papierfetzen, die herumlagen. Dann stand er da und blickte sich um. Sollte er etwa alle Schubladen durchsuchen? Es war schon saublöd, von einem Mann zu verlangen, er solle so einen dämlichen Fetzen Papier stehlen. Aber die Pistole, die lohnte sich. Aber deswegen brachte er Sally noch lange nicht um. Er schaute sie an. Hübsches Mädchen, dachte er, ein Kind noch. Wäre er ein Jammer, wenn Mrs. Holland sie in ihre Fänge kriegen würde. Und er verschwand so leise, wie er gekommen war. Aber er kam nicht weit. Als er um eine dunkle Ecke im Straßendschungel hinter Holborn bog, kam alles ganz plötzlich. Das Messer, das ihm in die Rippen gestoßen wurde, war kalt, sehr kalt, sodass sein Herz sofort aussetzte. Sein letzter Gedanke war, bloß nicht die Gosse, mein neuer Mantel, der Dreck. Hände fuhren in seine Taschen. Eine Uhr mit Kette, ein silberner Flachmann, ein goldenes 20-Schilling-Stück, eine Diamantennadel in der Krawatte, ein paar Papierfetzen und eine Pistole. Leises Lachen ertönte und verhallende Schritte. Ah, bemerkte Mrs. Reese beim Frühstück, unser werter Gast bequemt, sich zu uns herunterzukommen. Und ungewöhnlich früh noch. Tante Caroline, ich bin bestohlen worden, sagte Sally. Mrs. Reese sah sie völlig überrascht an. Ich verstehe nicht, sagte sie. Irgendjemand ist in mein Schlafzimmer gekommen und hat mich bestohlen. Haben Sie das gehört, Ellen, sagte Mrs. Reese zu dem Mädchen, das gerade den Toast brachte. Miss Locke hat behauptet, in meinem Haus beraubt worden zu sein. Als ich aufgewacht bin, war meine Tasche durchwühlt und es hat Verschiedenes gefehlt. Mrs. Reese hatte einen roten Kopf bekommen. Sally hatte sie noch nie so wütend gesehen und wich ängstlich einen Schritt zurück. Sehen Sie, Ellen, sehen Sie, sie erwidert unsere Gastfreundschaft, indem sie vorgibt, das Opfer eines Diebstahls zu sein. Sagen Sie mir, Ellen, ist ins Haus eingebrochen worden? Gibt es zerschlagene Fenster und Fußspuren? Sind andere Räume verwüstet? Sagen Sie es mir! Nein, Ma'am, antwortete das Mädchen ergeben flüsternd und vermied es Sally anzuschauen. Alles ist an seinem Blatt, Ma'am. Auf Ihr Wort kann ich mich wenigstens verlassen, Ellen. Dann sag mir, Miss, sie wandte sich Sally mit einem hohen Lächeln zu, sag mir, warum diese Räuber, die das Haus gar nicht betreten haben, ausgerechnet bei dir etwas holen wollten. Papiere, antwortete Sally, die am ganzen Körper zitterte. Papiere, Papiere, tu unverschrittes Ding, lass mich den Tatort sehen. Nein, Ellen, ich kann ohne Hilfe aufstehen. Ich bin auch nicht so alt, dass alle Welt meine Schwäche ausnützen darf. Aus dem Weg, Mädchen, aus dem Weg! So schrie sie Sally an, die verwirrt zwischen Tisch und Tür stand. Ellen machte dienstbeflissen Platz und Mrs. Reese schwankte die Treppe hinauf. Sie schaute sich in Sallies Zimmer um. Die Bettlaken waren zerwühlt, zwei Schubladen standen offen. Ein erbärmlicher kleiner Haufen neben Sallies Tasche auf dem Fußboden. Eine Geldbörse, ein oder zwei Münzen, ein Taschentuch, ein Tagebuch. Sally erkannte, dass der Fall hoffnungslos war. Nun, kam es. Nun, Miss! Ich muss mich geirrt haben, Tante Caroline. Es tut mir leid. Das sagte sie beinahe gelassen. Sie bückte sich, um die Sachen vom Boden aufzuheben und lächelte dabei. Warum grinst du denn so unverschämt, Miss? Mich grinst man nicht so an. Sally schwieg, begann aber ihre Kleider zusammenzufalten. Was machst du denn da? Antworte mir, du unverschämtes Weibsstück! Ich gehe, sagte Sally. Was? Was sagst du? Ich gehe, Mrs. Rees. Ich kann und will hier nicht mehr bleiben. Sally ging zielstrebig zur Tür. Ich werde meine Sachen holen lassen. Adieu. Und sie verließ das Haus. Doch als sie draußen auf dem Bürgersteig stand, war sie ratlos. Wo sollte sie hin? Ein Zeitungskiosk brachte sie auf eine Idee. Mit dem letzten Geld kaufte sie ein Exemplar der Times. Es gab nur eine Seite, die sie interessierte. Nachdem sie einige Notizen auf den Rand der Zeitung gekritzelt hatte, ging sie zum Büro von Mr. Temple in Lincolns Inn. Es war ein schöner Morgen. Die Sonne hob ihre Stimmung. Mr. Tempels Angestellter empfing sie. Sie wurde in sein Büro geführt. Und Mr. Temple, kahl, schlank und munter, stand auf und schüttelte ihr die Hand. Wie viel Geld habe ich, Mr. Temple? fragte sie, nachdem sie sich begrüßt hatten. Er langte nach einem großen Buch. 450 Pfund, zweieinhalbprozentig in Schatzbriefen, 180 Stammaktien der London und South Eastern Railway Company, 200 Vorzugsaktien der Royal Mail Steam Navigation Company, wollen Sie das wirklich alles wissen? Ja, bitte, alles. Sie verfolgte es in der Zeitung, während er vorlas. Er fuhr fort. Und das Einkommen schloss erbeläuft sich auf, runter rausgesagt. Etwa 40 Pfund im Jahr, sagte sie. Woher wissen Sie das? Ich habe es ausgerechnet, während Sie die Liste vorgelesen haben. Guter Gott! Und ich nehme an, ich kann über mein Geld verfügen? Zum großen Teil. Ich habe versucht, Ihrem Vater davon abzuraten, aber es konnte ihn nichts von seiner Meinung abbringen. So habe ich also das Testament nach seinen Anweisungen verfasst. Gut. Mr. Temple, ich möchte, dass Sie veranlassen, 300 Pfund der Schatzbriefe zu verkaufen und gleiche Anteile bei folgenden Gesellschaften zu kaufen. Sein Kinn fiel herunter, aber er schrieb ihre Anweisungen auf. Außerdem fuhr sie fort. Verkaufen Sie bitte diese Vorzugsaktien der Pacific Steam Navigation Company und kaufen Sie Stammaktien der P&O. Das sollte das Einkommen auf etwas über 50 erhöhen. Ich werde mich in etwa einem Monat wieder darum kümmern. Ich nehme an, dass zur Zeit für mich Zahlungen an Mrs. Reese gehen. An Mrs. Reese wurde gezahlt. Ihr blätterte eine Seite um. 100 Pfund beim Tode ihres Vaters. Die Verwalter, zu denen ich gehöre, haben sich geeinigt, dass das Einkommen für sie an Mrs. Reese gezahlt werden sollte, solange sie unter ihrem Dach bleiben. Aha, bemerkte Sally. Diese Frau hatte Sallys ganzes Einkommen erhalten, während sie sie beschuldigte, ihr auf der Tasche zu liegen. Also, ich habe die Sache mit Mrs. Reese besprochen und es wird wohl das Beste sein, wenn das Einkommen ab sofort an mich persönlich gezahlt wird. Könnten Sie veranlassen, dass es auf mein Konto bei der Zweigstelle der London & Midland Bank überwiesen wird? Mr. Temple notierte es, ich sagte aber nichts. Ach, übrigens, Mr. Temple, könnte ich jetzt etwas Geld bekommen? Wie viel möchten Sie abheben? 20 Pfund, bitte. Er öffnete eine Kassette mit Bargeld und zählte das Geld in Goldmünzen ab. Miss Lockhart, ich möchte Sie nur fragen, ist das klug? Ich möchte es so und ich habe das Recht dazu. Ich verspreche Ihnen, Mr. Temple, dass ich Ihnen eines Tages den Grund nennen werde. Oh, da wäre noch was. Hat mein Vater je einen Major Marchbanks erwähnt? Ich habe den Namen schon gehört. Ein Freund aus seiner Armeezeit, glaube ich. Oder eine Mrs. Holland? Er schüttelte den Kopf. Oder so etwas wie die sieben Wohltaten? Eigenartige Bezeichnung. Nein, Miss Lockhart, das hat er nie erwähnt. Mr. Temple, wie steht es eigentlich mit dem Anteil meines Vaters bei seiner eigenen Firma? Er strich sich das Kinn und sah unbehaglich aus. Miss Lockhart, wir werden uns mal unterhalten müssen. Allerdings nicht jetzt, ich habe zu tun. Ihr Vater war ein außergewöhnlicher Mensch und Sie sind eine außergewöhnliche junge Dame. Ich bin beeindruckt. Deshalb werde ich Ihnen etwas mitteilen, was ich eigentlich für später aufheben wollte. Ich mache mir Sorgen. Die Sache steht so, dass Ihr Vater seinen Anteil gänzlich an seinen Partner Mr. Selby für 10.000 Pfund verkauft hat. Und wo ist dieses Geld jetzt? Ja, deshalb mache ich mir Sorgen. Es ist verschwunden. Liebe zur Kunst Im England des Jahres 1872 gab es für eine junge Dame wenig Möglichkeiten auszugehen und vielleicht irgendwo eine Tasse Tee zu trinken. Also ging Sally langsam am Fluss entlang, bis sie eine Bank fand. Der größte Schlag war der Verlust ihrer Pistole. Die drei verloren gegangenen Blätter hatte sie kopiert. Die Botschaft aus dem Osten, Major Marchbanks Brief und das einzelne Blatt aus dem Buch, sie standen in ihrem Tagebuch und waren somit erhalten geblieben. Aber die Pistole war ein Geschenk ihres Vaters gewesen. Am meisten hatte sie jedoch das Bedürfnis, mit jemandem zu reden. Da erinnerte sie sich plötzlich an die Karte, die sie in ihr Tagebuch gesteckt hatte. Frederick Garland, Fotokünstler, 45 Burton Street, London. Sie hatte ja jetzt etwas Geld. Sie winkte einer Droschke und gab dem Kutscher die Adresse. Burton Street war eine heruntergekommene kleine Straße in der Nähe des Britischen Museums. Die Tür zur Nummer 45 stand offen. Sally trat ein und befand sich in einem staubigen, engen, kleinen Laden, der mit verschiedenen Fotogerätschaften vollgestopft war. Es war niemand da, aber Sally konnte laute, heftige Stimmen hören. Eine davon gehörte dem Fotografen. Das tue ich nicht, schrie er. Ich hasse grundsätzlich alle Anwälte. Ich rede nicht von Anwälten, Dorinfi, erscholl die leidenschaftliche Stimme einer jungen Frau. Du brauchst einen Buchhalter und wenn das nicht bald passiert, kannst du den Laden dicht machen. Gewäsch, bleib du bei deiner Schauspielerei. Trampler, da ist ein Kunde im Laden. Ein kleiner, runzeliger Mann hastete ängstlich herbei. Er schloss die Tür hinter sich. Sie wünschen mich? Ich würde gern Mr. Garland sprechen, aber wenn er beschäftigt ist... Sie wollen doch hoffentlich nicht, dass ich ihn hole, oder Miss? bat er. Nein, im Augenblick wohl nicht. Geht's um einen Termin, Miss? Nein, nein. Die Tür ging auf und der kleine Mann duckte sich unter die Theke. Geh hin, wo der Pfeffer wächst, brüllte der Fotograf, hörte dann aber sofort auf. Hallo, sagte er im allerfreundlichsten Ton. Miss Lockhart, nicht wahr? Er wurde plötzlich in den Laden gestoßen und an seiner Stelle stand eine junge Frau. Das rote Haar hing ihr über die Schultern und die Augen blitzten. Du bist schlampig, Frederick Garland, wütete sie. Diese Rechnungen da sind von Ostern und was hast du gemacht? Wofür hast du das Geld ausgegeben? Was hast du je getan, außer... Was ich tue, gewandte sie hierzu, ich arbeite härter als irgendwelche Schmierenkomödianten in so einem Tingeltangel. Was ist zum Beispiel mit dem Polarisationsfilter? Glaubst du, der ist mir zugeflogen und meinen Gelatinefilm entwickeln? Der Teufel soll dein dämliches Gelatinefilm entwickeln holen und überhaupt schmieren, Komödiant? Ich dulde nicht, dass meine Arbeit von irgend so einem zweitklassigen Lichtbildner verhöhnt wird. Lichtbildner, zweitklassig, du kannst noch was erleben, du schwadronierende Marionette. Im nächsten Augenblick wandte er sich seelenruhig Sally zu und sagte höflich, Miss Lockhart, darf ich Ihnen meine Schwester Rosa vorstellen? Komme ich gerade ungelegen? fragte Sally. Nein, antwortete Miss Garland, überhaupt nicht. Wenn Sie fotografiert werden wollen, sind Sie gerade rechtzeitig gekommen. Morgen haben wir den Laden vielleicht schon dicht gemacht. Sie warf ihrem Bruder einen ärgerlichen Blick zu, der lässig abwinkte. Nein, sagte Sally, ich bin eigentlich nur gekommen, weil, also, ich habe Mr. Garland am letzten Freitag getroffen und Sie sind das Mädchen aus Realness. Er hat mir alles erzählt. Kann ich jetzt wieder zu meinen Fotoplatten? sagte der kleine Mann. Ja, gehen Sie nur, Trembler, sagte der Fotograf und setzte sich ruhig auf die Theke. Es tut mir leid, dass ich Sie so überfallen habe, sagte Sally. Ich hätte nicht kommen sollen. Haben Sie Probleme? fragte Rosa. Sally nickte. Geht's wieder um die Hexe? fragte der Fotograf. Ja, aber Sie haben doch gesagt, es tut mir leid, ich habe mitgehört. Sie haben doch gesagt, dass Sie einen Buchhalter brauchen. Meine Schwester behauptet das. Natürlich brauchen wir einen, sagte sie heftig. Der Fotoklown da hat uns schrecklich in die Zwickmühle gebracht. Ich wollte bloß sagen, fuhr Sally schüchtern fort, dass ich gut mit Zahlen umgehen kann. Mein Vater hat mir alles über Buchhaltung und Konten beigebracht. Ich wäre froh, wenn ich helfen könnte. Wissen Sie, ich bin hergekommen, weil ich um Hilfe bitten wollte, aber wenn ich mich nützlich machen könnte, so wäre das doch viel besser, oder? Das Letzte hatte sie etwas unsicher gesagt. Es war ihr nicht ganz leicht gefallen, dies auszusprechen, aber sie war entschlossen, es zu einem Ende zu bringen. Meinen Sie das wirklich? fragte Rosa. Ehrlich, ich weiß, dass ich gut mit Zahlen umgehen kann. Dann wäre es uns ein Vergnügen, sagte Frederick Garland. Miss Lockhart, Essen Sie mit uns zu Mittag? In diesem Bohem-Haushalt bestand das Mittagessen aus einem Krug Bier, den Resten eines großen Stücks Roastbeef, einem Früchtekuchen und einer Tasche voller Äpfel, die Rosa am Abend zuvor von einem ihrer Verehrer bekommen hatte. Sally war hingerissen. Als die Mahlzeit vorbei war, wussten alle über das Geheimnis Bescheid. Sag mal, warum gehst du eigentlich nicht zur Polizei? meinte Frederick. Sie waren, ohne es zu merken, zum Du übergegangen. Ich weiß nicht. Es hat was mit meiner Geburt zu tun oder dem Aufenthalt meines Vaters in Indien und das will ich für mich behalten, bis ich mehr darüber weiß. Du hast ganz recht, sagte Rosa. Die Polizei ist so blöd. Du bist bestohlen worden, gab Frederick zu bedenken. Trotzdem, ich hab's nicht mal dem Anwalt gesagt. Und du bist von zu Hause ausgezogen. Wo willst du den Leben? fragte Rosa. Ich muss mir ein Zimmer suchen. Also, das ist einfach. Wir haben massenhaft Platz. Du kannst erst mal Onkel Websters Zimmer haben. Trembler soll's dir zeigen. Ich muss jetzt zur Probe. Bis später. Und ehe Sally sich bei ihr bedanken konnte, war sie auch schon draußen. Wollt ihr das wirklich? fragte Sally Frederick. Natürlich. Und du kannst ja Miete zahlen. Frederick schrieb etwas auf einen Papierfetzen. Trembler, sagte er. Könnten Sie schnell zu Mr. Ehe gehen und fragen, ob Sie diese Bücher ausleihen können? Klar, Mr. Fred, aber die Platten müssen fertig gemacht werden. Und das Magnesium? Machen Sie es, wenn Sie zurückkommen. Der kleine Mann ging und Sally fragte, heißt er wirklich Trembler? Er heißt Theophilus Malloy, aber seine früheren Partner haben ihn Trembler genannt. Er ist ein erfolgloser Taschendieb. Ich lernte ihn kennen, als er versucht hat, mir was zu klauen. Er war so erleichtert, als ich ihn ertappt habe, dass er praktisch vor Dankbarkeit geweint hat und Seite müsste er bei uns. Aber du hast doch ein Exemplar der Times. Sieh mal, was auf Seite 6 steht. Sally tat überrascht, was er sagte. Unten auf der Seite fand sie eine beunruhigende Nachricht. Major Marchbank's tot, sagte sie. Ich kann es gar nicht glauben. Und dieser Mann, der im karierten Anzug, der hat das Buch gestohlen. Oh, meinst du, er hat zuvor... Mrs. Holland muss ihm eine Nachricht zugespielt haben. Und dann ist er letzte Nacht gekommen und hat den Rest holen wollen. Meine Pistole hat er auch mitgenommen. Du hast doch die Blätter abgeschrieben. Lass mal sehen. Sie öffnete ihr Tagebuch. Er beugte sich darüber und las. Einem dunklen Platz unter einem geknoteten Tau. Drei rote Lichter beleuchten die Stille gut, wenn der Mond das Wasser anzieht. Du brauchst es nur zu nehmen. Es ist ein Geschenk von mir an dich. Und auch vor dem englischen Gesetz ist es dein Eigentum. Antiquam heglegis. Oh, guter Gott. Verstehst du Latein? Es heißt, wenn du dies liest, werde ich tot sein, möge die Erinnerung an mich, wie heißt das Wort gleich, möge ich schnell vergessen sein. Sally wurde plötzlich ganz kalt. Der Major wußte, was passieren würde, sagte sie. Vielleicht war es gar kein Mord, meinte Frederick. Vielleicht war es Selbstmord. Der arme Major, sagte Sally, er war so unglücklich. Tränen stiegen ihr in die Augen. Fred bot ihr ein sauberes Taschentuch an. Er spricht von einem Versteck, das wird klar. Er teilt dir mit, wo sich der Rubin befindet und dass er dir gehört. Ich komme nicht drauf, was das alles soll. Ich auch nicht. Noch nicht. Und dann ist da der Opiumraucher Mr. Bedwell. Ah, Trembler. Da, Mr. Fred, sagte Trembler, der mit drei großen Büchern erschien. Kann ich jetzt wieder zu meinem Platten? Klar. Also, Crockforts Klerikerverzeichnis, Bedwell, Bedwell. Fred blätterte die Seiten eines feierlich aussehenden Bandes durch, bis er fand, wonach er suchte. Bedwell, Pfarrer Nicholas Armbruster, geboren 1842, Schule in Rugby, 1864 Magister Arzium in Oxford, hilfsgeistlicher in St. John's Summertown, Oxford. Es sind Zwillinge, bemerkte Sally. Weißt du, wenn irgendjemand diesen Mann aus Hollands Pension rauskriegen soll, dann sein eigener Bruder. Wir fahren morgen nach Oxford zu ihm. Im Laufe des restlichen Tages erfuhr Sally mehr über die Familie Garland. Fred war 21, Rosa 18 und Haus und Laden gehörten ihrem Onkel Webster Garland. Im Augenblick hielt er sich in Ägypten auf und Frederick trug die Verantwortung mit dem Ergebnis, das Rosa so erbost hatte. Trampler erzählte ihr dies alles, während sie im Hinterzimmer saß und Ordnung in die Rechnungen zu bringen begann. Er ist ein Künstlermiss, das ist das Unglück, sagte er. Es steckt eine Menge Geld im Fotozirkus, aber Mr. Fred ist nicht interessiert an Porträtaufnahmen und Hochzeiten. Ich habe ihn erlebt, wie er eine ganze Woche lang mucksmäuschenstill auf einem Fleck gesessen ist und aufs richtige Licht gewartet hat. Wissen Sie, er macht seine Sache gut, aber er will was erfinden und das verschlingt das Geld so unheimlich schnell. Sie glauben es gar nicht. Miss Rosa ist es, die die Bude in Schwung hält. Rosa war Schauspielerin, wie Fred gesagt hatte, und spielte zur Zeit im Queens Theater. Es war zwar nur eine winzige Rolle, sagte Trampler, aber eines Tages würde sie ein Star sein. Aber bis jetzt war der Lohn mager, obgleich ihr Einkommen den größeren Teil der Einkünfte des Hauses in der Burton Street ausmachte. Aber Herr Frederick hat einen schönen Batzen Geld verdient, meinte Sally, die einen Haufen unordentlicher Quittungen und hingekritzelter Rechnungen sortierte. Sie arbeitete den ganzen Nachmittag weiter. Allmählich lichtete sich das Chaos und es kam eine gewisse Ordnung in das Ganze. Es machte ihr großen Spaß. Endlich hatte sie etwas, was sie verstand und mit dem sie umgehen konnte. Etwas, was Hand und Fuß hatte. Trampler brachte ihr um fünf Uhr eine Tasse Tee und verließ ab und zu den hinteren Raum, um im Laden einen Kunden zu bedienen. Was verkaufen Sie am meisten? fragte Sally. Fotografische Platten und Chemikalien. Mr. Fred hat vor ein paar Monaten einen großen Vorrat an Stereoskopen angelegt, aber die verkaufen sich nicht. Die Leute wollen die Bilder dazu und er hat kaum was. Er sollte welche aufnehmen. Sagen Sie ihm das mal. Ich habe es versucht, aber er will ja nicht auf mich hören. Was mögen die Leute denn am liebsten? Na, Szenen sind am besten. Humorvolle, sentimentale, romantische. Als Fred um sechs Uhr zurückkam, hatte sie die Rechnungen vollständig geordnet. Wundervoll, sagte er fröhlich. Es wird noch einen Tag oder so dauern, um richtig Ordnung da reinzubringen, sagte Sally. Wie sieht's denn aus? fragte Fred. Gut oder mies? Bin ich pleite? Du musst die Leute mahnen, dass sie deine Rechnungen bezahlen, die sie dir schon seit Monaten schulden. Wenn du das reinkriegst, kannst du das meiste zahlen, was du schuldest. Aber du musst es richtig machen und ordentlich buchführen. Es ist notwendig, sonst bist du pleite. Du brauchst nicht mehr Geld, du musst nur das, was da ist, richtig verwalten. Willst du den Job? Ich? Er schaute sie sehr ernst an. Warum nicht? Sie schüttelte den Kopf, zuckte die Achseln, dann nickte sie, zuckte wieder mit den Achseln. Er lachte und sie wurde rot. Schau doch mal, sagte er, du bist doch genau die Richtige. Du musst doch schließlich irgendwas tun. Oder willst du vielleicht Gouvernante werden? Sie schauderte, nein! Warum zögerst du dann? Also gut, ich mach's, vielen Dank. Sie vereinbarten die Bedingungen. Ihr Lohn würde zunächst in freier Kost und Logis bestehen. Wenn der Betrieb Gewinn machen würde, erhielte sie 15 Schilling die Woche. Als dies abgemacht war, fühlte sich Sally irgendwie glücklich. Sie behandelten sie nicht wie ein kleines Mädchen. Wir sind alle ebenbürtig, dachte sie. Das ist so eigenartig. Eine Reise nach Oxford Mrs. Holland erfuhr die Nachricht vom Tod Henry Hopkins von einer alten Bekannten und war beinahe sprachlos vor Wut über Hopkins' Unfähigkeit. Natürlich würde die Polizei nie auf die Spur des Mörders kommen, aber Mrs. Holland hatte die Absicht, dies zu tun. Es drang wie Rauch durch Gassen und Höfe, Straßen und Docks, dass Mrs. Holland von Hangman's Wharf einiges dafür geben würde, den Namen des Mörders von Henry Hopkins zu erfahren. Es gab schon einen Bürger, der sich von Mrs. Holland verfolgt fühlte und das war Samuel Selby. Er war von ihrem Brief völlig überrascht worden. Sehr geehrter Mr. Selby, ich habe die Ehre, die Interessen eines Herrn zu vertreten, der gewisse Informationen hat bezüglich ihrer Geschäftsangelegenheiten im fernen Osten. Dieser Herr wünscht kundzutun, dass er sich gezwungen sieht, in den Zeitungen zu veröffentlichen, was er weiß, wenn bestimmte Forderungen nicht erfüllt werden. Als Beweis seines Wissens hat er mich gebeten, den Schoner Lavinia und einen Seemann namens A. Ling zu erwähnen. In der Hoffnung, dass dieser Vorschlag ihnen zusagt, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen M. Holland, Mrs. P.S. Eine baldige Antwort wäre allerseits willkommen. Er hatte Erpressung für unmöglich gehalten. Die Spuren waren gut verwischt. Und ausgerechnet aus Wapping? Aber nach einem Tag, den er hin und her gerissen zwischen Panik und Gelassenheit verbracht hatte, überlegte er das Ganze noch einmal. In diesem Brief standen Dinge, die niemand hätte wissen dürfen. Richtig. Aber es gab noch mehr belastende Dinge, die nicht einmal erwähnt waren. Und wo war schließlich der Beweis? Wo waren die Rechnungen, die Frachtbriefe, die Schiffspapiere, aus denen man ihm einen Strick drehen könnte? Davon war in dem Brief überhaupt nicht die Rede. Nein, dachte er. Vielleicht ist da weniger dran, als es den Anschein hat. Aber ich muss mich vergewissern. Deshalb schrieb er einen Brief. Dienstag, 29.10.1872. Liebe Mrs. Holland, besten Dank für Ihre Kontaktaufnahme vom 25. des Monats. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass der Vorschlag Ihres Klienten nicht ohne Interesse ist. Ich würde ihn gern zu einem Gespräch in mein Büro am Donnerstag, den 31. um 10 Uhr einladen. Ihr ergebener Diener, S. Selby. Mal sehen, was das bringt, dachte er, während er den Brief formulierte. Er neigte dazu, die Existenz dieses Klienten, dieses geheimnisvollen Herrn, überhaupt anzuzweifeln. Das klang eher nach Hafenklatsch. Nichts weiter. Der Mittwochmorgen war kalt, Nebel lag in der Luft. Fred kündigte Sally beim Frühstück an, dass er mit ihr nach Oxford fahren würde. Ihr könne immer noch ein paar Aufnahmen machen. Er sagte das ganz lässig, aber sie wusste, dass er sie für gefährdet hielt und freute sich über seine Gesellschaft. Die Fahrt war schnell vorbei. Sie aßen im Bahnhofsrestaurant zum Mittag und danach nahm Sally eine Droschke zur Pfarrei St. John und Frederick wollte Gebäude fotografieren. Sei vorsichtig, sagte er beim Abschied. Die Pfarrei St. John befand sich etwa zwei Meilen vom Zentrum von Oxford entfernt, im Dorf Summertown. Die Droschke fuhr die Benbury Road hinauf an den neuen großen Backsteinwählen von Oxford Nord vorbei. Das Pfarrhaus stand neben der Kirche in einer ruhigen kleinen Straße, die von Ulmen gesäumt war. Der Morgennebel hatte sich jetzt gelichtet und eine fahle Sonne schien, als Sally an die Tür klopfte. Der Pfarrer ist nicht da, aber Mr. Bedwell, Miss, sagte das Mädchen, das die Tür öffnete, hier durch, bitte ins Studierzimmer. Vikar Nicholas Bedwell war ein untersetzter Mann mit hellem Haar und humorvollem Gesichtsausdruck. Er bot ihr einen Stuhl an und drehte seinen eigenen vom Schreibtisch weg, um ihr gegenüber sitzen zu können. »Was kann ich für Sie tun, Miss Lockhart?« fragte er leutselig. »Ich habe Nachricht von Ihrem Bruder«, sagte sie. Er sprang auf. »Hab ich's doch gewusst«, schrie er und schlug sich mit der Forst in die Handfläche. »Lebt er? Matthew lebt?« Sally nickte. »Sagen Sie mir alles, was Sie wissen«, bat er mit blitzenden Augen. »Er ist in einer Pension in Wapping. Er ist seit etwa einer Woche oder zehn Tagen dort, glaube ich, und er raucht Opium. Ich glaube nicht, dass er dort weg kann.« Der Gesichtsausdruck des Vikars verdüsterte sich sofort und er sank auf seinen Stuhl. Sally berichtete ihm kurz, wie sie davon gehört hatte, und er hörte intensiv zu und schüttelte den Kopf, als sie geendet hatte. »Vor zwei Monaten bekam ich ein Telegramm«, sagte er. »Man teilte mir mit, dass er tot und dass sein Schiff untergegangen sei. Der Schoner Lavinia. Er war zweiter Mat.« »Mein Vater war auch an Bord«, sagte Sally. »Oh«, rief er aus. »Es hieß, es gab keine Überlebenden.« »Er ist ertrunken.« »Es tut mir so leid.« »Aber Sie sagen, Sie wussten, dass Ihr Bruder lebt?« »Wir sind Zwillinge, misslockert. Unser ganzes Leben lang haben wir die Gefühle des Anderen gespürt, haben gewusst, was der Andere gerade tat, und ich war sicher, dass er nicht tot ist. Ich war dessen so sicher, wie dieser Stuhl hier steht.« Er klopfte auf die Lehne des Stuhls, auf dem er saß. »Kein Zweifel.« »Aber natürlich habe ich nicht gewusst, wo er sich aufhält.« »Sie haben Opium erwähnt.« »Deshalb kann er sich wahrscheinlich nicht losreißen.« »Diese Droge ist die Erfindung des Teufels. Sie hat mehr Leben ruiniert, mehr Vermögen zugrunde gerichtet und mehr Körper vergiftet als sogar der Alkohol. Es gibt Zeiten, wissen Sie, in denen ich gerne diese Pfarrei verlassen und mein Leben dem Kampf dagegen widmen würde. Mein Bruder wurde vor drei Jahren süchtig im fernen Osten. »Ich habe auch das gespürt. Und wenn dem nicht ein Ende gemacht wird, wenn man ihn nicht dazu bringt, aufzuhören, wird es schließlich auch ihn umbringen.« Sally schwieg. Der Vicar starrte wild auf die kalte Feuerstelle. Abgesehen von der Kleidung, die er trug, sah er gar nicht wie ein geistlicher Aus. Nach einer Weile sagte sie, »Ihr Bruder weiß etwas über den Tod meines Vaters. Bestimmt. Das kleine Mädchen hat gesagt, dass er eine Nachricht für mich hat.« Bedwell schaute plötzlich auf. »Wir müssen ihn so bald als möglich dort rauskriegen. Ich kann heute und morgen nicht von der Pfarrei weg, aber Freitag müsste es gehen. Da kann ich was verschieben. Wir holen Matthew am Freitag da raus.« »Aber was ist mit Mrs. Holland?« Adelaide sagt, sie hält ihn wie einen Gefangenen. »Das Opium macht ihn zum Gefangenen. Ja, wir sind schließlich in England. Da kann man nicht Leute gegen ihren Willen gefangen halten. Die Sache hat allerdings einen Haken, « fuhr er etwas ruhiger fort. »Er wird was von dem schrecklichen Zeug da brauchen, um weiterzuleben.« »Ich bringe ihn hierher und schaue zu, dass er von der Droge wegkommt. und ich muss ihn nach und nach entwöhnen. Wie wollen Sie ihn rauskriegen? Ja, wenn notwendig, mit meinen Fäusten, aber könnten Sie was für mich tun und was von dem Zeug beschaffen?« »Ich kann's auf jeden Fall versuchen,« sagte sie. Er fuhr mit der Hand in die Tasche und zog drei zwanzig Schillingmünzen heraus. »Hier, kaufen Sie so viel wie möglich.« Er begleitete sie zur Tür und reichte ihr die Hand. »Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich komme dann am Freitag zu Ihnen in die Burton Street, so gegen zwölf Uhr.« Sally ging zu Fuß nach Oxford zurück, um das Geld für die Droschke zu sparen. Diese ruhigen Häuser und grünen Gärten schienen zu einem anderen Planeten zu gehören. Sie kamen in einem Haus vorbei, in dessen verwildertem Garten drei Kinder gerade ein Feuer anfachten. Bei ihren Rufen und ihrem Gelächter fühlte Sally sich einsam und verlassen. Wohin war ihre Kindheit entschunden? Sie hätte alles darum gegeben, London und Mrs. Holland und die sieben Wohltaten vergessen zu können und in einem dieser großen, komfortablen Häuser zu leben, mit Kindern, Tieren, Freudenfeuern, Unterrichtsstunden und Spielen. Aber es war zu spät. Ihr Vater war gestorben und außer ihr gab es keinen, der die Ordnung wiederherstellen konnte. Erst in anderthalb Stunden sollte sie sich mit Fred treffen. Sie verbrachte sie damit, indem sie sich die Stadt anschaute, zuerst ziellos, aber dann entdeckte sie den Laden eines Fotografen und ging sofort darauf zu. Eine Stunde lang unterhielt sie sich mit dem Besitzer, schaute sich im Laden um und vergaß für eine Weile Whopping, Opium und den Rubin. Habe ich doch gewusst, dass es richtig war, nach Oxford zu fahren, sagte Fred im Zug. Ich habe einen alten Schulkameraden von mir im New College besucht und der hat mich einem Mann namens Chandrasein, einem Inder, vorgestellt. Er kommt aus Agrapur. Tatsächlich? Er ist Mathematiker, na, äußerst wissenschaftlich, äußerst streng. Ich habe ihn gefragt, ob er was über den Rubin von Agrapur weiß. Er war erstaunt. Anscheinend gibt es über den Stein mehr Geschichten als über sonst irgendeinen Gesteinsbrocken in Indien. Und niemand hat ihn seit der Meuterei gesehen. Der Maharaja wurde übrigens ermordet. Wann? Von wem? Na, wohl in dieser Zeit, denn sein Leichnam ist nach der Befreiung von Lackno entdeckt worden, aber keiner weiß, wer es war. Und der Rubin war verschwunden und ist seither nicht wieder aufgetaucht. Und dann hat er mir was Komisches erzählt. Es gibt eine Legende, dass das Böse, das in dem Stein steckt, überdauern wird, bis es von einer Frau, die ihm ebenwürdig ist, bezwungen wird. Ich habe ihn gefragt, was das bedeuten solle, und da hat er gesagt, dass er keine Ahnung habe und alles Aberglaube sei. Major Marchbanks schrieb zu Beginn seines Buches, ich vergesse eine genaue Formulierung immer, aber ich glaube, er hat es schrecklich genannt. Der Mord an der Maharaja. Glaubst du, dass er es war? Nein, unmöglich. Sie schüttelte den Kopf und eine Weile schwiegen sie. Dann nahm Fred den Faden wieder auf. Und was hast du rausgefunden? Auf dem Bahnhof hast du gesagt, du müsstest mir was sagen. Mit einiger Anstrengung riss er sich vom Thema Indien los. Räumliche Abbildungen, sagte sie. Ich habe ungefähr eine Stunde im Geschäft eines Fotografen zugebracht. Weißt du, wie viele Leute reinkamen und solche räumlichen Abbildungen gekauft haben, als ich dort war? Sechs, in nur einer Stunde. Weißt du, wie viele in deinem Laden danach gefragt haben? Keine Ahnung. Trembler sagt, dass die Leute danach am meisten fragen. Wozu hast du denn die ganzen Stereoskope gekauft, wenn du die dazugehörigen Bilder nicht verkaufst? Aber wir verkaufen stereografische Kameras. Die Leute können die Bilder doch selbst aufnehmen. Aber sie wollen es nicht. Und es ist besser, wenn ein Fachmann die stereografischen Aufnahmen macht. Die Leute mögen halt Bilder von fernen Ländern, etwas, das sie eben nicht selbst anschauen können. Und? Was hast du fotografiert? Och, Häuser und so. Du könntest doch zum Beispiel stereografische Aufnahmen von Orten wie Oxford und Cambridge machen und sie dann als Städtereihe verkaufen. Die Colleges von Oxford oder die Brücken von London oder berühmte Schlösser. Ehrlich, Fred? Du könntest davon Tausende verkaufen. Er kratzte sich am Kopf. Ich weiß nicht so recht, sagte er schließlich. Aufnehmen könnte ich die Bilder leicht. Es ist auch nicht schwieriger als normale Aufnahmen. Aber verkaufen könnte ich sie nicht. Aber ich? Vielleicht hast du recht. Hast du noch mehr Ideen auf Lager? Eine ganze Menge. Zum Beispiel die Waren anders ausstellen und Werbung machen. Sie brach ab. Was ist? fragte er. Fred, kannst du mir helfen, etwas Opium zu kaufen? Madame Chung Am nächsten Tag nahm Frederick Sally mit ins East End. Im Jahr zuvor hatte er seinem Onkel bei einem Projekt geholfen, bei dem sie Londoner Alltagsszenen fotografierten und Fred hatte im Verlauf des Projekts eine Reihe von Bekanntschaften gemacht, einschließlich der Besitzerin einer Opiumhöhle, einer Dame namens Madame Chung. Meistens sind diese Opiumhöhlen scheußlich, sagte er, als sie in der Pferdebahn saßen. Ein Brett zum Draufliegen, eine schmutzige Decke und eine Pfeife, das ist alles. Aber Madame Chung kümmert sich um ihre Kunden und sie hält auf Sauberkeit. Wahrscheinlich, weil sie das Zeug nicht selbst nimmt. Warum greift die Regierung da nicht ein? Weil die Regierung das Zeug selbst anbaut und verkauft und einen ganz schönen Gewinn damit macht. Das kann doch nicht sein. Weißt du eigentlich nichts von Geschichte? Nein, nicht viel. Wir haben vor 30 Jahren einen Krieg wegen Opium geführt. Die Chinesen haben Widerstand gegen englische Kaufleute geleistet, die Opium ins Land geschmuggelt haben. Sie haben versucht, es zu verbieten. Deshalb haben wir dann einen Krieg angefangen und sie gezwungen, es zuzulassen. In Indien wird es unter der Aufsicht der Regierung angebaut. Aber das ist doch furchtbar. Und unsere Regierung lässt das immer noch zu? Ich kann das nicht glauben. Das Fuhrwerk hatte an der Haltestelle West India doch kalt gemacht. Sie schlugen den Weg nach rechts ein, auf den Fluss zu. Barfüßige Kinder spielten schmutzig und zerlummt im Abfall und mitten in stinkenden Wasserlachen, die sich überall zwischen dem Kopfsteinpflaster gebildet hatten. Frauen, die an der Haustür standen, schwiegen plötzlich, als sie vorbeigingen und starrten mit feindseligem Blick hinter ihnen her. Sie sehen so alt aus, dachte Sally. Sogar die Kinder hatten spitze Greisengesichter. Einmal stießen sie am Eingang zu einem engen Hof auf eine Gruppe Männer. Ihre Kleidung war zerrissen und dreckverschmiert. Arbeitslos, die armen Kerle, sagte Fred, als sie um die Ecke bogen. Aber es muss doch Arbeit auf den Schiffen oder auf den Docks geben oder sonst irgendwas. Man braucht doch immer Arbeiter, oder? Nein, eben nicht. Kurz darauf kamen sie zu einer schmutzigen Holztür in einer schmutzigen Gasse. Neben der Tür war ein Schild, auf dem chinesische Buchstaben in Schwarz und Rot gemalt waren. Fred zog am Klingelzug und gleich darauf wurde die Tür von einem alten Chinesen geöffnet. Er verneigte sich vor ihnen und machte Platz, als sie eintraten. Sally schaute sich um. Sie waren in einem Vorraum, der mit einer eleganten Tapete ausgestattet war. Das ganze Holz war in einem dunklen, glänzenden Rot lackiert und von der Decke hing eine verzierte Laterne. Ein intensiver, süßlicher Geruch hing in der Luft. Der Diener verschwand und kam nach einer Weile mit einer Chinesin mittleren Alters wieder, die ein reich besticktes Gewand trug. Sie verneigte sich und deutete mit einer Handbewegung auf einen Raum im Innern. Bitte ergebenst, mein bescheidenes Haus zu betreten, sagte sie. Sie, Sir, sind Mr. Frederick Garland, der Lichtbildner. Aber ich hatte noch nicht die Ehre, die Bekanntschaft ihrer schönen Gefährtin zu machen. Sie betraten den Raum. Während Fred erklärte, wer Sally war und was sie wollten, schaute sich Sally erstaunt um. Die Beleuchtung war ganz schwach. Nur zwei oder drei chinesische Laternen durchdrangen die rauchige Dunkelheit. Alles, was in dem Raum angemalt oder lackiert werden konnte, hatte die gleiche blutrote Farbe und auf den Türrahmen und den Balken an der Decke schlängelten sich geschnitzte, geifernde Drachen, die vergoldet waren. An der Wand, es war ein großer, langer Raum, befanden sich in bestimmten Abständen niedrige Ruhe bitten und auf jedem lag ein Mann, der offensichtlich schlief. Hinter ihr sprachen Fred und Madame Chung mit leiser Stimme. Sally schaute sich nach einem Sitzplatz um, sie fühlte sich schwindelig. Der Rauch der frisch angezündeten Pfeife umhüllte sie süß, verlockend und eigenartig. Sie atmete einmal ein, dann noch einmal und plötzlich ist dunkel, erdrückende Hitze. Sie hatte ihren Albtraum. Sie lag da, mit weit geöffneten Augen. Ungeheure, krampfartige Angst drückte auf ihr Herz. Sie versuchte, sich zu bewegen, konnte es aber nicht. Sie war sich bewusst, dass sie kurz zuvor noch wach gewesen war, aber sie hatte schreckliche Angst, die ständig wuchs. Sie wusste, dass jede Sekunde ganz nah bei ihr im Dunkeln ein Mann anfangen würde, zu schreien, und aus nackter Angst davor begann sie zu weinen, und dann fing es an. Der Schrei durchzuckte die Dunkelheit. Sie glaubte vor Angst zu sterben, aber es waren Stimmen zu hören. Das war neu und sie sprachen nicht Englisch und sie konnte sie trotzdem verstehen und dann ein entsetzliches Geräusch. Darauf folgte ein plötzliches Keuchen und Stöhnen. Licht, irgendwo ein winziger Lichtschimmer. Sie konnte dem Traum nicht entfliehen, sie wusste, was als nächstes kommen würde. Eine tropfende Kerze, die Stimme eines Mannes. Das war die Stimme von Major Marchbanks. An dieser Stelle war sie früher immer aufgewacht, aber jetzt passierte etwas anderes. Das Licht kam näher und wurde auf eine Seite gehalten und das Gesicht eines jungen Mannes schaute auf sie hinab. Plötzlich erfasste sie panische Angst. Ich sterbe, dachte sie. Sie spürte einen heftigen Schlag auf der Wange und dann war sie wach. Fred kniete neben ihr. Ohne nachzudenken schlang sie die Arme um seinen Hals und schluchzte. Er hielt sie fest an sich gepresst und sagte nichts. Sie waren in dem Vorraum. Wann waren sie herausgekommen? Madame Chang stand etwas entfernt da und beobachtete sie intensiv. Als sie sah, dass Sally wieder bei Bewusstsein war, kam die Chinesin heran und verbeugte sich. Bitte, setzen Sie sich auf den Divan, Miss Lockhart. Li Ching wird eine Erfrischung bringen. Sie klatschte in die Hände. Fred half Sally auf und der alte Diener bot ihr eine kleine Porzellantasse mit einem heißen, wohlriechenden Getränk an. Sie nippte daran und spürte, dass sie wieder einen klaren Kopf hatte. Was ist passiert? Der Rauch hat dich schwindelig gemacht, sagte Fred. Du hast wahrscheinlich mehr eingeatmet, als du gedacht hast. Aber dass man so schnell völlig weg ist, ist das nicht sehr ungewöhnlich, Madame Chang? Dies ist nicht ihre erste Begegnung mit dem Rauch, meinte die Dame, die immer noch regungslos im Dunkeln stand. Aber ich habe noch nie im Leben Opium geraucht, sagte Sally. Es tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss, Miss Lockhart. Aber sie haben den Rauch schon zuvor eingeatmet. Ich habe Tausende gesehen, die den Rauch eingeatmet haben. Ich weiß Bescheid. Was haben sie in ihrem Traumbild gesehen? Eine Szene, die ich immer wieder sehe. Ein Albtraum. Ein Mann wird getötet und dann kommen zwei andere Männer und was kann das bedeuten, Madame Chang? Werde ich verrückt? Sie schüttelte den Kopf. Die Macht des Rauches ist grenzenlos. Er verbirgt Geheimnisse der Vergangenheit. Was Sie gesehen haben, ist eine Erinnerung, Miss Lockhart. Kein Traum. Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht Fantasie ist? fragte Fred. Mr. Garland, ich kann deutlich sehen, was für Sie unsichtbar ist. Es gibt unzählige Anzeichen dafür, wie diese Dinge zu deuten sind. Aber wer sie nicht deuten kann, erfährt auch nichts. Ihre bewegungslose Gestalt sprach aus dem Dämmerlicht wie die Priesterin eines alten Kults, voller Autorität und Weisheit. Sally stand auf. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Madame Chang, sagte sie. Bin ich, bin ich in Gefahr, süchtig zu werden? Wenn ich es jetzt einmal genommen habe, werde ich wieder danach verlangen? Sie haben es schon zweimal genommen, Miss Lockhart, sagte die Dame. Der Rauch gehört jetzt zu Ihnen. Er hat etwas enthüllt, was Sie nicht wussten. Vielleicht verlangen Sie nach dem Rauch, weil er Ihnen etwas zeigen kann. Draußen war es schon fast dunkel. Die kalte Luft war eine Wohltat für Sally, aber sie zitterte immer noch und ihr Körper war in Schweiß gebadet. Erzähl mir alles, Bart Fred. Ich kann ihm vertrauen, dachte sie. Und so erzählte sie. Fred, das Schlimmste war der Mann, der gesprochen hat. Ich habe seine Stimme so oft in meinen Träumen gehört, aber diesmal habe ich sie erkannt. Sie gehört Major Marchbanks und der Mann, der auf mich hinab schaute, Fred, das war mein Vater. Was hat es nur alles zu bedeuten? Was nur? Gesellschaft für stereografische Aufnahmen Als sie von Leimhaus zurückkehrten, ging Sally sofort ins Bett und schlief lange Zeit traumlos. Sie wachte kurz nach Tagesanbruch auf. Der Himmel war klar und blau, die Schrecken schienen mit der Nacht verschwunden zu sein. Nachdem sie sich rasch angezogen hatte, beschloss sie sich einmal das übrige Haus genau anzusehen, Rosa hatte das vorgeschlagen. Nach ihrer Meinung verschwendeten sie Platz. Vielleicht könnte man einen Untermieter unterbringen. Das Haus war viel geräumiger, als es von der Straße her den Anschein hatte. Es gab drei Stockwerke, dazu einen Speicher und einen Keller und einen großen Hof hinter dem Haus. Einer der Räume im oberen Stockwerk war mit unzähligen Gegenständen vollgestopft, so dass Sally glaubte, in ein Museum gestolpert zu sein, aber es gab leere Speicherräume, aus denen man recht behagliche Schlafzimmer machen könnte, sobald sie einmal richtig möbliert wären. Das Ergebnis dieser Entdeckungsreise wurde den Mitbewohnern beim Frühstück enthüllt. Also, es wird nicht lang dauern. Ich möchte euch nur sagen, wie man ein bisschen Geld verdienen kann. Wie willst du das anstellen? fragte Rosa. Es ist mir kürzlich in Oxford eingefallen. Ich hab's Fred schon im Zug gesagt. Hm, sagte er, Stereoskope. Nicht die Stereoskope selber, sondern die Bilder dazu. Ich hab mir das Haus heute Morgen mal angeschaut. In dem einen Raum sind lauter Speere und Trommeln und Götzenbilder und all sowas. Onkel Webster's wertvolle Sammlung, sagte Rosa. Er ist seit Jahren Sammler. Das wäre mal das Erste, fuß Sally fort. Und dann zu dir, Rosa. Könnte man nicht eine Geschichte in Bildern erzählen? Mit Menschen, also Schauspielern in dramatischen Situationen, wie ein Schauspiel, also mit Bühnenbild und so. Eine Weile herrschte Stille. Glaubst du, dass ich das verkaufen ließe? fragte Rosa. Die gingen weg wie warme Semmeln, bemerkte Trumbler. Werbung machen, sagte Sally, in allen Zeitungen, und dann müssen wir uns einen spritzigen Namen dafür überlegen. Aber wer setzt die Bilder in Szene? Das ist das wenigste, meinte Rosa. Ist ne tolle Idee. Man könnte Szenen aus bekannten Schauspielern nehmen. Und sie vor dem Theater verkaufen. Mit Anzeigen auf der Rückseite, fügte Sally hinzu, so dass wir für jedes verkaufte extra bezahlt würden. Sally, das ist ne prima Idee, sagte Rosa, und mit all dem Zeug da. Und richtiges Studio aufzubauen, mit Platz fürs Bühnenbild und alles, was man so braucht. Alle schauten Fred an. Er machte ein resigniertes Gesicht und breitete ergeben die Arme aus. Was soll ich da tun? Heere Kunst lebe wohl. Ach, hab dich doch nicht so, fuhr ihn Rosa an. Mach eben daraus eine Kunst. Du hast recht, sagte er plötzlich und schlug mit der Faust auf den Aber was ist mit den Schulden? Da sind die Kunden, die uns Geld schulden. Ich will heute Morgen Mahnungen losschicken. Und Rosa hat was über Untermieter gesagt. Es ist noch Platz genug. Das wären regelmäßige Einkünfte, auch wenn es nur ein paar Schilling die Woche sind. Und schließlich ist da noch das Lager. Fred, wir schmeißen alles raus, was unnötig ist. Mach einen Ausverkauf. Da kommt gleich ein bisschen Bargeld rein und damit können wir dann die Anzeigen bezahlen. Tremler, können Sie mit dem Hof anfangen? Wir brauchen einen freien Platz und Rosa ... Sie bemerkte auf einmal, dass alle sie ziemlich verblüfft anschauten. Fred lächelte und sie spürte, wie sie rot wurde. Verwirrt senkte sie den Blick. Es tut mir leid. Ich wollte euch nicht herumkommandieren. Unsinn, sagte Fred, wir brauchen jemanden, der organisiert. Und das machst du. Ich gehe schon mal, verkündete Tremler und stand auf. Und ich spüle ab, sagte Fred, dieses eine Mal. Er sammelte das Geschirr ein und verschwand. Weißt du, dass zwei Seelen in deiner Brust wohnen, bemerkte Rosa. Meinst du? Na, wenn's ans organisieren geht, bist du souverän, aber sonst bist du so still, dass man dich kaum wahrnimmt. Es scheint, als wüsstest du genau, was zu tun ist, und weder Fred noch ich haben einen blassen Schimmer davon. Das ist fantastisch. Rosa, ich weiß auch nicht, wie ich sagen soll. Mädchen haben davon meist keine Ahnung. Ich mach's gern, aber irgendwie müsste ich normal sein und übernähen und sowas Bescheid wissen. Rosa lachte. Das Sonnenlicht schien ihr Haar in einen sprühenden Wasserfall zu verwandeln. Normal, sagte sie. Was bin ich denn? Eine Schauspielerin, kaum besser als ein Straßenmädchen. Meine Eltern haben mich rausgeworfen, weil sie nicht wollten, was ich machte. Und ich war noch nie so glücklich, genau wie du. Sie haben dich rausgeworfen? Aber was ist mit Fred und mit deinem Onkel? Fred hat einen furchtbaren Krach mit ihnen gehabt. Sie wollten, dass er zur Universität geht und all sowas. Unser Vater ist Bischof. Es war grässlich. Onkel Webster ist für sie ein verkommenes Subjekt, sie verachten ihn, aber ihm ist das ganz egal. Fred arbeitet schon seit drei Jahren mit ihm zusammen. Er ist ein Genie. Alle beide sind Genies. Rosa sprang auf. Jetzt schmeißen wir erst mal was von dem Zeug raus. Ich hab schon ewig nicht mehr da reingeschaut. Um zwölf Uhr kam Vicar Bedwell. Sally war zu der Zeit gerade hinter der Theke und schrieb Mahnungen an Schuldner. Sie blickte auf und erkannte ihn zuerst gar nicht, denn er trug einen groben alten Tweakmantel und Kortsamthosen. Rasiert war er auch nicht. Die Verwandlung vom sanften Vicar in einen finsteren Bösewicht war gelungen. Rosa kam herein, wurde vorgestellt und lud ihn sofort ein, zum Mittagessen zu bleiben und während sie aßen, erklärte er seine Pläne. Ich werde eine Droschke nach Hangmans Wharf nehmen, pack ihn beim Schlawittchen und ab mit ihm. Er wird keinen Widerstand leisten, anders als vielleicht Mrs. Holland. Auf jeden Fall bringe ich ihn hierher, wenn ich darf, sodass Miss Lockhart erfahren kann, was er zu sagen hat. Und dann fahren wir zurück nach Oxford. Ich komme habe in der Schule Fechten gehabt. Glauben Sie, dass es eine Schlägerei gibt? Ich weiß nicht, was uns erwartet. Aber wie viel Uhr ist es denn? Wir müssen aufbrechen. Vielen Dank für das Mittagessen. Fred und er gingen. Auch Rosa sprang auf. Du liebe Zeit, stimmt die Uhr wirklich? Ich komme zu spät. Mr. Toole wird eine ganz schöne Wut haben. Mr. Toole war der Regisseur, mit dem sie probte und offensichtlich ein Verfechter von Pünktlichkeit. Trembler ging wieder in den Hof und ließ Sally allein zurück. Das Haus war plötzlich ruhig und leer. Mr. Bedwell hatte eine Zeitung zurückgelassen und Sally sah sie durch. Dabei fiel ihr Blick auf eine kleine Anzeige unter Verschiedenes. Vermisst. Seit Dienstag, den 29. Oktober, wird eine junge Dame, 16 Jahre alt, vermisst. Sie ist schlank, hat helles Haar und braune Augen. Sie trug entweder ein schwarzes Musselinkleid mit schwarzem Mantel oder ein dunkelgrünes Leinenkleid und Schuhe mit Messingschnallen. Sie führt eine kleine Reisetasche aus Leder mit den Initialen V. L. mit sich. Mr. Temple von Temple and King Lincolns Inn nimmt Informationen dankbar entgegen. Sally fröstelte. Sie musste sich andere Kleidung besorgen und so viel wie möglich im Haus bleiben, obwohl London war doch wahrhaftig groß genug, um sich zu verstecken. Sie war sich im Klaren darüber, dass sie in amtliche Vormundschaft käme, wenn sie gefunden werden sollte. Dafür würde Mr. Temple sorgen, aber wie lange konnte sie hier bleiben, wenn dem so war? So lange sie wollte, wenn sie arbeitete. Sie setzte sich hin, um eine Reihe von Anzeigen für alle großen Zeitungen zu entwerfen. Das hob ihre Stimmung wieder, aber allmählich spürte sie, wie ihre Gedanken wieder um den Albtraum kreisten, um die Stimmen, die Hindustani sprachen, den Mord, den wilden funkelnden Blick ihres Vaters, die Stimme von Majo Marchbanks. Vor sechzehn Jahren war in diesen wenigen Minuten etwas geschehen, das nach all dieser Zeit zur Verfolgung Gefahr und Tod geführt hatte. In der Zwischenzeit waren Mrs. Holland einige Nachrichten hinterbracht worden. Einer der Agenten, die manchmal in ihren Diensten standen, ein Bösewicht namens Jonathan Barry, suchte sie etwa zur selben Zeit auf, in der VK Bedwell seinen Besuch in der Burton Street abstattete. Mr. Barry war ein und mächtig wie ein Schrank. Er stieß im engen Flur der Pension Holland fast an die Decke und jagte Adelaide einen Schrecken ein. Er hob sie mit einer Hand hoch. Mrs. Holland ist bei dem Herrn Sir, flüsterte sie und fing an zu schluchzen. Hol sie, knurrte Barry und ließ sie fallen. Sie huschte weg wie eine Maus und er lachte. Ein düsteres Gelächter, das klang wie ein unterirdischer Steinschlag. Mrs. Holland war nicht erfreut, weggeholt zu werden. Bedwell sprach in seiner Verwirrung von einer Person mit dem Namen A-Ling. Von Tauwerk war die Rede und von einem Messer und Lichtern unter dem Wasser und ähnlichem. Sie fluchte und wies Adelaide an, dazubleiben und aufmerksam zuzuhören. Adelaide wartete, bis die alte Frau gegangen war. Dann legte sie sich neben die schwitzende, vor sich hin murmelnde Gestalt des Seemanns. Sie weinte und umklammerte seine schlaffe Hand. Ah, Mr. Barry, sagte Mrs. Holland zu dem Besucher, nachdem sie ihre Zähne eingepasst hatte. Sind Sie schon lange draußen? Sie spielte auf das Dartmoor-Gefängnis an. Bin seit August draußen, Ma'am. Mr. Barry zeigte seine besten Manieren. Er hatte sogar seine schmierige Kappe abgenommen und drehte sie nervös in den Händen. Hab gehört, dass Sie wissen wollen, wer Henry Hopkins um die Ecke gebracht hat, fuhr er fort. Möglicherweise, Mr. Barry. Also, ich hab gehört, wie Solomon lieber... Der Pfandleiher in der Wormwood Street? Genau der. Ich hab gehört, dass er gestern eine Diamantnadel als Pfand genommen hat, genauso eine, wie sie Hopkins immer getragen hat. Mrs. Holland stand sofort auf. Haben Sie Zeit, Mr. Barry? Wie wär's mit einem kleinen Spaziergang? Mit Vergnügen, Mrs. Holland. Adelaide, rief sie vom Flur aus. Ich geh aus. Lass ja niemanden rein. Eine Diamantnadel, die Dame, sagte der alte Pfandleiher. Hier hab ich eine ausgesucht hübsche. Ein Geschenk für ihren Freund? fragte er und schielte zu Mr. Barry hinüber. Mr. Barrys Antwort bestand darin, dass er den Baumwollschal packte, den der alte Mann lose um den Hals geschlungen hatte und ihn brutal über den Ladentisch zog. Wir wollen keine kaufen. Wir wollen die sehen, die Sie gestern in Berlin haben, sagte er. Gewiss, Sir, bin ganz zu Ihren Diensten, keuchte der alte Mann. Oh, bitte, bitte, tun Sie mir nichts, bitte, schlagen Sie mich nicht, bitte Sie, Sir. Mr. Barry stieß ihn weg. Suchen Sie die Nadel aber ein bisschen plötzlich. Der Pfandleiher öffnete mit zitternden Händen eine Schublade. Ist es die, Ma'am? fragte Mr. Barry und hielt eine Nadel hoch. Mrs. Holland betrachtete sie gründlich. Das ist die. Wer hat sie gebracht, Mr. Lieber? Falls Sie sich nicht erinnern können, Mr. Barry kann Ihnen da sicher behilflich sein. Mr. Barry machte einen Schritt auf ihn zu, worauf der alte Mann heftig nickte. Klar, erinnere ich mich, sagte er, heißt Ernie Blackett, junger Bursche, Crocs, Kurt, Seven Dials. Danke, Mr. Lieber, sagte Mrs. Holland. Ich sehe, Sie sind ein vernünftiger Mann. Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein, wem Sie ihr Geld leihen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich die Nadel nehme, oder? Ich habe es erst einen Tag lang. Ich darf sie noch nicht verkaufen. Das schreibt das Gesetz vor, sagte er verzweifelt. Ich will sie ja gar nicht kaufen, sagte sie. Dann geht's wohl in Ordnung, was? Auf Wiedersehen, Mr. Lieber. Sie ging, und Mr. Barry folgte ihr aus dem kleinen Laden, nachdem er mehrere Schubladen auf den Boden geleert und Mr. Lieber die Beine weggetreten hatte. Seven Dials, sagte sie. Nehmen wir die Pferdebahn, Mr. Barry. Meine Beine tun nicht mehr so mit. Seine auch nicht, bemerkte Mr. Barry, der seine eigene Schlagfertigkeit bewunderte. Ein so scheußliches und überbevölkertes Labyrinth wie Croke's Court, Seven Dials, konnte man in ganz London sonst nicht finden. Da Mr. Barry seinen Charme spielen ließ, fanden sie bald in einer Mietskaserne das Zimmer, das sie suchten. Mr. Barry stieß mit dem Fuß an die Tür. Sie traten ein und fanden einen fetten Jugendlichen vor, der auf einem schmutzigen Bett schlief. Er bewegte sich, wachte aber nicht auf. Mr. Barry schnüffelte. Betrunken, verkündete er, scheußlich. Wetten Sie ihn, Mr. Barry, sagte Mrs. Holland. Mr. Barry hob das Bett am unteren Ende an und kippte es samt Schläfer, Decken und allem auf den Boden. Was ist? kam es von dem jungen Burschen. Als Antwort hob ihn Mr. Barry hoch und schleuderte ihn gegen das einzige andere Möbel, Stück, das im Raum war, eine wackelige Kommode. Diese zerbarst und der junge Bursche lag stöhnen zwischen den Bruchstücken. Wer sind Sie? brachte er schließlich heraus. Na, na, sagte Mrs. Holland. Was weißt du denn von Henry Hopkins? Nix, antwortete der junge Mann und Mr. Barry versetzte ihm einen Schlag. Aua, lassen Sie mich. Mrs. Holland nahm die Diamantnadel heraus. Und was ist damit? Er verengte die Augen und warf einen qualvollen Blick darauf. Nie gesehen, sagte er. Mr. Barry drohte ihm nur mit dem Finger. Scharf überlegen, sagte er. Du bist eine Enttäuschung für uns. Das Biste. Und dann schlug er ihn. Der junge Mann fiel heulend auf die Knie. Ich sag's ja schon. Ich hab's gefunden. Ich hab's Solly lieber gebracht. Und er hat mir einen Fünfer dafür gegeben. Das ist alles, ehrlich, jammerte er. Wo hast du's her? Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gefunden. Mrs. Holland seufzte. Mr. Barry schlug ihn wieder. Und diesmal wurde der junge Mann wütend. Wie ein Pfeil schoss er durch den Raum und tauchte rasch in das Kommodenwrack, um mit einer Pistole wieder aufzutauchen. Seine beiden Besucher wurden still. Wenn Sie einen Schritt machen, schieße ich, stotterte er. Na dann los, sagte Mr. Barry. Das tue ich auch. Mr. Barry streckte den Arm aus und pflückte ihm die Pistole aus der Hand wie einen Apfel vom Baum. Der junge Mann sackte zusammen. Soll ich ihm noch eine überbraten? Wollte Mr. Barry wissen. Nein, nein, nicht schlagen. Stammelte der junge Mann. Ich sag alles. Schlagen Sie ihn trotzdem, sagte Mrs. Holland und nahm die Pistole. Als diese Formalität beendet war, fuhr sie fort. Was hast du sonst noch, Henry Hopkins, abgenommen? Die Nadel. Die Pistole, schluchzte er. Ein paar zwanzig Schillingstücke. Eine Uhr mit Kette und einen silbernen Flachmann. Was noch? Nichts mehr, Mom. Das schwöre ich. Kein Papier? Der junge Bursche starrte sie an. Aha, sagte Mrs. Holland. Machen Sie weiter, Mr. Barry. Nein, nein, bitte, schrie Ernie Blackett, als Mr. Barry die Faust erhob. Da ist's, da, da. Er wühlte in der Tasche, warf ein paar Papierfetzen hin und wandte sich dann zitternd ab. Mrs. Holland krabschte danach und überflog sie, während Mr. Barry abwartend dastand. Sie blickte auf. Ist das alles? Sonst nichts? Überhaupt nichts mehr. Ich schwöre es. Ehrlich. Ah, du bist aber nicht ehrlich, sagte Mrs. Holland ernst. Das ist das Problem. Kommen Sie, Mr. Barry. Wir nehmen die Pistole mit. Sie soll uns an unseren guten Freund Henry Hopkins erinnern. Sie humpelte zur Tür und wartete auf dem übel riechenden Treppenabsatz. War's das, Mrs. Holland? Das war's, Mr. Barry. Sie ist schlauer, als ich gedacht hab. Das kleine Luder. Werde ich verrückt? Sie schüttelte den Kopf. Die Macht des Rauches ist grenzenlos. Er verbirgt Geheimnisse der Vergangenheit. Was Sie gesehen haben, ist eine Erinnerung, Miss Lockhart. Kein Traum. Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht Fantasie ist? fragte Fred. Mr. Garland, ich kann deutlich sehen, was für Sie unsichtbar ist. Es gibt unzählige Anzeichen dafür, wie diese Dinge zu deuten sind. Aber wer sie nicht deuten kann, erfährt auch nichts. Ihre bewegungslose Gestalt sprach aus dem Dämmerlicht wie die Priesterin eines alten Kults, voller Autorität und Weisheit. Sally stand auf. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Madame Chang, sagte sie. Bin ich, bin ich in Gefahr, süchtig zu werden? Wenn ich es jetzt einmal genommen habe, werde ich wieder danach verlangen? Sie haben es schon zweimal genommen, Miss Lockhart, sagte die Dame. Der Rauch gehört jetzt zu Ihnen. Er hat etwas enthüllt, was Sie nicht wussten. Vielleicht verlangen Sie nach dem Rauch, weil er Ihnen etwas zeigen kann. Draußen war es schon fast dunkel. Die kalte Luft war eine Wohltat für Sally, aber sie zitterte immer noch und ihr Körper war in Schweiß gebadet. Erzähl mir alles, bat Fred. Ich kann ihm vertrauen, dachte sie. Und so erzählte sie. Fred, das Schlimmste war der Mann, der gesprochen hat. Ich habe seine Stimme so oft in meinen Träumen gehört, aber diesmal habe ich sie erkannt. Fred, sie gehört Major Marchbanks. Und der Mann, der auf mich hinabschaute, Fred, das war mein Vater. Was hat es nur alles zu bedeuten? Was nur? Gesellschaft für stereografische Aufnahmen Als sie von Leimhaus zurückkehrten, ging Sally sofort ins Bett und schlief lange Zeit traumlos. Sie wachte kurz nach Tagesanbruch auf. Der Himmel war klar und blau. Die Schrecken schienen mit der Nacht verschwunden zu sein. Nachdem sie sich rasch angezogen hatte, beschloss sie sich einmal, das übrige Haus genau anzusehen. Rosa hatte das vorgeschlagen. Nach ihrer Meinung verschwendeten sie Platz. Vielleicht könnte man einen Untermieter unterbringen. Das Haus war viel geräumiger, als es von der Straße her den Anschein hatte. Es gab drei Stockwerke, dazu einen Speicher und einen Keller und einen großen Hof hinter dem Haus. Einer der Räume im oberen Stockwerk war mit unzähligen Gegenständen vollgestopft, sodass Sally glaubte, in ein Museum gestolpert zu sein. Aber es gab leere Speicherräume, aus denen man recht behagliche Schlafzimmer machen könnte, sobald Marge Banks schaute, verständnislos drein. »Es tut mir leid«, sagte er. »Sind Sie hergekommen, um mich das zu fragen?« Sie berichtete ihm rasch von der letzten Seereise ihres Vaters, von dem Brief aus dem Osten und dem Tod von Mr. Hicks. Er legte die Hand auf die Stirn und machte einen äußerst niedergeschlagenen und verwirrten Eindruck. Dann sagte er mit leiser Stimme, »Ich habe einen Feind, Miss Lockhart, und dieser Feind ist jetzt auch der ihrige.« »Sie ist sehr böse und befindet sich im Augenblick in diesem Haus, und deshalb müssen Sie auch gleich wieder gehen.« »Aber warum denn? Was habe ich ihr getan? Wer ist sie?« »Bitte, ich kann es jetzt nicht erklären. Ich weiß nichts über den Tod ihres Vaters, nichts über die sieben Wohltaten und nichts vom südchinesischen Meer, nichts vom Handel zur See. Er konnte von dem Bösen, das mich in seinen Fängen hat, nichts wissen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat wieder einmal sein Vertrauen auf den Falschen gesetzt.« »Wieder?« Sie bemerkte einen verzweifelt unglücklichen Ausdruck auf seinem Gesicht. Es war der Ausdruck eines Mannes, der völlig ohne Hoffnung ist, und es erfüllte sie mit Angst. Ihr einziger Gedanke war der Brief aus dem fernen Osten. »Haben Sie mal in Chatham gelebt?«, fragte sie. »Ja, vor langer Zeit, aber bitte. Wir haben keine Zeit. Nehmen Sie das.« Er öffnete eine Schublade des Tisches und nahm ein Päckchen heraus, das in braunes Papier gewickelt war. Es war versiegelt. »Das wird Ihnen alles erklären.« »Sie werden einen Schock bekommen. Ihr Leben ist wirklich in Gefahr, aber wenn Sie es gelesen haben, wissen Sie wenigstens warum.« Sie nahm das Päckchen an sich. Ihre Hände zitterten heftig. Dann ging eine Tür auf. Er wurde bleich. Eine Frau in mittleren Jahren schaute zur Tür herein. »Herr Major, sie treibt sich in der Nähe rum,« sagte sie. »Im Garten.« Die Frau roch stark nach Alkohol. Meyer Marchbanks winkte Sally ihm zu folgen. »Hier, durch die Tür.« »Danke, Mrs. Forb. Schnell jetzt.« Der Major führte Sally rasch durchs Haus. Seine Angst wirkte ansteckend. »Wer ist denn dieser Feind?« fragte sie, als sie zur Haustür kam. »Sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen.« »Sie heißt Mrs. Holland,« flüsterte er. »Bitte, ich bitte Sie ihn, ständig gehen Sie jetzt. Sie sind jung, stark und schnell beeilen Sie sich. Oh, es tut mir so leid. Verzeihen Sie mir.« Diese letzten Worte hatte er äußerst eindringlich gesagt. Ein Schluchzen hatte sich in seine Stimme gestohlen. Sally war draußen. Er schloss die Tür, und sie dachte, »ob der Feind mich wohl beobachtet?« Sie ging die von Unkraut überwucherte Auffahrt und hat die Zustimmung des Herrn zu den Abmachungen eingeholt. Hier machte er eine Pause, da Adelaide gerade mit dem Tee-Tablett hereinkam. Während Mrs. Holland den Tee eingoss, fuhr Mr. Blythe fort. »Die Abmachungen, ja. Der betreffende Gegenstand soll bei den Bankiers Hammond und Whitgrove, Winchester Street deponiert werden.« »Der betreffende Gegenstand? Er hat bloß keine falsche Schameste, Blythe. Heraus damit!« Er machte einen ausgesprochen gequälten Eindruck, senkte die Stimme, beugte sich auf seinem Stuhl nach vorne und schaute sich um, bevor er sprach. »Der Rubin wird in der Hammond und Whitgroves Bank deponiert und soll dort bis zum Tod des Herrn bleiben, worauf laut seinem Testament das ordnungsgemäß von mir und an der Mrs. Thorpe bezeugt wird. Wer ist denn das? Eine Nachbarin?« »Eine Hausangestellte, Mem. Sie trinkt, soviel ich weiß, aber ihre Unterschrift ist natürlich gültig. Der Rubin wird, wie gesagt, bei Hammond und Whitgrove bleiben bis zum Tod des Herrn, worauf er in ihr Eigentum übergehen wird.« »Und das ist legal, oder?« »Vollkommen, Miss Holland.« »Gar nichts faul an der Sache? Keine Überraschung in letzter Minute?« »Ich habe hier eine Kopie des Dokuments, das von dem Herrn persönlich unterzeichnet ist. Es zieht, wie Sie sehen, alle Eventualitäten in Betracht.« Sie nahm ihm das Blatt ab und prüfte es gründlich. »Scheint mir in Ordnung zu sein,« meinte sie. »Gut, Mr. Bleich. Ich bin eine anständige Frau. Sie haben ein Stück Arbeit geleistet. Ich zahle Ihnen das Honorar. Was kostet der Spaß?« »Mein Angestellter bereitet momentan eine Rechnung vor, Miss Holland. Ich werde dafür sorgen, dass Sie dieselbe rechtzeitig zugeschickt bekommen.« Dann ging er. Nachdem Adelaide ihn so geräuschlos wie ein Schatten zur Tür begleitet hatte, saß Mrs. Holland noch eine Weile im Salon und las zum wiederholten Mal das Dokument, das der Anwalt ihr gebracht hatte. Dann zog sie ihren Mantel an und machte sich auf den Weg, um die Hammond und Whitgroves Bank in der Winchester Street in Augenschein zu nehmen. Der Dritte aus unserer neuen Bekanntschaft hieß Matthew Bedwell. Er war zweiter Mat auf einem Tramp-Dampfer im fernen Osten gewesen, aber das war schon mehr als ein Jahr her. Im Augenblick befand er sich in einem desolaten Zustand. Mit einem Seesack über der Schulter streifte er durch das Labyrinth dunkler Straßen hinter den westindischen Docks. Jeder Beobachter hätte ihn für betrunken gehalten, aber er hatte keine Fahne. Ein mitfühlender Zeitgenosse hätte geglaubt, er sei krank oder habe Schmerzen, und das wäre der Wahrheit näher gekommen. Wenn aber irgendjemand ihm ins Herz gesehen und das Chaos gespürt hätte, das dort herrschte, so hätte es ihn gewundert, dass der Seemann sich überhaupt noch auf... »Sehr richtig. Sind Sie Fotografin?« »Nein, aber mein Vater hat sich dafür interessiert. Ich muss übrigens weiter. Danke, Mr. Garland.« Der Pfad machte eine Kurve und ließ sie schließlich hinter dem Wäldchen herauskommen. Wie beschrieben, befand sich dort das Haus. Noch nie hatte sie ein so tristes Anwesen gesehen. Gerade betrat sie die kleine Veranda und wollte klingeln, als die Tür aufgemacht wurde und ein Mann herauskam. Er legte den Finger auf die Lippen. »Bitte«, flüsterte er, »kein Wort! Hierherum schnell!« Sally folgte erstaunt. Er führte sie zu einer kleinen, glasbedeckten Veranda und streckte dann die Hand aus. »Miss Lockhart«, sagte er, »ich bin Major Marchbanks.« Sie schüttelte ihm die Hand. Er musste etwa sechzig Jahre alt sein. Seine Gesichtsfarbe war fahl, seine Kleider schlotterten an ihm. Er hatte dunkle, schöne Augen, die aber tief in den Höhlen lagen. Seltsamerweise klang seine Stimme ihr vertraut. Er hatte Angst, sehr viel mehr als sie selbst. »Ihren Brief habe ich heute Morgen bekommen«, sagte sie. »Hat mein Vater ihn geschrieben und Sie gebeten, mich zu treffen?« »Nein«, seine Stimme klang erstaunt. »Sagt ihn der Ausdruck, die sieben Wohltaten etwas?« Die Wirkung war gleich null. Major Marchbanks schaute verständnislos drein. »Es tut mir leid«, sagte er, »sind Sie hergekommen, um mich das zu fragen?« Sie berichtete ihm rasch von der letzten Seereise ihres Vaters, von dem Brief aus dem Osten und dem Tod von Mr. Hicks. Er legte die Hand auf die Stirn und machte einen äußerst niedergeschlagenen und verwirrten Eindruck. Dann sagte er mit leiser Stimme, »Ich habe einen Feind, Miss Lockhart, und dieser Feind ist jetzt auch der ihrige. Sie ist sehr böse und befindet sich im Augenblick in diesem Haus, und deshalb müssen Sie auch gleich wieder gehen.« »Aber warum denn? Was habe ich ihr getan? Wer ist sie?« »Bitte, ich kann es jetzt nicht erklären.« »Ich weiß nichts über den Tod ihres Vaters, nichts über die sieben Wohltaten und nichts vom südchinesischen Meer, nichts vom Handel zur See. Er konnte von dem Bösen, das mich in seinen Fängen hat, nichts wissen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Er hat wieder einmal sein Vertrauen auf den Falschen gesetzt.« »Wieder?« Sie bemerkte einen verzweifelt unglücklichen Ausdruck auf seinem Gesicht. Es war der Ausdruck eines Mannes, der völlig ohne Hoffnung ist, und es erfüllte sie mit Angst. Ihr einziger Gedanke war der Brief aus dem fernen Osten. »Haben Sie mal in Chatham gelebt?«, fragte sie. »Ja, vor langer Zeit, aber bitte. Wir haben keine Zeit. Nehmen Sie das.« Person war ein Besucher, der einen hellen, karierten Anzug trug. Einen braunen Bowler hatte er nach hinten geschoben. In seiner Krawatte glitzerte eine Nadel. Mrs. Holland sagte, »Gute Arbeit geleistet, Mr. Hopkins. Gut gemacht.« »War ganz einfach,« sagte der Besucher bescheiden. »Sie ist eingeschlafen. Ob Sie bloß vom Schoß nehmen brauchen?« »Prima. Wie wär's mit einem anderen Job?« »Jederzeit. Immer zu Ihren Diensten.« »In Hoxton gibt's einen Anwalt namens Blythe. Letzte Woche hat er was für mich erledigt, aber es ist schiefgegangen. Deswegen hab ich nach Kenten müssen, um das wieder in Ordnung zu bringen.« »Und dem Anwalt da wollen Sie gern Denkzettel verpassen, was?« »So ungefähr, Mr. Hopkins.« »Ich glaub, das könnte ich deichseln,« meinte er. »Komisch, das Buch da, hä?« »Nicht für mich,« antwortete Mrs. Holland. »Ich kenne die Geschichte auswendig.« »Ach so?« sagte Mr. Hopkins vorsichtig. »Aber für die junge Dame wär's interessant. Wenn Sie das in den Finger bekämen, wär's ne Katastrophe. Dann könnte ich meine ganzen Pläne aufgeben.« »Tatsächlich?« »Deswegen muss sie einen Unfall haben.« »Ich verstehe nicht ganz, Mrs. Holland.« Aber sie hörte nicht mehr zu. Ihre alten Augen hatten sich verengt. Sie las die letzte Seite des Buches, blätterte nochmals und schleuderte es schließlich fluchend auf den Boden. Mr. Hopkins wich nervös zurück. »Was ist denn?« fragte er. »Sie Arschloch! Sie Mistkerl! Sie haben die wichtigste Seite verloren!« »Sie haben doch gesagt, Sie wüssten alles auswendig, Ma'am.« Sie warf ihm das Buch zu. »Lesen Sie mal das, wenn Sie überhaupt können!« Ihr horniger alter Finger zeigte auf den letzten Abschnitt im Buch. »Ich habe deshalb den Rubin aus der Bank genommen. Es ist die einzige mir verbleibende Chance, mich zu erlösen und etwas aus meinem verfuschten Leben zu retten. Mein Testament ist annulliert worden. Ich werde ohne Testament sterben. Aber ich möchte, dass du den Stein bekommst. Ich habe ihn versteckt und, um ganz sicher zu gehen, werde ich in einem Geheimcode verschlüsseln, wo er sich befindet. Er ist an...« Hier brach die Schrift ab. Er schaute sie an. »Nun, Mr. Hopkins, sehen Sie jetzt, was Sie angerichtet haben!« »Wir war nicht drin, Ma'am, das schwöre ich.« »Ich habe was von dem Unfall gesagt, oder?« Er schluckte. »Ach, so einen kleinen Unfall werden Sie doch arrangieren können!« »Das werden Sie machen, Mr. Hopkins.« »Ein Blick in die Zeitung morgen und Sie werden genau das tun, was...« »Schmeckt überhaupt nicht,« sagte er. »Wo ist die Pfeife?« »Sie müssen's aufessen, Sir, sonst bringt mich Miss Holland um,« bat Adelaide. »Ist du's doch. Du kannst's brauchen,« antwortete er. »Nur mach schon, die Pfeife, Mädchen.« Widerstrebend öffnete sie den Schrank und nahm eine lange, schwere Pfeife heraus. »Legen Sie sich hin,« befahl sie, »da sind Sie schnell hinüber. Sie müssen sich hinlegen, sonst stürzen Sie.« Er gehorchte dem kleinen Mädchen. Das kalte, graue Licht der Dämmerung, das mühsam durch das schmutzige, winzige Fenster drang, gab der Szene einen düsteren Anstrich. Ein Insekt kroch träge über das schmierige Kissen, als Adelaide ein brennendes Streichholz an das Opium hielt. Bedwell saugte am Mundstück, und der süße, berauschende Rauch wurde in die Pfeife gesogen. Sie hasste es. Sie hasste, was es ihm antat. »Mehr,« murmelte er. »Es gibt nichts mehr,« flüsterte sie. »Ach, Adelaide,« jammerte er, »mehr.« »Aber nur noch einmal.« Wieder zündete sie ein Streichholz an, wieder blubberte und rauchte das Opium. Der dichte Qualm im Zimmer verursachte ihr Schwindelgefühle. »Weißt du, dass ich nicht die Kraft habe, aufzustehen und zu gehen?«, fragte er. »Wenn ihr im Opiumrausch war, geschah etwas Seltsames mit seiner Stimme. Sie klang kultiviert und sogar sanft. Obwohl ich Tag und Nacht dran denke, O Adelaide. Die sieben Wohltaten. Nein, nein, ihr Teufel! Dämonen, lasst mich in Frieden!« Er fing an zu toben. Adelaide wagte nicht zu gehen. Aus Angst, Mrs. Holland könne sie fragen, was der Herr gesagt habe. Andererseits hatte sie Angst zu bleiben, denn seine Worte erfüllten sie mit Schrecken. Die sieben Wohltaten. Dieser Ausdruck war in letzter Zeit zweimal erwähnt worden und jedes Mal voller Angst. Plötzlich veränderte sich sein Gesichtsausdruck. Er wurde leuchtend und vertrauensvoll. »Lockert«, sagte er, »ich erinnere mich jetzt. Adelaide, bist du da?« »Ja, Sir«, flüsterte sie, »versuch, etwas für mich zu behalten, ja?« »Ja, Sir«, »ein Mann namens Lockert hat mich gebeten, seine Tochter ausfindig zu machen. Ein Mädchen namens Sally. Ich habe eine Nachricht für sie. Sehr wichtig. Kannst du sie finden für mich?« »Ich könnte es versuchen, Sir«, braves Mädchen. »Oh, guter Gott, was tue ich bloß?« fuhr er hilflos fort. »Schau mich an.« »Aber sie haben den Rauch schon zuvor eingeatmet. Ich habe Tausende gesehen, die den Rauch eingeatmet haben. Ich weiß Bescheid. Was haben sie in ihrem Traumbild gesehen?« »Eine Szene, die ich, die ich immer wieder sehe. Ein Albtraum. Ein Mann wird getötet und dann kommen zwei andere Männer und... Was kann das bedeuten, Madame Chang? Werde ich verrückt?« Sie schüttelte den Kopf. »Die Macht des Rauches ist grenzenlos. Er verbirgt Geheimnisse der Vergangenheit. Was sie gesehen haben, ist eine Erinnerung, Miss Lockhart. Kein Traum. »Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht Fantasie ist?« fragte Fred. »Mr. Garland, ich kann deutlich sehen, was für Sie unsichtbar ist. Es gibt unzählige Anzeichen dafür, wie diese Dinge zu deuten sind. Aber wer sie nicht deuten kann, erfährt auch nichts.« Ihre bewegungslose Gestalt sprach aus dem Dämmerlicht wie die Priesterin eines alten Kults, voller Autorität und Weisheit. Sally stand auf. »Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Madame Chang«, sagte sie. »Bin ich... bin ich in Gefahr, süchtig zu werden? Wenn ich es jetzt einmal genommen habe, werde ich wieder danach verlangen?« »Sie haben es schon zweimal genommen, Miss Lockhart«, sagte die Dame. »Der Rauch gehört jetzt zu Ihnen.« »Er hat etwas enthüllt, was Sie nicht wussten. Vielleicht verlangen Sie nach dem Rauch, weil er Ihnen etwas zeigen kann.« Draußen war es schon fast dunkel. Die kalte Luft war eine Wohltat für Sally, aber sie zitterte immer noch und ihr Körper war in Schweiß gebadet. »Erzähl mir alles«, bat Fred. »Ich kann ihm vertrauen«, dachte sie. Und so erzählte sie. »Fred, das Schlimmste war der Mann, der gesprochen hat. Ich habe seine Stimme so oft in meinen Träumen gehört. Aber diesmal habe ich sie erkannt. Sie gehört Major Marchbanks. Und der Mann, der auf mich hinabschaute, Fred, das war mein Vater. Was hat es nur alles zu bedeuten? Was nur?« Als sie von Leimhaus zurückkehrten, ging Sally sofort ins Bett und schlief lange Zeit traumlos. Sie wachte kurz nach Tagesanbruch auf. Der Himmel war klar und blau. Die Schrecken schienen mit der Nacht verschwunden zu sein. Nachdem sie sich rasch angezogen hatte, beschloss sie sich einmal, das übrige Haus genau anzusehen. Rosa hatte das vorgeschlagen. Nach ihrer Meinung verschwendeten sie Platz. Vielleicht könnte man einen Untermieter unterbringen. Sie wurde zu schreien und aus nackter Angst davor begann sie zu weinen. Und dann fing es an. Der Schrei durchzuckte die Dunkelheit. Sie glaubte vor Angst zu sterben. Aber es waren Stimmen zu hören. Das war neu. Und sie sprachen nicht Englisch. Und sie konnte sie trotzdem verstehen. Und dann ein entsetzliches Geräusch. Darauf folgte ein plötzliches Keuchen und Stöhnen. Licht. Irgendwo ein winziger Lichtschimmer. Sie konnte dem Traum nicht entfliehen. Sie wusste, was als nächstes kommen würde. Eine tropfende Kerze. Die Stimme eines Mannes. Das war die Stimme von Major Marchbanks. An dieser Stelle war sie früher immer aufgewacht. Aber jetzt passierte etwas anderes. Das Licht kam näher und wurde auf eine Seite gehalten. Und das Gesicht eines jungen Mannes schaute auf sie hinab. Plötzlich erfasste sie panische Angst. Ich sterbe, dachte sie. Sie spürte einen heftigen Schlag auf der Wange. Und dann war sie wach. Fred kniete neben ihr. Ohne nachzudenken schlang sie die Arme um seinen Hals und schluchzte. Er hielt sie fest an sich gepresst und sagte nichts. Sie waren in dem Vorraum. Wann waren sie herausgekommen? Madame Chang stand etwas entfernt da und beobachtete sie intensiv. Als sie sah, dass Sally wieder bei Bewusstsein war, kam die Chinesin heran und verbeugte sich. Bitte, setzen Sie sich auf den Divan, Miss Lockhart. Li Ching wird eine Erfrischung bringen. Sie klatschte in die Hände. Fred half Sally auf und der alte Diener bot ihr eine kleine Porzellantasse mit einem heißen, wohlriechenden Getränk an. Sie nippte daran und spürte, dass sie wieder einen klaren Kopf hatte. Was ist passiert? Der Rauch hat dich schwindelig gemacht, sagte Fred. Du hast wahrscheinlich mehr eingeatmet, als du gedacht hast. Aber dass man so schnell völlig weg ist, ist das nicht sehr ungewöhnlich, Madame Chang? Dies ist nicht ihre erste Begegnung mit dem Rauch, meinte die Dame, die immer noch regungslos im Dunkeln stand. Aber ich habe noch nie im Leben Opium geraucht, sagte Sally. Es tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss, Miss Lockhart. Aber Sie haben den Rauch schon zuvor eingeatmet. Ich habe Tausende gesehen, die den Rauch eingeatmet haben. Ich weiß Bescheid. Was haben Sie in Ihrem Traumbild gesehen? Eine Szene, die ich immer wieder sehe. Ein Albtraum. Ein Mann wird getötet und dann kommen zwei andere Männer und... Was kann das bedeuten, Madame Chang? Werd ich verrückt? Sie schüttelte den Kopf. Die Macht des Rauches ist grenzenlos. Er verbirgt Geheimnisse der Vergangenheit. Was Sie gesehen haben, ist eine Erinnerung, Miss Lockhart. Kein Traum. Sie doch arrangieren können. Das werden Sie machen, Mr. Hopkins. Ein Blick in die Zeitung morgen. Und Sie werden genau das tun, was ich will. Was soll denn das heißen? Das werden Sie schon sehen, antwortete sie. Sie bringen mir den Fettchen dabei. Und dann bringen Sie das Mädchen um die Ecke. Das tue ich nicht, sagte er unglücklich. Oh, doch, Mr. Hopkins. Darauf könnte ich Gift nehmen. Geldgeschäfte Mr. Hopkins brauchte nicht lange, um den Artikel in der Zeitung zu finden. Geheimnisvoller Tod eines pensionierten Majors. Hausangestellte berichtet von Mann in kariertem Anzug. Die Polizei von Kent wurde heute Morgen nach Fallenthouse Wellness gerufen, wo Major George Marchbanks unter geheimnisvollen Umständen den Tod gefunden hatte. Sein Leichnam wurde von der Haushälterin, Mrs. Thorpe, in der Bibliothek entdeckt. Er war offensichtlich erschossen worden. Der Major lebte zurückgezogen. Seine Haushälterin war der einzige Dienstbote. Die Polizei versucht nun, einen Mann mit einem karierten Anzug, einem Bowler und einer Diamantnadel ausfindig zu machen. Dieser Mann besuchte Major Marchbanks am Morgen seines Todes. Man nimmt an, dass eine Auseinandersetzung stattgefunden habe. Major Marchbanks war Witwer. Es gibt keine überlebenden Familienangehörigen. Er diente viele Jahre in Indien. Du alte Hexe! Mr. Hopkins war außer sich vor Wut. Du Ars, du alte berechnete Kuh! Ich werd... Aber er saß in der Falle, und er wusste es. Wenn er nicht tat, was sie wollte, würde Mrs. Holland irgendeinen unumstößlichen Beweis erbringen, die ihn für einen Mord, den er nicht begangen hatte, an den Galgen brächte. Er seufzte tief, zog sofort seinen Anzug aus und einen neuen, dunkelblauen an. Was war das für ein Spiel, das Mrs. Holland da spielte, wenn Mord zum Einsatz gehörte? Mrs. Rees' Dienstmädchen Ellen hasste Sally. Mrs. Holland hatte Sallys Adresse in Erfahrung gebracht, und Mr. Hopkins' glatte Manieren taten den Rest. Er stellte sich Ellen als Detektiv vor und behauptete, Sally sei eine Diebin und habe einige Briefe gestohlen. Äußerst heikle Angelegenheit. Hoch angesehene Familie. All dies war natürlich aufgeplustert, aber für Ellen war es ein gefundenes Fressen. Die Unterhaltung fand auf der Treppe statt. Sehr schnell hatte sie sich überreden lassen, Mr. Hopkins heimlich ins Haus zu lassen, nachdem alle zu Bett gegangen waren. Also öffnete sie gegen Mitternacht die Küchentür, und Mr. Hopkins ging nach oben zu Sallys Zimmer. Er bewegte sich völlig geräuschlos, signalisierte Ellen, dass sie zu Bett gehen und ihm diese Aufgabe überlassen könne. Zigarren rauchte, zum Entsetzen des faszinierten Regiments. Die Kugel, die sie ins Herz traf, verfehlte das Baby, streifte aber den kleinen Arm und hinterließ eine Narbe. Sally konnte sich nicht an ihre Mutter erinnern, liebte sie aber. Seit dieser Zeit war sie von ihrem Vater aufgezogen worden. Hauptmann Matthew Lockhart verließ die Armee und wurde Schiffsagent. Mr. Lockhart gab seiner Tochter abends persönlich Unterricht und ließ sie tagsüber machen, was sie wollte. Mit dem Ergebnis, dass ihre Kenntnisse, was Literatur, Französisch, Geschichte, Kunst und Musik anbetraf, gleich Null waren. Dagegen eignete sie sich ein gründliches Wissen an, was militärische Taktiken und Buchhaltung anging, war eng vertraut mit den Vorgängen an der Börse und besaß Grundkenntnisse in Hindustani. Außerdem konnte sie gut reiten und an ihrem 14. Geburtstag hatte ihr Vater ihr eine kleine belgische Pistole gekauft und ihr das Schießen beigebracht. Sie war eine Einzelgängerin, aber wunschlos glücklich. Der einzige Schatten auf ihre Kindheit war der Albtraum. Ein- oder zweimal im Jahr passierte es. Sie glaubte, in unerträglicher Hitze zu ersticken und irgendwo in der Nähe gälte die Stimme eines Mannes in furchtbarer Todesangst. Dann pflegte aus der Dunkelheit, ein flackerndes Licht aufzutauchen, wie eine Kerze, die von einer Person gehalten wurde, die auf sie zukam. Eine andere Stimme schrie dann immer, da, schau ihn an! Aber sie wollte nicht schauen, nicht um alles in der Welt. Und an dieser Stelle wachte sie auf, in Schweiß gebadet und schluchzend vor Angst. Ihr Vater kam dann immer angerannt und beruhigte sie, aber es dauerte etwa einen Tag, bis sie sich nicht mehr belastet fühlte. Dann kam die Reise ihres Vaters und die Wochen der Trennung und schließlich das Telegramm, das seinen Tod mitteilte. Sofort nahm der Rechtsanwalt ihres Vaters Mr. Temple die Sache in die Hand. Das Haus in Norwood wurde abgeschlossen, die Dienstboten ausbezahlt, das Pony verkauft. Es hatte den Anschein, als gäbe es eine Unregelmäßigkeit im Testament ihres Vaters, so dass Sally viel ärmer sein würde, als man geglaubt hatte. Sie wurde der Obhut einer Cousine zweiten Grades ihres Vaters, Mrs. Rees, anvertraut, und dort hatte sie bis zu dem Morgen, an dem der Brief kam, gewohnt. Bevor sie ihn öffnete, glaubte sie, er müsse von dem holländischen Agenten Mr. Van Eden sein, aber das Papier war zerrissen und die Schrift kindlich und unbeholfen. Ein europäischer Geschäftsmann würde doch sicher nicht so schreiben. Außerdem war er ohne Unterschrift. Sie hatte das Büro ihres Vaters in der Hoffnung aufgesucht, dass dort jemand wisse, was damit gemeint sei. Und sie hatte herausgefunden, dass das der Fall war. Mit der Pferdebahn kehrte sie nach Peverell Square zurück und bereitete sich innerlich darauf vor, er Monate alt, das einzige Kind. Ihre Mutter war eine leidenschaftliche, romantische junge Frau gewesen, die wie ein Kosake ritt, wie ein Meisterschütze schoss und kleine schwarze Zigarren rauchte, zum Entsetzen des faszinierten Regiments. Die Kugel, die sie ins Herz traf, verfehlte das Baby, streifte aber den kleinen Arm und hinterließ eine Narbe. Sally konnte sich nicht an ihre Mutter erinnern, liebte sie aber. Seit dieser Zeit war sie von ihrem Vater aufgezogen worden. Hauptmann Matthew Lockhart verließ die Armee und wurde Schiffsagent. Mr. Lockhart gab seiner Tochter abends persönlich Unterricht und ließ sie tagsüber machen, was sie wollte. Mit dem Ergebnis, dass ihre Kenntnisse, was Literatur, Französisch, Geschichte, Kunst und Musik anbetraf, gleich null waren. Dagegen eignete sie sich ein gründliches Wissen an, was militärische Taktiken und Buchhaltung anging, war eng vertraut mit den Vorgängen an der Börse und besaß Grundkenntnisse in Hindustani. Außerdem konnte sie gut reiten und an ihrem 14. Geburtstag hatte ihr Vater ihr eine kleine belgische Pistole gekauft und ihr das Schießen beigebracht. Sie war eine Einzelgängerin, aber wunschlos glücklich. Der einzige Schatten auf ihre Kindheit war der Albtraum. Ein- oder zweimal im Jahr passierte es. Sie glaubte, in unerträglicher Hitze zu ersticken und irgendwo in der Nähe gälte die Stimme eines Mannes in furchtbarer Todesangst. Dann pflegte aus der Dunkelheit ein flackerndes Licht aufzutauchen, wie eine Kerze, die von einer Person gehalten wurde, die auf sie zukam. Eine andere Stimme schrie dann immer, da, schau ihn an! Aber sie wollte nicht schauen, nicht um alles in der Welt und an dieser Stelle wachte sie auf, in Schweiß gebadet und schluchzend vor Angst. Ihr Vater kam dann immer angerannt und beruhigte sie, aber es dauerte etwa einen Tag, bis sie sich nicht mehr belastet fühlte. Dann kam die Reise ihres Vaters und die Wochen der Trennung und schließlich das Telegramm, das seinen Tod mitteilte. Sofort nahm der Rechtsanwalt ihres Vaters Mr. Temple die Sache in die Hand. Das Haus in Norwood wurde abgeschlossen, die Dienstboten ausbezahlt, das Pony verkauft. Es hatte den Anschein, als gäbe es eine Unregelmäßigkeit im Testament ihres Vaters, so dass Sally viel ärmer sein würde, als man geglaubt hatte. Sie wurde der Obhut einer Cousine zweiten Grades ihres Vaters, Mrs. Rees, anvertraut und dort hatte sie bis zu dem Morgen, an dem der Brief kam, gewohnt. Bevor sie ihn öffnete, glaubte sie, er müsse von dem holländischen Agenten Mr. Van Eden sein, aber das Papier war zerrissen und die Schrift kindlich und unbeholfen. Ein europäischer Geschäftsmann würde doch sicher nicht so schreiben. Außerdem war er ohne Unterschrift. Sie hatte das Büro ihres Vaters in der Hoffnung aufgesucht, dass dort jemand wiss, erdrückende Hitze. Sie hatte ihren Albtraum. Sie lag da, mit weit geöffneten Augen. Ungeheure, krampfartige Angst drückte auf ihr Herz. Sie versuchte, sich zu bewegen, konnte es aber nicht. Sie war sich bewusst, dass sie kurz zuvor noch wach gewesen war, aber sie hatte schreckliche Angst, die ständig wuchs. Sie wusste, dass jede Sekunde ganz nah bei ihr im Dunkeln ein Mann anfangen würde, zu schreien, und aus nackter Angst davor begann sie zu weinen, und dann fing es an. Der Schrei durchzuckte die Dunkelheit. Sie glaubte, vor Angst zu sterben, aber es waren Stimmen zu hören. Das war neu, und sie sprachen nicht Englisch, und sie konnte sie trotzdem verstehen, und dann ein entsetzliches Geräusch. Darauf folgte ein plötzliches Keuchen und Stöhnen. Licht, irgendwo ein winziger Lichtschimmer. Sie konnte dem Traum nicht entfliehen, sie wusste, was als nächstes kommen würde. Eine tropfende Kerze, die Stimme eines Mannes. Das war die Stimme von Major Marchbanks. An dieser Stelle war sie früher immer aufgewacht. Aber jetzt passierte etwas anderes. Das Licht kam näher und wurde auf eine Seite gehalten, und das Gesicht eines jungen Mannes schaute auf sie hinab. Plötzlich erfasste sie panische Angst. Ich sterbe, dachte sie. Sie spürte einen heftigen Schlag auf der Wange, und dann war sie wach. Fred kniete neben ihr. Ohne nachzudenken, schlang sie die Arme um seinen Hals und schluchzte. Er hielt sie fest an sich gepresst und sagte nichts. Sie waren in dem Vorraum. Wann waren sie herausgekommen? Madame Chang stand etwas entfernt da und beobachtete sie intensiv. Als sie sah, dass Sally wieder bei Bewusstsein war, kam die Chinesin heran und verbeugte sich. Bitte, setzen Sie sich auf den Divan, Miss Lockhart. Li Ching wird eine Erfrischung bringen. Sie klatschte in die Hände. Fred half Sally auf und der alte Diener bot ihr eine kleine Porzellantasse mit einem heißen, wohlriechenden Getränk an. Sie nippte daran und spürte, dass sie wieder einen klaren Kopf hatte. Was ist passiert? Der Rauch hat dich schwindelig gemacht, sagte Fred. Du hast wahrscheinlich mehr eingeatmet, als du gedacht hast. Aber, dass man so schnell völlig weg ist, ist das nicht sehr ungewöhnlich, Madame Chang. Dies ist nicht ihre erste Begegnung mit dem Rauch, meinte die Dame, die immer noch regungslos im Dunkeln stand. Aber ich habe noch nie im Leben Opium geraucht, sagte Sally. Es tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss, Miss Lockhart. Aber Sie haben den Rauch schon zuvor eingeatmet. Ich habe Tausende gesehen, die den Rauch eingeatmet haben. Ich weiß Bescheid. Was haben Sie in Ihrem Traumbild gesehen? Eine Szene, die ich, die ich immer wieder das Mädchen knickste und ging hinaus. Sally setzte sich niedergeschlagen hin. Ein weiterer Abend voller Sarkasmus und Bosheit lag vor ihr und draußen lauerte eine geheimnisvolle Gefahr. Ein Spinnennetz Mehrere Tage vergingen. Es fand eine gerichtliche Untersuchung der Todesursache statt, an der Sally teilnehmen musste. Sie beantwortete die Fragen des amtlichen Leichenbeschauers völlig wahrheitsgemäß. Sie habe mit Mr. Hicks über ihren Vater gesprochen, als ersterer plötzlich starb. Keiner schien von Mr. Hicks Tod überrascht zu sein. Es wurde eine natürliche Todesursache festgestellt, eine Herzschwäche und der Fall in weniger als einer halben Stunde abgewickelt. Sally kehrte nach Islington zurück. Das Leben verlief wieder in geordneten Bahnen. Aber einen Unterschied gab es doch. Ohne es zu wissen, hatte sie, wenn auch nur mäßig, ein Spinnennetz erschüttert. Doch die Spinne in der Mitte war davon erwacht. Während sie nichts davon ahnte, ereigneten sich drei Vorfälle. Erstens las ein Herr in einem kalten Haus die Zeitung. Zweitens lud eine alte Frau einen Anwalt zum Tee ein. Drittens ein Seemann, der sich in einer misslichen Lage befand, landete an den ostindischen Docks und war auf der Suche nach einer Unterkunft. Der besagte Herr, früher hatte man ihn Major genannt, lebte an der Küste. Das Haus war leer, bis auf das unbedingt zum Leben Notwendige, denn der Reichtum des Majors war sozusagen nicht mehr vorhanden. An diesem Nachmittag saß der Major am Erkerfenster seines zugigen Wohnzimmers und las in einer Zeitung, ausgeliehen von seiner einzigen Hausangestellten, die durch Trunksucht heruntergekommen war. Seine Augen überflogen Interesse und hoffnungslos die Spalten, bis er auf einer Innenseite auf eine Geschichte stieß, die ihn sich plötzlich aufrechtsetzen ließ. Der Abschnitt, der ihn so sehr interessierte, lautete folgendermaßen. Die einzige Zeugin dieses traurigen Ereignisses war Miss Veronica Lockhart, Tochter des verstorbenen Mr. Matthew Lockhart, eines ehemaligen Partners in der Firma. Über Mr. Lockharts Tod im Wrack des Schoners Lavinia haben wir im letzten August berichtet. Er las es zweimal und rieb sich die Augen. Dann stand er auf und machte sich daran, einen Brief zu schreiben. Jenseits des Londoner Towers liegt das Stadtviertel, das als Wapping bekannt ist. Es ist eine Gegend, in der sich Docks und Lagerhallen befinden, baufällige Mietskasernen und von Ratten heimgesuchte Gassen. Hangmans Wharf war die allertrostloseste Stelle in Wapping. Die Zeit, in der hier eine Werft gewählt wurde, für sie. Sehr wichtig. Kannst du sie finden für mich? Ich könnte es versuchen, Sir. Braves Mädchen. Oh, guter Gott, was tue ich bloß? fuhr er hilflos fort. Schau mich an, schwach wie ein Baby. Was würde bloß mein Bruder sagen? Sie haben einen Bruder, Sir? Ein feiner Mensch, murmelte er. Mein Zwillingsbruder. Unsere Körper sind gleich, aber sein Geist ist hell und klar, während meiner böse und verkommen ist. Er ist geistlicher, heißt Nicholas, Pfarrer Nicholas Bedwell. Hast du Geschwister? Nein, Sir. Leben deine Eltern noch? Mutter habe ich keine, aber einen Vater. Er ist Werbeoffizier. Das war eine Lüge. Adelaide's Mutter war zwei Wochen nach der Geburt verschwunden, aber sie hatte sich einen Vater erfunden, einen so hervorragenden und stattlichen Mann, wie sie in ihrem kümmerlichen Dasein nie einen erlebt hatte. Feine Männer, murmelte Bedwell. Er schloss die Augen. Schlafen Sie, Sir, flüsterte sie. Sag ihr nichts von dem, was ich gesagt habe. Sie ist eine böse Frau. Ja, Sir. Und dann begann er wieder zu toben. Der Raum füllte sich mit Geistern und chinesischen Dämonen. Adelaide saß in der Dunkelheit, hielt seine Hand und dachte nach. Botschaften Seit Mr. Hicks Tod war das Leben im Büro langweilig geworden. Jim, der Botenjunge, hatte an diesem Nachmittag nichts Besseres zu tun, als Papierkügelchen auf das Porträt der Königin Victoria über dem Kamin in der Portiersloge zu schnipsen. Als Adelaide kam und an die Scheibe klopfte, nahm er zuerst keine Notiz davon. Der Portier öffnete das Fenster und fragte, »Was willst du?« »Miss Lockhart«, flüsterte Adelaide. Jim hörte es und schaute auf. »Was willst du denn von ihr?« fragte Jim. »Misch dich nicht rein, du Esel«, wies ihn der alte Mann zurecht. Jim schnippste dem Portier eine Papierkugel an den Kopf. »Wenn du eine Nachricht für Miss Lockhart hast, sag's mir, komm!« Er ging mit Adelaide an die Treppe außer Hörweite des Portiers. »Wie heißt du denn?« fragte er. »Adelaide.« »Und was willst du von Miss Lockhart?« »Weiß nicht.« »Wer hat dich denn geschickt?« »Ein Herr.« Er nährte sein Gesicht dem Iren, um sie besser zu verstehen, und nahm den muffigen Geruch von Hollands Pension wahr, hochzusteigen. Eine fantastische Landschaft, deren Tiefe man unmöglich ergründen konnte. Die Wirkung dieses außerordentlichen Anblicks war genau so, wie der Maharaja es vorhergesagt hatte. Ich schwankte plötzlich. Ein starker Schwindelanfall überkam mich. Hauptmann Lockhart packte meinen Arm, und der Maharaja nahm den Stein lachend wieder an sich. Unser Besuch ging kurz danach zu Ende. Ich sah den Maharaja etwa ein Jahr lang nicht mehr, und dann erst im Laufe des schrecklichen Ereignisses, das den Höhepunkt dieser Erzählung bildet. Ein Ereignis, das mir mehr Schmach und Unglück bringen sollte, als ich es für möglich gehalten hätte. Möge Gott mir gnädig sein und mir vergessen gewähren, und möge dies bald geschehen. Das folgende Jahr nach diesem Ereignis war eine Zeit der Vorboten der schrecklichen Katastrophe, die durch die Meuterei über uns hereinzubrechen drohte. Es ist nicht meine Absicht, mich über die Schrecken und Gräuel der Meuterei auszulassen. Es genügt zu erwähnen, dass ich unter den wenigen war, die überlebten, und mit mir überlebten drei andere, in deren Schicksal der Rubin weiterhin eine große, bedeutende Rolle spielt. Ich schreibe nun... Sally schaute auf. Der Zug war in einen Bahnhof eingefahren. Sie sah ein Schild, auf dem Chatham stand. Sie machte das Buch zu. Ihr schwirrte der Kopf vor seltsamen Bildern. Drei weitere hatten überlebt, schrieb der Major. Ihr Vater und sie, kam ihr sofort der Gedanke, und der dritte? Sie öffnete das Buch wieder, machte es aber hastig wieder zu, als die Waggon-Tür aufging und ein Mann hereinkam. Er war flott gekleidet, ein heller Tweetanzug und eine auffällige Nadel in der Krawatte. Er zog vor Sally den Bowler, bevor er sich hinsetzte. »En Tag, Miss?« »Guten Tag.« Sie schaute weg, zum gegenüberliegenden Fenster hinaus. Sie hatte keine Lust auf eine Unterhaltung und etwas in dem vertraulichen Lächeln dieses Mannes störte sie. Der Zug dampfte aus dem Bahnhof und der Mann beachtete sie nicht mehr. Sie saß still da und starrte auf die Moorlandschaft hinaus. Die Zeit verstrich. Schließlich fuhr der Zug unter das gläserne Vordach des Bahnhofs London Bridge. Rufe von Gepäckträgern ertönten, Waggons stießen ratternd aneinander. Sally setzte sich auf und rieb sich die Augen. Sie hatte geschlafen. Die Abteiltür stand offen. Der Mann war verschwunden und mit ihm das Buch. Er hatte es gestohlen und das Weite gesucht. Im Banne des Opiums Erschrocken schragen hat. Mrs. Holland stand sofort auf. Haben Sie Zeit, Mr. Barry? Wie wär's mit nem kleinen Spaziergang? Mit Vergnügen, Mrs. Holland. Adelaide, rief sie vom Flur aus. Ich geh aus. Lass ja niemanden rein. Eine Diamantnadel, die Dame, sagte der alte Pfandleier. Hier hab ich eine ausgesucht hübsche. Ein Geschenk für ihren Freund? fragte er und schielte zu Mr. Barry hinüber. Mr. Barrys Antwort bestand darin, dass er den Baumwollschal packte, den der alte Mann lose um den Hals geschlungen hatte und ihn brutal über den Ladentisch zog. Wir wollen keine kaufen. Wir wollen die sehen, die Sie gestern in Berlin haben, sagte er. Gewiss, Sir. Bin ganz zu Ihren Diensten, keuchte der alte Mann. Oh, bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Bitte, Sir, schlagen Sie mich nicht. Die Bitte, Sie, Sir. Mr. Barry stieß ihn weg. Suchen Sie die Nadel aber ein bisschen plötzlich. Der Pfandleier öffnete mit zitternden Händen eine Schublade. Ist es die, Ma'am? fragte Mr. Barry und hielt eine Nadel hoch. Mrs. Holland betrachtete sie gründlich. Das ist die. Wer hat sie gebracht, Mr. Lieber? Falls Sie sich nicht erinnern können, Mr. Barry kann Ihnen da sicher behilflich sein. Mr. Barry machte einen Schritt auf ihn zu, worauf der alte Mann heftig nickte. Klar, erinnere ich mich, sagte er, heißt Ernie Blackett, junger Bursche, Crocs, Kurt Seven Dials. Danke, Mr. Lieber, sagte Mrs. Holland. Ich sehe, Sie sind ein vernünftiger Mann. Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein, wem Sie ihr Geld leihen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich die Nadel nehme, oder? Ich hab's erst einen Tag lang. Ich darf sie noch nicht verkaufen. Das schreibt das Gesetz vor, Ma'am, sagte er verzweifelt. Ich will sie ja gar nicht kaufen, sagte sie. Dann geht's wohl in Ordnung, was? Auf Wiedersehen, Mr. Lieber. Sie ging, und Mr. Barry folgte ihr aus dem kleinen Laden, nachdem er mehrere Schubladen auf den Boden geleert und Mr. Lieber die Beine weggetreten hatte. Seven Dials, sagte sie. Nehmen wir die Pferdebahn, Mr. Barry. Meine Beine tun nicht mehr so mit. Seine auch nicht, bemerkte Mr. Barry, der seine eigene Schlagfertigkeit bewunderte. Ein so scheußliches und überbevölkertes Labyrinth wie Croke's Court, Seven Dials, konnte man in ganz London sonst nicht finden. Da Mr. Barry seinen Charme spielen ließ, fanden sie bald in einer Mietskaserne das Zimmer, das sie suchten. Mr. Barry stieß mit dem Fuß an die Tür. Sie traten ein und fanden einen Fett. Er hat übrigens, er hat einen Bruder, der Pfarrer ist, heißt Nicholas. Es sind Zwillinge. Pfarrer Nicholas Bedwell, ob wir ihn finden könnten? Vielleicht könnte er seinen Bruder rauskriegen. Er ist opiumsüchtig, sagte Jim. Und Adelaide sagt, dass er einen Horror vor Chinesen hat. Immer wenn er einen Chinesen in seinen Wahnvorstellungen sieht, fängt er an zu schreien. Sie schwiegen eine Weile. Hätte ich bloß das Buch nicht verloren, sagte Sally schließlich. Du hast es doch nicht verloren. Sie hat es klauen lassen. Glaubst du wirklich? Aber es war ein Mann. Er ist in Chatham zugestiegen. Warum sollte irgendjemand scharf auf so ein olles, schäbiges Buch sein, so ganz ohne Grund? Klar steckt die dahinter. Dann hat sie also das Buch. Oh Jim, das macht mich noch verrückt. Warum? Du hast aber eine lange Leitung. Den Rubin will sie natürlich. Was steht denn da auf dem Fetzen, den er nicht erwischt hat? Sie zeigte es ihm. Da! Nimm ihn, steht da. Er hat ihn irgendwo versteckt und lässt dich das Versteck wissen. Wenn sie den Rubin will, dann ist sie hinter dem Fetzen daher. Da kannst du Gift draufnehmen. Am Abend darauf saßen drei Leute in der Küche in Hollands Pension. Adelaide saß unbeachtet in der Ecke. Mrs. Holland saß am Tisch und blätterte in Major Marchbanks Buch. Die dritte Person war ein Besucher, der einen hellen, karierten Anzug trug. Einen braunen Bowler hatte er nach hinten geschoben. In seiner Krawatte glitzerte eine Nadel. Mrs. Holland sagte, Gute Arbeit geleistet, Mr. Hopkins. Gut gemacht. Ganz einfach, sagte der Besucher bescheiden. Sie ist eingeschlafen. Hab's ihr bloß vom Schoß nehmen brauchen. Prima. Wie wär's mit nem anderen Job? Jederzeit, immer zu ihren Diensten. In Hoxton gibt's nen Anwalt namens Blythe. Letzte Woche hat er was für mich erledigt, aber es ist schiefgegangen. Deswegen hab ich nach Kenten müssen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und dem Anwalt da wollen Sie gern Denkzettel verpassen, was? So ungefähr, Mr. Hopkins. Ich glaub, das könnte ich deichseln, meinte er. Komisch, das Buch da, hä? Nicht für mich, antwortete Mrs. Holland. Ich kenn die Geschwister auswendig. Ach so? Sagte Mr. Hopkins vorsichtig. Aber für die junge Dame wär's interessant. Wenn sie das in den Finger bekämen, wär's ne Katastrophe. Dann könnte ich meine ganzen Pläne aufgeben. Tatsächlich? Deswegen muss sie einen Unfall haben. Ich versteh nicht ganz, Mrs. Holland. Aber sie hörte nicht mehr zu. Ihre alten Augen hatten sich verengt. Sie las die letzte Seite... Ich hab's jetzt einen Tag lang. Ich darf sie noch nicht verkaufen. Da schreibt das Gesetz vor M, sagte er verzweifelt. Ich will sie ja gar nicht kaufen, sagte sie. Dann geht's wohl in Ordnung, was? Auf Wiedersehen, Mr. Lieber. Sie ging, und Mr. Barry folgte ihr aus dem kleinen Laden, nachdem er mehrere Schubladen auf den Boden geleert und Mr. Lieber die Beine weggetreten hatte. Seven Dials, sagte sie. Nehmen wir die Pferdebahn, Mr. Barry. Meine Beine tun nicht mehr so mit. Seine auch nicht, bemerkte Mr. Barry, der seine eigene Schlagfertigkeit bewunderte. Ein so scheußliches und überbevölkertes Labyrinth wie Croke's Court, Seven Dials, konnte man in ganz London sonst nicht finden. Da Mr. Barry seinen Charme spielen ließ, fanden sie bald in einer Mietskaserne das Zimmer, das sie suchten. Mr. Barry stieß mit dem Fuß an die Tür. Sie traten ein und fanden einen fetten Jugendlichen vor, der auf einem schmutzigen Bett schlief. Er bewegte sich, wachte aber nicht auf. Mr. Barry schnüffelte. Betrunken, verkündete er, scheußlich. Wetten Sie ihn, Mr. Barry, sagte Mrs. Holland. Mr. Barry hob das Bett am unteren Ende an und kippte es samt Schläfer, Decken und allem auf den Boden. Was ist? kam es von dem jungen Burschen. Als Antwort hob ihn Mr. Barry hoch und schleuderte ihn gegen das einzige andere Möbelstück, das im Raum war, eine wackelige Kommode. Diese zerbarst, und der junge Bursche lag stöhnen zwischen den Bruchstücken. Wer sind Sie? brachte er schließlich heraus. Na, na, sagte Mrs. Holland. Was weißt du denn von Henry Hopkins? Nix, antwortete der junge Mann, und Mr. Barry versetzte ihm einen Schlag. Aua, lassen Sie mich! Mrs. Holland nahm die Diamantnadel heraus. Und was ist damit? Er verengte die Augen und warf einen qualvollen Blick darauf. Nie gesehen, sagte er. Mr. Barry drohte ihm nur mit dem Finger. Scharf überlegen, sagte er. Du bist eine Enttäuschung für uns, das Biste. Und dann schlug er ihn. Der junge Mann fiel heulend auf die Knie. Ich sag's ja schon, ich hab's gefunden. Ich hab's Solli lieber gebracht, und er hat mir einen Fünfer dafür gegeben. Das ist alles, ehrlich, jammerte er. Wo hast du's her? Hab's doch gesagt, ich hab's gefunden. Mrs. Holland seufzte. Mr. Barry schlug ihn wieder. Und diesmal wurde der junge Mann wütend. Wie ein Pfeil schoss er durch den Raum. Wie wär's mit nem kleinen Spaziergang? Mit Vergnügen, Mrs. Holland. Adelaide, rief sie vom Flur aus. Ich geh aus. Lass ja niemanden rein. Eine Diamantnadel, die Dame, sagte der alte Pfandleiher. Hier hab ich eine ausgesucht hübsche. Ein Geschenk für ihren Freund? fragte er und schielte zu Mr. Barry hinüber. Mr. Barrys Antwort bestand darin, dass er den Baumwollschal packte, den der alte Mann lose um den Hals geschlungen hatte und ihn brutal über den Ladentisch zog. Wir wollen keine kaufen. Wir wollen die sehen, die Sie gestern in Berlin haben, sagte er. Gewiss, Sir. Bin ganz zu Ihren Diensten, keuchte der alte Mann. Oh, bitte, bitte, tun Sie mir nichts. Bitte, schlagen Sie mich nicht. Die Bitte, Sie, Sir. Mr. Barry stieß ihn weg. Suchen Sie die Nadel aber ein bisschen plötzlich. Der Pfandleiher öffnete mit zitternden Händen eine Schublade. Ist es die, Ma'am? fragte Mr. Barry und hielt eine Nadel hoch. Mrs. Holland betrachtete sie gründlich. Das ist die. Wer hat sie gebracht, Mr. Lieber? Falls Sie sich nicht erinnern können, Mr. Barry kann Ihnen da sicher behilflich sein. Mr. Barry machte einen Schritt auf ihn zu, worauf der alte Mann heftig nickte. Klar, erinnere ich mich, sagte er, Ernie Blackett, junger Bursche, Crocs, Kurt, Seven Dials. Danke, Mr. Lieber, sagte Mrs. Holland. Ich sehe, Sie sind ein vernünftiger Mann. Sie müssen ein bisschen vorsichtig sein, wem Sie ihr Geld leihen. Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich die Nadel nehme, oder? Ich habe es erst einen Tag lang. Ich darf sie noch nicht verkaufen. Das schreibt das Gesetz vor M, sagte er verzweifelt. Ich will sie ja gar nicht kaufen, sagte sie. Dann geht's wohl in Ordnung, was? Auf Wiedersehen, Mr. Lieber. Sie ging, und Mr. Barry folgte ihr aus dem kleinen Laden, nachdem er mehrere Schubladen auf den Boden geleert und Mr. Lieber die Beine weggetreten hatte. Seven Dials, sagte sie. Nehmen wir die Pferdebahn, Mr. Barry. Meine Beine tun nicht mehr so mit. Seine auch nicht, bemerkte Mr. Barry, der seine eigene Schlagfertigkeit bewunderte. Ein so scheußliches und überbevölkertes Labyrinth wie Croke's Court, Seven Dials, konnte man in ganz London sonst nicht finden. Da Mr. Barry seinen Charme spielen ließ, fanden sie bald in einer Mietskaserne das Zimmer, das sie suchten. Mr. Barry stieß mit dem Fuß an die Tür. Sie traten ein und fanden einen fetten Jugendlichen vor, der auf einem schmutzigen Bett schlief. Er bewegte sich, wachte aber nicht um. Wann waren sie herausgekommen? Madame Chang stand etwas entfernt da und beobachtete sie intensiv. Als sie sah, dass Sally wieder bei Bewusstsein war, kam die Chinesin heran und verbeugte sich. Bitte, setzen Sie sich auf den Divan, Miss Lockhart. Li Ching wird eine Erfrischung bringen. Sie klatschte in die Hände. Fred half Sally auf und der alte Diener bot ihr eine kleine Porzellantasse mit einem heißen, wohlriechenden Getränk an. Sie nippte daran und spürte, dass sie wieder einen klaren Kopf hatte. Was ist passiert? Der Rauch hat dich schwindelig gemacht, sagte Fred. Du hast wahrscheinlich mehr eingeatmet, als du gedacht hast. Aber, dass man so schnell völlig weg ist, ist das nicht sehr ungewöhnlich, Madame Chang? Dies ist nicht ihre erste Begegnung mit dem Rauch, meinte die Dame, die immer noch regungslos im Dunkeln stand. Aber ich habe noch nie im Leben Opium geraucht, sagte Sally. Es tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss, Miss Lockhart. Aber Sie haben den Rauch schon zuvor eingeatmet. Ich habe Tausende gesehen, die den Rauch eingeatmet haben. Ich weiß Bescheid. Was haben Sie in Ihrem Traumbild gesehen? Eine Szene, die ich, die ich immer wieder sehe. Ein Albtraum. Ein Mann wird getötet und dann kommen zwei andere Männer und... Was kann das bedeuten, Madame Chang? Werde ich verrückt? Sie schüttelte den Kopf. Die Macht des Rauches ist grenzenlos. Er verbirgt Geheimnisse der Vergangenheit. Was Sie gesehen haben, ist eine Erinnerung, Miss Lockhart. Kein Traum. Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht Fantasie ist? fragte Fred. Mr. Garland, ich kann deutlich sehen, was für Sie unsichtbar ist. Es gibt unzählige Anzeichen dafür, wie diese Dinge zu deuten sind. Aber wer sie nicht deuten kann, erfährt auch nichts. Ihre bewegungslose Gestalt sprach aus dem Dämmerlicht wie die Priesterin eines alten Kults, voller Autorität und Weisheit. Sally stand auf. Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Madame Chang, sagte sie. Bin ich... bin ich in Gefahr, süchtig zu werden? Wenn ich es jetzt einmal genommen habe, werde ich wieder danach verlangen? Sie haben es schon zweimal genommen, Miss Lockhart, sagte die Dame. Der Rauch gehört jetzt zu Ihnen. Er hat etwas enthüllt, was Sie nicht wussten. Vielleicht verlangen Sie nach dem Rauch, weil er Ihnen etwas zeigen kann. Draußen war es schon fast dunkel. Die kalte Luft war eine Wohltat für Sally, aber sie zitterte immer noch und ihr Körper war in Schweiß gebadet, wollte er wissen. Wer hat Sie reingelassen? Der Portier, antwortete sie. Wie heißen Sie und was wollen Sie hier? Ich heiße Sally Lockhart. Er pfiff leise durch die Zähne. Wo ist Hicks? Er kann Sie jen widmen. Hicks, kommen Sie raus! Mr. Selby, er ist tot. Er wurde still und blickte auf die Stelle, auf die sie zeigte. Dann ging er um den Schreibtisch herum. Was geht hier vor? Wann ist das passiert? Gerade eben. Wir haben uns unterhalten und plötzlich ist er umgefallen. Vielleicht war es ein Herz? Blöder Esel, warum hat er nicht so viel Anstand und stirbt bei sich zu Hause? Ich nehme an, er ist tatsächlich tot. Mr. Selby rollte den Körper auf die Seite und starrte dem toten Mann in die Augen. Sally schwieg. Mausetot, stellte Mr. Selby fest. Muss jetzt wohl die Polizei rufen lassen, verdammt noch mal. Was haben Sie denn hier eigentlich wollen? Das ganze Zeug von ihrem Vater ist zusammengepackt worden und dann hat man es an den Rechtsanwalt geschickt. Es gibt hier nichts mehr für Sie. Irgendetwas veranlasste Sally vorsichtig zu sein. Sie nahm ein Taschentuch heraus und tupfte sich die Augen. Ich wollte nur das Büro meines Vaters sehen, sagte sie. Mr. Selby brummte argwöhnisch, öffnete die Tür und schrie nach unten nach dem Portier, der die Polizei rufen sollte. Sally stand auf. Kann ich jetzt gehen? Wohl kaum, sagte Mr. Selby. Sie sind ja schließlich Zeuge. Warum wollten Sie eigentlich das Büro sehen? Sally schniefte laut und tupfte sich noch übertriebener die Augen. Sie wünschte sich anderswohin, um nachdenken zu können, und allmählich bekam sie Angst vor der Neugier dieses kleinen, heftigen Mannes. Wenn die Erwähnung der sieben Wohltaten tatsächlich Mr. Hicks getötet hatte, so verspürte sie kein Verlangen, Mr. Selbys Reaktion zu testen. Gehen Sie und setzen Sie sich in die Portiers Loge, sagte er ungeduldig. Die Bullen werden mit Ihnen reden wollen, aber es bringt nichts, hier rumzuhängen und zu plärren. Gehen Sie nach unten. In der Portiers Loge fand sie den Botenjungen. Ich verrate dich schon nicht. Ich habe gehört, wie du den alten Hicks um die Ecke gebracht hast, aber ich sage nichts, sagte er. Habe ich doch gar nicht, wehrte sie sich. Klar haste, habst durch die Tür gehört. Du hast gehorcht. Vor Angst ist er gestorben, der alte Hicksie, vor Schrecktod umgefallen. Was die sieben Wohltaten auch bedeuten mögen, er hat's gewusst. Sei lieber vorsichtig, wen du da fragst. Sally setzte sich auf den Stuhl des Poitiers. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, sagte sie. Worum geht's denn? Sie schaute in seine klaren Augen und sein entschlossenes Gesicht und beschloss ihm zu trauen. Das da habe ich heute Morgen gekriegt hier mit der Droge. Stück für Stück fügte sich alles zu einem Ganzen zusammen und sie entdeckte, dass sie auf einer Goldgrube saß. Bedwells Geschichte betraf die geschäftlichen Angelegenheiten der Schifffahrtsagentur Lockhart und Selby. Mrs. Holland spitzte die Ohren, als sie den Namen Lockhart hörte. Sie hatte so ihr eigenes Interesse an dieser Familie und sie war überrascht von diesem Zufall. Sie merkte, dass man die Geschichte nun unter einem völlig neuen Aspekt anzusehen hatte. Der Verlust des Schoners Lavinia, der Tod des Eigentümers, die ungewöhnlich hohen Gewinne der Firma aus dem China-Geschäft und tausend andere Dinge. Was nun Bedwell betraf, so war dieser zu hilflos, etwas zu unternehmen, und Mrs. Holland war sich nicht ganz sicher, ob sie schon das ganze Wissen, das in seinem Hirn brodelte, aus ihm herausgepresst hatte. Adelaide stieg die Treppe zu Bedwells Schlafzimmer hinauf. Drinnen herrschte Stille. Sie schloss die Tür auf und hielt den Atem an. Sie verabscheute die stickige, dumpfe Luft und die feuchte Kälte, die ihr entgegenschlugen. Der Herr lag auf der Matratze und hatte eine grobe Decke bis auf die Brust hochgezogen. Seine Augen folgten ihr, als sie eine Schüssel Suppe auf einen Stuhl in der Nähe stellte. »Better late«, flüsterte er. »Ja, Sir. Was hast du denn da? Suppe, Sir. Mrs. Holland sagt, dass sie sie aufessen sollen. Hast du eine Pfeife für mich? Nach der Suppe, Sir. Er richtete sich unter Schmerzen und Mühen auf und sie stellte sich an die Wand. Bloß ein Schatten. Nach ein paar Löffeln schob er die Schüssel beiseite. »Schmeckt überhaupt nicht«, sagte er. »Wo ist die Pfeife? Sie müssen's aufessen, Sir, sonst bringt mich Mrs. Holland um«, bat Adelaide. »Iss du's doch. Du kannst's brauchen«, antwortete er. »Nur mach schon, die Pfeife Mädchen«. Widerstrebend öffnete sie den Schrank und nahm eine lange, schwere Pfeife heraus. »Legen Sie sich hin«, befahl sie. »Da sind Sie schnell hinüber, Sie müssen sich hinlegen, sonst stürzen sie«, er gehorchte dem kleinen Mädchen. Das kalte graue Licht der Dämmerung, das mühsam durch das schmutzige, winzige Fenster drang, gab der Szene einen düsteren Anstrich. Ein Insekt kroch träge über das schmierige Kissen, als Adelaide ein brennendes Streichholz an das Opium hielt. Bedwell saugte am Mundstück und der süße, berauschende Rauch wurde in die Pfeife gesogen. Sie hasste es. Sie hasste, was es ihm antat. »Mehr«, murmelte er. »Es gibt nicht...« »Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht Fantasie ist?« fragte Fred. »Mr. Garland, ich kann deutlich sehen, was für Sie unsichtbar ist. Es gibt unzählige Anzeichen dafür, wie diese Dinge zu deuten sind, aber wer sie nicht deuten kann, erfährt auch nichts. Ihre bewegungslose Gestalt sprach aus dem Dämmerlicht wie die Priesterin eines alten Kults, voller Autorität und Weisheit. Sally stand auf. »Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Madame Chang«, sagte sie. »Bin ich... bin ich in Gefahr, süchtig zu werden? Wenn ich es jetzt einmal genommen habe, werde ich wieder danach verlangen?« »Sie haben es schon zweimal genommen, Miss Lockhart, sagte die Dame. »Der Rauch gehört jetzt zu Ihnen. Er hat etwas enthüllt, was Sie nicht wussten. Vielleicht verlangen Sie nach dem Rauch, weil er Ihnen etwas zeigen kann. Draußen war es schon fast dunkel. Die kalte Luft war eine Wohltat für Sally, aber sie zitterte immer noch und ihr Körper war in Schweiß ausgebadet. Erzähl mir alles, bat Fred. Ich kann ihm vertrauen, dachte sie. Und so erzählte sie. Fred, das Schlimmste war, der Mann, der gesprochen hat. Ich habe seine Stimme so oft in meinen Träumen gehört, aber diesmal habe ich sie erkannt. Sie gehört Major Marchbanks. Und der Mann, der auf mich hinab schaute, Fred, das war mein Vater. Was hat es nur alles zu bedeuten? Was nur? Gesellschaft für stereografische Aufnahmen Als sie von Leimhaus zurückkehrten, ging Sally sofort ins Bett und schlief lange Zeit traumlos. Sie wachte kurz nach Tagesanbruch auf. Der Himmel war klar und blau, die Schrecken schienen mit der Nacht verschwunden zu sein. Nachdem sie sich rasch angezogen hatte, beschloss sie sich einmal das übrige Haus genau anzusehen. Rosa hatte das vorgeschlagen. Nach ihrer Meinung verschwendeten sie Platz. Vielleicht könnte man einen Untermieter unterbringen. Das Haus war viel geräumiger, als es von der Straße her den Anschein hatte. Es gab drei Stockwerke, dazu einen Speicher und einen Keller und einen großen Hof hinter dem Haus. Einer der Räume glaubte, in ein Museum gestolpert zu sein, aber es gab leere Speicherräume, aus denen man recht behagliche Schlafzimmer machen könnte, sobald sie einmal richtig möbliert wären. Das Ergebnis dieser Entdeckungsreise wurde den Mitbewohnern beim Frühstück enthüllt. Also, es wird nicht lang dauern. Ich möchte euch nur sagen, wie man ein bisschen Geld verdienen kann. Wie willst du das anstellen? fragte Rosa. War eine Nachricht für sie. Sehr wichtig. Kannst du sie mich? Ich könnte versuchen, Sir. Braves Mädchen. Oh, guter Gott, was tue ich bloß, fuhr er hilflos fort. Schau mich an, schwach wie ein Baby. Was würde bloß mein Bruder sagen? Sie haben einen Bruder, Sir? Ein feiner Mensch, mummelte er, mein Zwillingsbruder. Unsere Körper sind gleich, aber sein Geist ist hell und klar, während meiner böse und verkommen ist. Er ist geistlicher, heißt Nicholas, Pfarrer Nicholas Bedwell. Hast du Geschwister? Nein, Sir. Leben deine Eltern noch? Mutter habe ich keine, aber einen Vater, er ist Werbeoffizier. Das war eine Lüge. Adelaides Mutter war zwei Wochen nach der Geburt verschwunden, aber sie hatte sich einen Vater erfunden, einen so hervorragenden und stattlichen Mann, wie sie in ihrem kümmerlichen Dasein nie einen erlebt hatte. Feine Männer, murmelte Bedwell. Er schloss die Augen. Schlafen Sie, Sir, flüsterte sie. Sag ihr nichts von dem, was ich gesagt habe. Sie ist eine böse Frau. Ja, Sir. Und dann begann er wieder zu toben. Der Raum füllte sich mit Geistern und chinesischen Dämonen. Adelaide saß in der Dunkelheit, hielt seine Hand und dachte nach. Botschaften Seit Mr. Hicks Tod war das Leben im Büro langweilig geworden. Jim, der Botenjunge, hatte an diesem Nachmittag nichts Besseres zu tun, als Papierkügelchen auf das Porträt der Königin Victoria über dem Kamin in der Portiersloge zu schnipsen. Als Adelaide kam und an die Scheibe klopfte, nahm er zuerst keine Notiz davon. Der Portier öffnete das Fenster und fragte, was willst sie? Miss Lockhart, flüsterte Adelaide. Jim hörte es und schaute auf. Was willst du denn von ihr? fragte Jim. Misch dich nicht rein, du Esel, wies ihn der alte Mann zurecht. Jim schnippste dem Portier eine Papierkugel an den Kopf. Wenn du eine Nachricht für Miss Lockhart hast, sag's mir, komm. Er ging mit Adelaide an die Treppe außer Hörweite des Portiers. Wie heißt du denn? fragte er. Adelaide. Und was willst du von Miss Lockhart? Weiß nicht. Wer hat dich denn geschickt? Ein Herr. Er näherte sein Gesicht dem ihren, um sie besser zu verstehen und nahm den muffigen Geruch von Harlandernblatt darstellten. Die Stille lautete einem dunklen Platz unter einem geknoteten Tau. Drei rote Lichter beleuchten die Stille gut, wenn der Mond das Wasser anzieht. Du brauchst es nur zu nehmen, es ist ein Geschenk von mir an dich und auch vor dem englischen Gesetz ist es dein Eigentum. Antiquam Heg Legis Mortus Ero Ut Nam Ex Animo Hominum Tam Kelerite Memoria Mea Dis Kedat Sally, die kein Latein konnte, faltete das Papier, legte es in ihre Tasche und machte sich tief enttäuscht auf den Weg zu Mrs. Reese. Währenddessen fand in Wapping eine düstere kleine Zeremonie statt. Einmal am Tag brachte Adelaide, auf Mrs. Hollands Geheiß, dem Herrn im zweiten Stock, einen Teller mit Suppe. Mrs. Holland hatte Matthew Bedwells Sucht sehr frühzeitig entdeckt und die hatte ihre bösartige alte Neugier mächtig erregt. Denn ihr Gast hatte Bruchstücke einer äußerst interessanten Geschichte zu erzählen. Er fantasierte und faselte von Fantasiebildern, die von den schmutzigen Wänden auf ihn zuzukommen schienen. Mrs. Holland hörte geduldig zu und versorgte ihn ein bisschen mit der Droge. Stück für Stück fügte sich alles zu einem Ganzen zusammen und sie entdeckte, dass sie auf einer Goldgrobe saß. Bedwells Geschichte betraf die geschäftlichen Angelegenheiten der Schifffahrtsagentur Lockhart und Selby. Mrs. Holland spitzte die Ohren, als sie den Namen Lockhart hörte. Sie hatte so ihr eigenes Interesse an dieser Familie und sie war überrascht von diesem Zufall. Sie merkte, dass man die Geschichte nun unter einem völlig neuen Aspekt anzusehen hatte. Der Verlust des Schoners Lavinia, der Tod des Eigentümers, die ungewöhnlich hohen Gewinne der Firma aus dem China-Geschäft und tausend andere Dinge. Was nun Bedwell betraf, so war dieser zu hilflos, etwas zu unternehmen, und Mrs. Holland war sich nicht ganz sicher, ob sie schon das ganze Wissen, das in seinem Hirn brodelte, aus ihm herausgepresst hatte. Adelaide stieg die Treppe zu Bedwells Schlafzimmer hinauf. Drinnen herrschte Stille. Sie schloss die Tür auf und hielt den Atem an. Sie verabscheute die stickige, dumpfe Luft und die feuchte Kälte, die ihr entgegenschlugen. Der Herr lag auf der Matratze und hatte eine grobe Decke bis auf die Brust hochgezogen. Seine Augen folgten ihr, als sie eine Schüssel Suppe auf einen Stuhl in der Nähe stellte. »Better late«, flüsterte er. »Ja, Sir.« Etwas anderes. Das Licht kam näher und wurde auf eine Seite gehalten, und das Gesicht eines jungen Mannes schaute auf sie hinab. Plötzlich erfasste sie panische Angst. »Ich sterbe«, dachte sie. Sie spürte einen heftigen Schlag auf der Wange. Und dann war sie wach. Fred kniete neben ihr. Ohne nachzudenken schlang sie die Arme um seinen Hals und schluchzte. Er hielt sie fest an sich gepresst und sagte nichts. Sie waren in dem Vorraum. Wann waren sie herausgekommen? Madame Chang stand etwas entfernt da und beobachtete sie intensiv. Als sie sah, dass Sally wieder bei Bewusstsein war, kam die Chinesin heran und verbeugte sich. »Bitte, setzen Sie sich auf den Divan, Miss Lockhart. Li Ching wird eine Erfrischung bringen.« Sie klatschte in die Hände. Fred half Sally auf, und der alte Diener bot ihr eine kleine Porzellantasse mit einem heißen, wohlriechenden Getränk an. Sie nippte daran und spürte, dass sie wieder einen klaren Kopf hatte. »Was ist passiert?« »Der Rauch hat dich schwindelig gemacht«, sagte Fred. »Du hast wahrscheinlich mehr eingeatmet, als du gedacht hast. Aber dass man so schnell völlig weg ist, ist das nicht sehr ungewöhnlich, Madame Chang?« »Dies ist nicht ihre erste Begegnung mit dem Rauch«, meinte die Dame, die immer noch regungslos im Dunkeln stand. »Aber ich habe noch nie im Leben Opium geraucht«, sagte Sally. »Es tut mir leid, dass ich Ihnen widersprechen muss«, Miss Lockhart. »Aber Sie haben den Rauch schon zuvor eingeatmet. Ich habe Tausende gesehen, die den Rauch eingeatmet haben. Ich weiß Bescheid. Was haben Sie in Ihrem Traumbild gesehen? Eine Szene, die ich immer wieder sehe. Ein Albtraum. Ein Mann wird getötet und dann kommen zwei andere Männer und... Was kann das bedeuten, Madame Chang? Werde ich verrückt?« Sie schüttelte den Kopf. »Die Macht des Rauches ist grenzenlos. Er verbirgt Geheimnisse der Vergangenheit. Was Sie gesehen haben, ist eine Erinnerung, Miss Lockhart. Kein Traum. »Wie können Sie so sicher sein, dass es nicht Fantasie ist?« fragte Fred. »Mr. Garland, ich kann deutlich sehen, was für Sie unsichtbar ist. Es gibt unzählige Anzeichen dafür, wie diese Dinge zu deuten sind. Aber wer sie nicht deuten kann, erfährt auch nichts. Ihre bewegungslose Gestalt sprach aus dem Dämmerlicht wie die Priesterin eines alten Kults, voller Autorität und Weisheit. Sally stand auf. »Vielen Dank für Ihre Erläuterungen, Madame Chang«, sagte sie. »Bin ich... bin ich in Gefahr, süchtig zu werden?« »Bin ich es jetzt...« »Wir leben den Familienangehörigen.« »Er diente viele Jahre in Indien.« »Du alte Hexe!« Mr. Hopkins war außer sich vor Wut. »Du Ars, du alte berechnende Kuh! Ich werd...« Aber er saß in der Falle, und er wusste es. Wenn er nicht tat, was sie wollte, würde Mrs. Holland irgendeinen unumstößlichen Beweis erbringen, die ihn für einen Mord, den er nicht begangen hatte, an den Galgen brächte. Er seufzte tief, zog sofort seinen Anzug aus und einen neuen, dunkelblauen an. Was war das für ein Spiel, das Mrs. Holland da spielte, wenn Mord zum Einsatz gehörte? Mrs. Rees' Dienstmädchen Ellen hasste Sally. Mrs. Holland hatte Sallys Adresse in Erfahrung gebracht, und Mr. Hopkins' glatte Manieren taten den Rest. Er stellte sich Ellen als Detektiv vor und behauptete, Sally sei eine Diebin und habe einige Briefe gestohlen. »Äußerst heikle Angelegenheit, hoch angesehene Familie.« All dies war natürlich aufgeplustert, aber für Ellen war es ein gefundenes Fressen. Die Unterhaltung fand auf der Treppe statt. Sehr schnell hatte sie sich überreden lassen, Mr. Hopkins heimlich ins Haus zu lassen, nachdem alle zu Bett gegangen waren. Also öffnete sie gegen Mitternacht die Küchentür, und Mr. Hopkins ging nach oben zu Sallys Zimmer. Er bewegte sich völlig geräuschlos, signalisierte Ellen, dass sie zu Bett gehen und ihm diese Aufgabe überlassen könne. Er drehte am Türgriff und öffnete die Tür. Durch die dünnen Vorhänge drang genügend Licht von einer Gaslampe auf dem Platz draußen, so dass er recht gut sehen konnte. Zwei Minuten lang stand er ganz still, um sich zu orientieren. Das einzige Geräusch im Raum war Sallys ruhiges Atmen. Dann setzte er sich in Bewegung. Er wusste, wo sie ihre Papiere aufbewahrte, Ellen hatte ihn ausführlich informiert. Hopkins leerte Sallys Tasche auf den Teppich, und dann fand er die Pistole. Er hob die Waffe auf, wog sie in der Hand und steckte sie in die Tasche, zusammen mit allen Papierfetzen, die herumlagen. Dann stand er da und blickte sich um. Sollte er etwa alle Schubladen durchsuchen? Es war schon saublöd, von einem Mann zu verlangen, er solle so einen dämlichen Fetzen Papier stehlen. Aber die Pistole, die lohnte sich. Aber deswegen brachte er Sally noch lange nicht um. Er schaute sie an. Hübsches Mädchen, dachte er, ein Kind noch. Wäre ja ein Jammer, wenn Mrs. Holland sie in ihre Fänge kriegen würde. Und er verschwand so leise, wie er gekommen war. Aber er kam nicht weit. Als er um eine dunkle Ecke im Straßendschungel hinter Holborn bog, kam alles ganz plötzlich. Das Messer, das ihm in die Rippen gestoßen wurde, war kalt. Sehr kalt, sodass sein Herz sofort aussetzte. Über Mr. Lockerts Tod im Wrack des Schoners Lavinia haben wir im letzten August berichtet. Er las es zweimal und rieb sich die Augen. Dann stand er auf und machte sich daran, einen Brief zu schreiben. Jenseits des Londoner Towers liegt das Stadtviertel, das als Wapping bekannt ist. Es ist eine Gegend, in der sich Docks und Lagerhallen befinden, baufällige Mietskasernen und von Ratten heimgesuchte Gassen. Hangmans Wharf war die allertrostloseste Stelle in Wapping. Die Zeit, in der hier eine Werft gewesen war, war längst vorbei. Häuser und Läden, die Kaninchenbauten ähnelten, gab es hier. Einen Schiffsausrüster, eine Pfandleihe, einen Bäcker, eine Kneipe und eine Pension. In Hollands Pension war man nie allein. Sollten die Flöhe einen je verschmähen, die Wanzen waren nicht wählerisch, sie bissen jeden. In dieses Haus kam Mr. Jeremiah Blythe, ein dicker, zwielichtiger Anwalt aus Hoxton. Auf sein Klopfen hin öffnete ein Kind die Tür. Ein Kind, das fast nur aus riesigen, dunklen Augen zu bestehen schien. Es öffnete die Tür einen Spalt und flüsterte, »Sie wünschen, Sir?« »Ich bin Mr. Jeremiah Blythe,« sagte der Besucher. »Mrs. Hollander wartet mich.« Kurz darauf schlurfte die Eigentümerin des Hauses heran. Sie roch nach gekochtem Kraut und Katzenhaaren. Es war eine verhutzelte alte Frau mit eingesunkenen Wangen, zusammengekniffenen Lippen und funkelnden Augen. Sie streckte ihrem Besucher eine krallenartige Hand entgegen und begann zu reden. Aber sie hätte genauso gut türkisch reden können, so wenig konnte sich Mr. Blythe einen Reim darauf machen. »Verzeihung, ähm?« Sie krächzte irgendwas und ging voraus in einen kleinen Salon. Dort öffnete sie eine kleine Blechdose, nahm ein Gebiss heraus, setzte es in ihren runzligen Mund und schmatzte mit den Lippen. Es war ihr zu groß und sah scheußlich aus. »Schon besser,« sagte sie. »Daheim vergesse ich die Dinger immer. Haben wir im armen Mann gehört. Pures Elfenbein. Als er gestorben ist, der arme Kerl, da hätten sie mit ihm ins Grab sollen, aber ich habe sie ihm noch rechtzeitig aus den Mund genommen, bevor sie einen Deckel drauf gemacht haben. Sie kann ich noch ewig tragen, habe ich gedacht.« Mr. Blythe schluckte trocken. »Ja, setzen Sie sich,« forderte sie ihn auf. »Fühlen Sie sich wie Schrause.« »Adeline?« Das Kind tauchte auf. Sie konnte nicht älter als neun sein, dachte Mr. Blythe. Mrs. Holland gab Anweisungen für den Tee, wandte sich wieder ihrem Besucher zu, beugte sich nach vorne und sagte, »Na, Sie haben doch die Unterlagen, hm? Machen Sie Ihre Mappe auf und verraten Sie einer alten Dame Ihr Geheimnis.« »Ja, ja, gleich. Mein Zeitungskiosk brachte sie auf eine Idee. Mit dem letzten Geld kaufte sie ein Exemplar der Times. Es gab nur eine Seite, die sie interessierte. Nachdem sie einige Notizen auf den Rand der Zeitung gekritzelt hatte, ging sie zum Büro von Mr. Temple in Lincolns Inn. Es war ein schöner Morgen. Die Sonne hob ihre Stimmung. Mr. Tempels Angestellter empfing sie. Sie wurde in sein Büro geführt. Mr. Temple, kahl, schlank und munter, stand auf und schüttelte ihr die Hand. »Wie viel Geld habe ich, Mr. Temple?« fragte sie, nachdem sie sich begrüßt hatten. Er langte nach einem großen Buch. »Fahrhundertfünfzig Pfund, zweieinhalbprozentig in Schatzbriefen, hundertachtzig Stammaktien der London und South Eastern Railway Company, zweihundert Vorzugsaktien der Royal Mail Steam Navigation Company. Wollen Sie das wirklich alles wissen? Ja, bitte, alles.« Sie verfolgte es in der Zeitung, während er vorlas. Er fuhr fort. »Und das Einkommen schloss erbeläuft sich auf, rundheraus gesagt.« »Etwa vierzig Pfund im Jahr,« sagte sie. »Woher wissen Sie das?« »Ich habe es ausgerechnet, während Sie die Liste vorgelesen haben.« »Guter Gott!« »Und ich nehme an, ich kann über mein Geld verfügen?« »Zum großen Teil. Ich habe versucht, Ihrem Vater davon abzuraten, aber es konnte ihn nichts von seiner Meinung abbringen. So habe ich also das Testament nach seinen Anweisungen verfasst.« »Gut. Mr. Temple, ich möchte, dass Sie veranlassen, 300 Pfund der Schatzbriefe zu verkaufen und gleiche Anteile bei folgenden Gesellschaften zu kaufen. The Great Western Railway Company, The Gaslight & Coke Company und C.H. Parsons Limited.« Sein Kinn fiel herunter, aber er schrieb Ihre Anweisungen auf. »Außerdem«, fuhr sie fort, »Verkaufen Sie bitte diese Vorzugsaktien der Pacific Steam Navigation Company und kaufen Sie Stammaktien der P&O. Das sollte das Einkommen auf etwas über 50 erhöhen. Ich werde mich in etwa einem Monat wieder darum kümmern. Ich nehme an, dass zurzeit für mich Zahlungen an Mrs. Reese gehen.« An Mrs. Reese wurde gezahlt. Ihr blätterte eine Seite um. »Hundert Pfund beim Tode ihres Vaters?« »Die Verwalter, zu denen ich gehöre, haben sich geeinigt, dass das Einkommen für Sie an Mrs. Reese gezahlt werden sollte, solange Sie unter Ihrem Dach bleiben.« »Aha«, bemerkte Sally. »Diese Frau hatte Sallys ganzes Einkommen erhalten, während sie sie beschuldigte, ihr auf der Tasche zu liegen.« »Also, ich habe die Sache mit Mrs. Reese besprochen, und es wird wohl das Beste sein, wenn das Einkommen ab sofort an mich persönlich gezahlt wird. Könnten Sie veranlassen, dass es auf mein Konto bei der Zweigstelle der London & Midland Bank überwiesen wird?« Mr. Temple notierte es sich, sagte aber nichts. »Ach, übrigens, Mr. Temple, könnte ich jetzt etwas Geld bekommen?« »Wie viel möchten Sie abheben?« Als sie sich wieder beruhigt hatte, stand sie vorsichtig auf und entfernte sich einige Schritte von dem Körper. Ihr Gemüt war in Aufruhr, aber ihre Hände blieben vollkommen ruhig, stellte sie fest. »Gut«, dachte sie, »wenn ich Angst habe, kann ich mich auf meine Hände verlassen.« Und dann hörte sie eine laute Stimme im Korridor. »Schreiben Sie auf das Schild Samuel Selby, Schiffsmakler. Kapiert«, sagte diese Stimme. Die Tür ging auf und die Person, die gesprochen hatte, kam herein. Es war ein kleiner, dicker Mann, mit einer tolle, strohblonden Haares und rötlichem, lang herunterhängendem Backenbart. Er blickte umher und übersah den Körper von Mr. Hicks, der durch den breiten Mahagoni-Schreibtisch verdeckt war. Stattdessen blieb sein stechender Blick auf Sally haften. »Wer sind Sie?«, wollte er wissen. »Wer hat Sie reingelassen?« »Der Portier«, antwortete sie. »Wie heißen Sie und was wollen Sie hier?« »Ich heiße Sally Lockhart.« Er pfiff leise durch die Zähne. »Wo ist Hicks?« »Er kann sich jen widmen. Hicks, kommen Sie raus!« »Mr. Selby?« »Er ist tot.« Er wurde still und blickte auf die Stelle, auf die sie zeigte. Dann ging er um den Schreibtisch herum. »Was geht hier vor? Wann ist das passiert?« »Grade eben. Wir haben uns unterhalten und plötzlich ist er umgefallen. Vielleicht war es sein Herz?« »Blöder Esel! Warum hat er nicht so viel Anstand und stirbt bei sich zu Hause? Ich nehme an, er ist tatsächlich tot.« Mr. Selby rollte den Körper auf die Seite und starrte dem toten Mann in die Augen. Sally schwieg. »Mause tot!« stellte Mr. Selby fest. »Muss jetzt wohl die Polizei rufen lassen. Verdammt noch mal! Was haben Sie denn hier eigentlich wollen? Das ganze Zeug von Ihrem Vater ist zusammengepackt worden und dann hat man es an den Rechtsanwalt geschickt. Es gibt hier nichts mehr für Sie.« Irgendetwas veranlasste Sally, vorsichtig zu sein. Sie nahm ein Taschentuch heraus und tupfte sich die Augen. »Ich... Ich wollte nur das Büro meines Vaters sehen,« sagte sie. Mr. Selby brummte argwöhnisch, öffnete die Tür und schrie nach unten nach dem Portier, der die Polizei rufen sollte. Sally stand auf. »Kann ich jetzt gehen?« »Wohl kaum,« sagte Mr. Selby. »Sie sind ja schließlich Zeuge.« »Warum wollten Sie eigentlich das Büro sehen?« Sally schniefte laut und tupfte sich noch übertriebener die Augen. Sie wünschte sich anderswohin, um nachdenken zu können und allmählich bekam sie Angst vor der Neugier dieses kleinen, heftigen Mannes. Wenn die Erwähnung der sieben Wohltaten tatsächlich Mr. Hicks getötet hatte, so verspürte sie kein Verlangen, Mr. Selbys Reaktion zu testen. »Gehen Sie und setzen Sie sich in die Portiersloge,« sagte er ungeduldig. »Die Bullen werden mit Ihnen reden wollen, aber...«